Und damit herzlich willkommen zu Kapitel 109, der liebe Evan ist gerade aufgestanden und bereit für Action an diesem Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Schön, dass ihr hier seid und ganz, ganz, ganz viel Spaß. So, es ist 19 Uhr, was wartet auf uns? Eine Nummer, die Beer Factory und MJ haben angerufen und von der SMS hat Nena geschrieben, mir geht's wunderbar, muss ich mal hinkommen. Hey, da hat Evan gestern noch geschrieben, dass Nena auch mal vorbeikommen möge beim, ähm... Beer Factory ist nicht erreichbar. Lettis Girlie, Hallöchen. Ja, bitte, Evan? Ja, Hallöchen, du hast angerufen. Ich hab angerufen, ach so, ja, vorhin, ob du noch im Dienst bist, aber... Oh, hab ich mich vergessen, auszustempeln? Das könnte gut sein. Ja, dann war das auch so. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Sorry, ne? Sorry, sorry. Kein Problem. Gut, danke, tschüss. Jo, tschüss. Dann wissen wir auch, warum MJ angerufen hat. Okay, äh, wie sieht's im RDP aus? So, heute steht die Abholung bei Rainy an. Die Lieferung zu LS Taxi steht an. Wir bekommen außerdem Lieferungen. Wir wollen neue Produkte aufnehmen. Heute steht außerdem ein Treffen mit den Leuten von Aldentes an. Das wird sehr, sehr spannend. Die wollen sich heute mit Evan und Harry treffen, zu der Besprechung. Und wenn das nicht mal an der P-Strand gibt, dann weiß ich auch nicht. Und liebe Community, ich habe, ähm, ja, die Rechnungen überwiesen, in der Nacht noch. Und zwar von Zypreis. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal hier eine Summe stehen. Und zwar den Gewinn aus den Verkäufen der ersten drei Geschäftstage. Es wurde, glaube ich, von euch gefragt, ob man schon abschätzen kann, wie viel jetzt Gewinn gemacht wurde. Und so wie es aktuell ist, sind am Konto 3.424 Dollar. Rund. Und die Ware, die jetzt noch im Kiosk ist, die ist damit auch schon bezahlt. Also die kommenden Verkäufe durch die aktuelle Ware im Kiosk zählt auch nochmal in den Gewinn mit rein. Das heißt, ja, für den ersten, ähm, für die erste Woche, wow. Kann man so sagen, ne? Gamble, hi, ich begrüße dich, guten Abend. Moment, das ist ordentlich stimmt. Man muss aber auch sagen, dass es aufgrund des großzügigen Dringgeldes und Spenden zurückzuführen ist, die sie bis jetzt bekommen haben. Weil rein durch den Ertrag der Produkte wäre das niemals möglich gewesen, muss man auch sagen. Und die Investitionskosten von 6.200 Dollar sind ja da noch nicht abgezogen. Die sind eigentlich erst mal gegenzurechnen, weil es ja die erste Investition war. So, aber jetzt genug gequatscht, wir gucken noch in die Mails. Ach ja, ganz wichtig, Jo hat sich jetzt auch offiziell beworben, Jonathan. Da wird es heute bestimmt auch ein Einstellungsgespräch geben. Ah, Evergreen Flowershop hat die Produkte angeboten und Venture-Seiteintrag. Ah, okay. Gut, das machen wir nachher im Anschluss. Und Saja darf ich auch begrüßen. Schönen guten Abend, hi. Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Und Lisa, einen wundervollen guten Abend und Moin. F. Suhl darf ich auch begrüßen, hi. Da stimmt, Lisa, wie gesagt, das ist halt hauptsächlich Trinkeln und Spenden. So, Evergreen, wir liefern unsere Fischmunkendemen. Nur 20 Einzelblumen, okay. Ah, und dann wird es die Preisliste für die Blumen. Sind Sie da der erste Mal hier? Ja. Ja, genau. Ja, dann darf ich erst mal hallo und herzlich willkommen bei der Ewen und der Herris Bestes. Mein Name ist der Ewen und ich freue mich sehr, Sie erst mal willkommen heißen zu dürfen. Wir sind ein kleiner Kiosk mit charismatischem Angebot zum Kleinstpreis und trinken oder essen. Was darf ich sein? Kurzfrage, wer von euch beiden will Alter Towers? MJ, glaube ich, ne? MJ, ja. Okay, gut. Also ich nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Ich glaube, er meinte mich, ne? Evan, du bleibst dann jetzt wahrscheinlich im Kiosk, ne? Nee, nee, du kannst mich grundsätzlich schon auch Fahrten zuteilen, ne? Ja, okay, deswegen habe ich ja euch beide gefragt. Ja, aber primär könnt ihr natürlich gerne fahren, wenn ihr was los ist, das ist auch klar, ne? So, also trinken oder essen? Was darf es sein, der Herr? Äh, lieber was für Essen. Gut. Ein bisschen was im Magen vor dem Gespräch. Nächsten Gespräch wäre schon ganz gut. Was haben Sie denn für ein Gespräch? Ja, beim MD, die suchen doch Leute. Ach so, und Sie brauchen nochmal den Magen vollfuttern, bevor es losgeht. Genau, und auch wenn die Dame mir schöne Augen gemacht hat von der Konkurrenz gegenüber, äh, ich glaube nicht, dass es so gut kommt, wenn man zu einem Bewerbungsgespräch ist und dann so schön sich einen Döner mit extra Zwiebeln und Knoblauch reinpfeift. Nee, da haben Sie recht. Aber deswegen, passen Sie auf, ich kann Ihnen relativ neutral ein Eierbrötchen anbieten. Oh, oh, gut, gut. Das kann ich Ihnen frisch machen. Ich habe Ihnen noch ein gutes Eierbrötchen in der Stadt gekriegt. Eben, bei mir sind die mit Herz so selber geschmiert. Äh, und wenn Sie wollen, könnte ich entweder, ich könnte Ihnen ein Wäscherken für 1,49 dazu anbieten. Den Preis kriegen Sie sonst auch nirgendwo zum Runterspülen. Deal, sag ich mal. Haben wir einen Deal. Ein Wäscherken und ein Eierbrötchen. Mhm. Wissen Sie, dass Sie generell bei uns wenig zahlen? Ich habe es gelesen, zumindest, wenn man euren kleinen Disput mal daneben lässt. Aber ja, das wurde mir auch schon zugetragen. Was meinen Sie denn mit Disput? Na, diese kleine, ja wie soll man sagen, Auseinandersetzung auf Venture. Ach so, mit der Dame, die da gesungen hat, ne? Ja, da habe ich ja gar nicht reagiert darauf, ne? Ja, die Leute, die vorbeikommen, die wissen ja, wie wir mit Herz und Seele dran sind. Wir machen niemals Probleme mit irgendjemandem. Ja, alles gut. Alles gut. Wie gesagt, weil das mal so beiseite geschoben, die Leute, die bei euch waren bis jetzt aus dem Bekanntenkreis, die waren alle hellauf begeistert und da zählt das mehr als das, was man so liest. Ja, sehen Sie, und da können Sie sich ja auch eine eigene Meinung bilden, indem Sie rumkommen. Ich sage es Ihnen auch gerne mal persönlich, bei uns sind alle Leute willkommen, ne? Aber Sie müssen sich so vorstellen, wenn da so laut Musik gemacht wird, damit die uns beide nicht mehr unterhalten können und ich gehe rüber und frage ganz freundlich, ob sie nun Ticke und Leise machen könnte. Und dann wird man so angemotzt, die auf Venture und auch von den anderen Leuten, die da bei ihr waren, da kriege ich erst mal einen Hals, ne? Aber trotzdem, ich habe da nichts drunter geschrieben, dann ist mir dann auch egal, ne? Ja. Wir haben ja regelmäßig Künstler, die auftreten, ne? Also das ist bei uns immer willkommen. Nur ein gewisser Abstand muss halt sein, ne? Ja, klar. Am besten halt vorher mal eine Absprache halten, nicht, dass es gerade so ein ungünstiger Zeitpunkt ist. Ja, und ich sage dir auch, solange das hier nicht stört, können die ja machen, was sie wollen hier im Stadtpark, ne? Das ist ja nicht mein Gebiet, außer der Kiosk halt hier, ne? So! Wenn man das ja auch vorher ankündigen kann, dann kommt das ja auch gut, wenn man... Ja, die Leute, die offen auf uns zukommen, die werden wir auch noch unterstützen. Dann sagen wir auch noch eine Durchsage und sagen, mal guck mal hier, tritt jemand auf, geht mal rüber, hört mal zu und so weiter, ne? Aber man kann auch provozieren, das ist klar, ne? Ist ja auch ein Geben und Nehmen, eigentlich, ne? Wenn die Leute nicht so auf sich bezogen sind, kann das doch eigentlich super funktionieren, ne? Eben, eben. Würde ich mir auch mehr wünschen von den Leuten, dass die offener sind. Aber mal gucken, ne? Was glauben Sie, was das Menü jetzt kostet? Raten Sie mal. Oh, also bei dem Besserken haben Sie schon, wie Sie so schön sagten... 5,98, alles zusammen. Wo kriegen Sie das? Wo kriegen Sie das? Ah, wow. Jetzt bin ich nicht nur platt, jetzt bin ich auch noch komplett aufgerollt. Halleluja. So, und das alles mit Herz und Seele, ne? Ja. Jetzt sind Sie dran. So, ja. Ich würde dann auch noch ein Strinkgeld springen lassen. Ah, das müssen Sie aber nicht. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut für den, wie gesagt, Herz und Seele. Lumbada, Kapitel 108 auf Discord. Ach, Sie sind ein Schätzchen, weiß ich das. Sie sind ein Schätzchen, sage ich. Wir sind uns schon mal begegnet. Ja, das kann man sagen. Wir hatten das Glück, Sie mal als Chauffeur zum Karma zu haben. Da hatte ich meine beiden weiblichen Begleiterinnen. Ja, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Hm, genau. Ja, das ist schon eine Weile her, aber, wie gesagt, eine markante Stimme, ein markanter Charakter, sowas erkennt man doch immer wieder. Also Sie wissen, wie es läuft in der Gesellschaft, ne? Ja. 5,98, ne? Ja, alles klar, kommt sofort, kommt sofort. Evan, ich würde hier euch nicht unterbrechen, ich fahre da mal kurz ACLS, ne? Mach es, mach es. Alles klar. So. 5,98. Was? Ah, das ist zu viel. Das ist zu viel, Dankeschön. Ach Gott, ich will ihn. Da haben Sie das Menü, ich komme mal rum zu Ihnen, ne? Ja, alles gut. Sie müssen sich das so vorstellen, erstens mal, wir haben hier eine relativ zentrale Lager, ne? Ja, das stimmt. Und das Zweite ist ja auch, dass es uns wirklich nicht um die Wien geht. Sie können sich vielleicht ausdenken, wie viel wir Gewinnspanne beim Wässerchen haben, ne? Und das ist nur ein Beispiel. Mhm. Nicht für übel nehmen, aber ich muss jetzt wirklich ein bisschen an meinen Magen denken. Sie können uns aber ein bisschen unterhalten. Nee, essen Sie in Ruhe und ich erzähle Ihnen einfach, ne? Ja, und das setzt sich natürlich bei allem fort, ne? Bei uns kommen die Leute dann auch rum, nach der Arbeit, auf dem Bierchen für 4,99 und so weiter. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber Sie sehen es ja selber, ne? Naja, wir sind ja schon öfters dran vorbeigefahren. Ja, ich bin im Sicherheitsgewerbe tätig, so viel kann ich verraten. Ja. Und wie gesagt, aber man hat ja unterwegs nicht immer Zeit. Also wenn dann höchstens wirklich mal nach Feierabend hier vorbeikommen, weinschneiden, was trinken, ne? Das wäre schon schön, ne? Ja, um das geht es ja auch. Und wir wollen ja auch offen haben bis um 2 Uhr. Jeden Tag. Okay. Weil gucken Sie mal. Ja, da träume ich von. Ja, das mag sein, aber es gibt halt noch viele Leute, die spät nachts noch unterwegs sind oder vielleicht auch spät von der Arbeit kommen, die dann auch gern mal irgendwo, weißt du, ein Bierchen switchern würden. Und es hat halt alles zu um die Uhrzeit. Ja, das hätte ich mir letztens gewünscht, weil wir hatten da noch ein bisschen länger zu tun. Ja. Sehen Sie? Und dann wäre ja gar nichts mehr gewesen. Ich war halt froh, dass ich noch so eine kleine Notreserve im Kühlschrank zu liegen hatte. Sonst wäre ich echt auf dem Zahnfleisch nach Hause gelaufen. Aber es geht ja nicht nur um die Notreserve. Wir versuchen ja jeden Abend eine gute Stimmung für die Leute zu machen. Wir haben Gesangsauftritte hier. Ganz viele Leute, die man kennenlernen kann. Das Verweilen hier ist es einfach, ne? Ja. Und dazu machen wir auch immer so ein bisschen Spaß dann mit den Leuten, ne? Ja. Vor allen Dingen wäre das mal wieder ein Pluspunkt. Ich habe das nur von den Alteingesessenen, die ich so kenne, gehört, dass sie früher, oh Gott, jetzt höre ich mich an wie ein Opa, der vom Krieg erzählt. Ja, vielleicht sind sie auch ein Opa, weiß ich ja nicht. Früher war hier am Stadtteil immer was los und jetzt, wo ich kam, war es dann noch so ein bisschen die Nachwehen. Aber danach war dann irgendwie auch tote Hose, ne? Ja. Und jetzt, ja, ne? Also jetzt, das kann doch, wenn es so weitergeht mit ihnen, halleluja, dann ist hier mal richtig Stimmung. Und das meine ich diesmal im positiven Sinne. Ja, ja, ich auch. Das freut mich auch, dass Sie da zu sehen. Aber es hängt natürlich auch davon ab, ob Leute wie Sie auch wirklich vorbeikommen oder ob das nur, ne? Sie wissen schon, genau. Kannst du hoffen, also ich kann es nur wünschen. Ich kann ja auch mal, falls mal wieder eine Werbung von Ihnen kommt, kann ich auch mal was Positives drunter schreiben, ne? Ja, machen Sie doch. Habe ich doch gerade gepostet. Können Sie gleich drunter. Oh, dann ist mir das gegeben. Gangen, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe gepostet, weil wir offen haben, mit dem Wässer gehen. Können Sie gleich drunter posten, ne? War lecker da oder was weiß ich, ne? Äh! Schaut mal, Leute. Ja, jetzt, ja, sehen Sie. So, dann gibt es jetzt erstmal was Positives. Müssen Sie aber nicht, ne? Ach, alles gut. Ja, Ul, genau so ist es, mein Lieber. Es ist ein ewiger Traum von der ersten Folge an, dass er gastronomisch aktiv werden kann. Selbstständig, ne? Oh, Svitara! Das freut mich sehr. Und ich habe mich gefreut auf dich, wenn du vorbeischaust. Auf euch alle natürlich. Aber natürlich auch auf jede einzelne Person, ne? Individuell. Und Angel, guten Abend auch an dich. Kazumi. Aber das zeigt doch, dass dieser kleine Disput auf Venture, der dann in der letzten Folge war, tatsächlich die Aufmerksamkeit auf den Kiosk gelenkt hat. Und das ist das, was ich mit Evan ja auch ausgespielt habe. Evan ist ja der Meinung, es gibt keine Negativwärmung. Solange Aufmerksamkeit gemacht wird, ist es doch gut für den Kiosk. Weil auch wenn was Negatives geschrieben wird, die Leute kommen rum und gucken sich dann an, ne? Das finde ich halt echt geil. Das hat sogar wirklich was gebracht für den Kiosk. Schöne Sache. Ja, Lumban, ich habe ein bisschen was darüber geschrieben. In der Zusammenfassung auf Discord unter 108, aber nicht viel. Das kommt dann in der Folge zum Achtgucken. Kein Stress. Ich habe auch ein bisschen was hier zu tun, ne? Gustl, guten Abend, hi. Kazumi, so ist es. Das zeigt sich da jetzt auch ganz gut. Er hat den Disput gelesen und kommt trotzdem. Super. Haben sie wirklich gemacht? Natürlich. Das ist ja ein Wahnsinn. Stereck gucken. Ah. Ja, Sie merken schon, ne? Wir sagen halt auch ein klares Nein zu 24-7. Mhm. Weil die Preise da sind unglaublich hoch. Und noch dazu ist halt alles unpersönlich. Ja, wenn man mal ab und zu mal einen armen Kerl trifft, der da für einen Hungerlohn arbeitet, ne? Wenn dann überhaupt, ne? Aber, ja. Da sehen Sie das auch. Viele können sich das lebendig leisten. Und ich habe das Gefühl, dass die 24-7 oftmals gerne Gewinn mit den reichen Leuten machen. Aber es wird in der Stadt zusehends auf die armen Leute vergessen. Letztens kam einer rum und als er die Preise gehört hat von dem Weserken hier, hat er mich gefragt, ob er gleich 30 Stück haben kann, weil der so Angst hatte, dass ich mit dem Preis wieder nach oben gehe irgendwann. Mhm. Ah. Den Leuten sitzt die Briefplasche doch mehr am Nacken, als man sich das eigentlich wünschen kann in der Stadt, ne? Ja, es ist so. Nicht jeder hat das Geld oder ist reich oder hat einen guten Beruf. Viele müssen auch ums Überleben kämpfen, ne? Mhm. Und deswegen haben wir auch mit vielen unseren Lieferanten schon gesprochen, dass wir die auch um günstigere Preise gebeten haben, damit wir die weitergeben können, ne? Mhm. Das wäre dann direkt vom Abnehmer direkt zum Kunde, ne? Dann spart man sich die ganzen Zwischenhändler, ne? Ja, natürlich bin ich Zwischenhändler, aber bei uns gibt es ja auch noch einen Service dazu, ne? Ja, eben. Das Ding ist halt, gucken Sie mal, bei dem, was wir verdienen, können wir uns kaum über Wasser halten. Es geht plus minus und ein bisschen bleibt noch über. Aber wir wollen halt auch nicht viel Gewinn machen, sondern wir wollen halt für die Menschen was tun. Mhm. Und jetzt geht's auch. Ich hab auch eure Stimme. Ich hätte die nächste Fahrt für dich. Ja, wo? Ähm, Flughafen Einfahrt Delvaro oder so, hätte ich gesagt. Ja. Delvaro. Weißt du, wo das ist? Flughafen Einfahrt, was? Äh, irgendwie, äh, warte, ich bin jetzt eh hier am... Oh, hier bin ich wieder. Ja? Ähm, Flughafen Einfahrt und irgendwie Delvaro oder sowas hat er gesagt. Flughafen Einfahrt Delvaro oder die Stadt denn? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Also Flughafen Einfahrt. Der möchte am Flughafen abgeholt werden, Einfahrt und Delvaro oder sowas gesagt. Ich hab's echt nicht verstanden. Er hat auch ganz undeutlich gesprochen. Hast du eine Nummer? Dann rufe ich den zurück. Ja, warte. Danke, Lumpada, dass du dem Lörg mit dabei bist, ne? Sie agree. Sie ist einmal die... 986 470. 986 470? Richtig, ja. Okay, Hallöchen. Hallöchen. Kann man was Gutes für Sie tun? Äh, nee, gerade nicht. Okay. So, ich mach mal durch. Hola. Ja. Nee, ich sag, Sie, Sie hatten gerade eine Fahrt bestellt, ne? Und ich darf Sie abholen. Können Sie mir genauer sagen, wo das ist? Der Verwahrhof. Der Verwahrhof. Ach so, jetzt weiß ich, wo das ist. Jawohl. Ja, 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 den kenn ich. Ich komm rum. Weil der Einfahrt... Hat sich schon. Ja, ja, kenn ich. Danke, tschüss. 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 So, alles klar. Äh, Benjamin, schläfst du dich mal kurz in den Kiosk rein und sagst den Leuten, ich komm gleich wieder? Mach ich, mach ich. Und der Herr hat ja schon... Ich bin gleich wieder da, ne? Ich bin gleich wieder da. Danke erstmal, danke. Ich komm gleich wieder, ne? Ein paar Minuten schon. Ja, alles gut. Ich gucke. Ah, herrlich. Das, was ich halt kaum für möglich gehalten hätte, ist, dass wir so viel Glück mit dem Event jetzt haben, dass halt non-stop RP da ist, ne? Non-stop. Ich hab sogar zwischendurch das Gefühl, dass wir uns dem RP gar nicht erwehren können. Nein. Finde ich natürlich gut. Und ich weiß auch, dass es wieder weniger werden wird, wenn der erste Hype um den ganzen Kiosk natürlich rum ist. Das ist ja eine natürliche Sache. Von der gehe ich aus. Aber bis dahin genieße ich das sehr, dass es hier non-stop zur Sache geht. Gemeinsam mit euch erleben wir auch heute Abend wieder ein spektakulärisches Erlebnis. Hanna Kutuba, guten Abend! Hi! Schön, dich zu sehen. Da. Es gibt Dinge, die versteh ich nicht. Wie konnte das jetzt passieren? Scheiße! Die ganze Seite! Die ganze Seite! Nein! Scheiße! Ich muss das Ding nachher Fahrt hochbringen. Wenn das jetzt quasi da die Seite ist, hat er ein erheblicher Blechschaden. Und Tal Crash wäre es da natürlich sicher nochmal ein Stückchen schlimmer. Aber den könnt ihr jetzt reparieren, ne? Oh Gott, nee, gibt's doch nicht. Kommt drauf an, wenn es sich zu einem festen Treffpunkt vor nach Partys entwickelt. Denkst du, Quaffan, dass da eine Chance besteht, dass das dauerhaft stark ausgelastet ist? Also jetzt, Real Talk. Denkst du, da besteht eine Chance? Dam, dam. Ja, Lea, da haben wir jetzt so einen kleinen Unfall gehabt, ne? Katsumi, so ist es, ne? Triton, so ist es. Felken, so ist es. Quaffan sagt, denke schon. Also das Ding ist, Quaffan, ich bin ja auch draufgekommen, dass irgendwie nicht mehr so viel los ist. Oder das kann jetzt subjektiv sein oder auch nicht, aber ich empfinde es halt so. Während der Woche und am Sonntag. Und genau da haben wir ja auf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Dauerhafen oder ein Dauerbecken wird, ne? Für Leute, die halt so den Kiosk auch so als Anlaufstelle oder Ausgangsbasis sehen. Aber das ist jetzt Wunschdenken. Ja, alles gut. Priest, befürchte ja. Hola. Hallo. Einmal zu Alter Street, bitte. Also ich für Alter Street Apartments? Genau, genau. Zu dem Parkautomaten direkt, jo. Ein Bankautomaten. Weiter kannst du nicht drüben. Moment, eine Sekunde. Bevor jetzt die Damen am Telefon mich weiter... Nochmal, was hatten sie gerade gesagt? Äh, weiter kannst du nicht zum Automaten drüben bei der Alter Street Tower? Genau, machen wir. Ähm, ne andere HV, ich auch, aber was denn jetzt? Dragon, okay. Quaffan, ja. Ja? Ja. Ja, natürlich. Ne, Matzi, das war jetzt gar nicht das Problem. Ich war der felsenfesten Überzeugung, das geht sich mit der Kurve aus. Aber, Wahnsinn. Na toll, das hätte ich gedacht, da komme ich gleich mal kurz. Oh, vorbeigern, ich arbeite jetzt so. Na gut. Na gut. Muss ich wieder mal einarbeiten, einlesen, etc. So ist es dann. Dann melde ich mich wieder nochmal, ja? Bis dann, ciao, ciao. Ein Wunderschön. Ja, Ihnen auch. Herzlich willkommen bei der Staxi, wo das Lächeln auf den Lippern sitzt. Ja. Sie sind ja mal im Starte. Schön hier. Sie sind im Starte? Was? Wieder im Starte. Sie sind wieder im Starte? Ach, Sie sind angekommen. Ja, ich bin gerade wieder angekommen, ja. Ja, hör mal. Herzlich willkommen zurück. Ich war schon im Urlaub für zehn Tage. Oh, dann wissen Sie das Beste ja noch gar nicht. Oh, was hat gerade jetzt fasziniert passiert. Kommen Sie rum am Startpark. Unser Kiosk hat endlich auf. Ach, Sie haben Kiosk auf, ja, was? Das ist doch so schön. Ja, Anlaufstelle für alle Leute aus der Gesellschaft. Für die Reichen wie Sie, genauso wie für die Ärmsten. Das finde ich schön, das finde ich schön. So wie ich es jetzt. Haben Sie den Urlaub genossen? Ja, definitiv. Das finde ich wieder schön. Ein bisschen Jetlag zu campen, aber ansonsten geht alles. Bange weit weg? Portugal, 13 Stunden Flug. Boah. Ja, eine Sekunde. Ja, ja. Ja, das könnte sein. Anders schon, von Eben und Harisch Bestes. Hallo, Vincent Moor von Crucial Fix. Ah, ich grüße Sie. Ja, und zwar, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt kommt eine Lieberin zu uns, ne? Ich weiß. Nee, nein. Genau, die haben bestellt, beziehungsweise, die haben, die wir ihren Namen bestellt, für euch. Ja, ja. Und, ja, das wäre jetzt fertig. Vielen Dank. Ja, und ich bin jetzt am Stadtpark, wenn Sie rumkommen, beim Kiosk vorne. Dankeschön, haben noch. Tschüss. Ich weiß, tschüss. Ich bin jetzt, ich bin jetzt am Stadtpark vorne, wenn Sie rumkommen, liefern. Okay. Ähm, kommen Sie mit dem Fahrzeug liefern? Ähm, ich glaube, wenn wir zu zweit laufen, geht es ja schnell. Okay, passen Sie auf. Ich habe mein Lager auf dem Parkplatz hinter der Fliegerbank. Auf dem großen Parkplatz, ne? Kommen Sie da mal eben lecker rum. Okay. Super, dann erwarte ich Sie. Bis gleich. Vielen Dank. Okay, bis gleich. Ciao. Also, wie schon gesagt, ist von Alice Storage, ist also von Nikita ein großer Auftrag, auch ein Crucial Fix vergeben worden, für Ware, die Evan jetzt hier verkaufen soll. Und die wird wohl jetzt geliefert, das ging schnell. Vielleicht macht sie, nein, das zahlt die Firma. So zwei Bögen und macht dann ein Kreuz und unten sind die zusammen und dann hauen die noch noch Salz drauf. Das ist eine Brezel. Das kann man nicht beschreiben, muss man sehen. Und vor allen Dingen, die verkaufen das da wie geschnitten Brot. Ja, wir haben in drei Tagen 120 Aufbackbrezeln verkauft. Siehst du? Wir machen die frisch, ja. Wir machen die ganz frisch, ne? Äh. Aber Ihnen zeigen kannst du mir nicht, ne? Weil wir gerade keine mehr auf Lager haben. Ich warte gerade auf die Nachlieferung. Aber das dauert nicht lange. Im Laufe des Abends kriege ich die nächsten, ne? Ja, nur als Anschlussmodell. Ich habe jetzt versucht, dir die Brezel zu erklären, aber wenn du das nicht aufzeichnest, ich kann die Dinger nicht, wie gesagt, muss man gesehen haben. Es ist ein Laugengepäck, es sieht so ähnlich aus wie eine Acht, es ist nochmal eine Schleife drum rum, es ist ein Laugengepäck mit Salz und alles. Ist schwer zu sagen. Ah, siehste, der Mann hat das super beschrieben. Wie so ein Endloszeichen. Fast, fast. Ja. Bellamy? Ja, bitte? Ich habe gerade den Wagen kaputt gefahren. Könntest du den austauschen und gegen ein anderes Taxi in den Zentralen wiederkommen? Welchen hat sie denn? Den hier vorne gleich, ne? Ja, genau. Ich kann gerade nicht weg, es ist richtig eine Lieferung, ich danke dir. Ja, ja, ich tausche den, ich tausche den aus. Danke, tschüss. Hoffentlich nicht schlimm ist passiert. Ach, ist nur ein Blechschaden, zwar nachheblich, aber es passiert. Ja, das ist die Nervosität, ne? Ja, da hatten wir neulich was, wir hatten neulich einen Granger, da sind die Türen abgefallen. Oh, nee. Ja, und dann sagte mir ein Kollege von Maryweather, du, da brauchst du dir nichts, da brauchst du dir nichts bedenken, bei denen sind mal gleichzeitig zwei Türen vorne abgefallen. Er war froh, dass die Motorhaube noch geholfen hat. Ja, ich würde sagen, Montagsmodell. Aber wirklich. Und Flügeltüren, ne? Ja, da weißt du ja nie. Ja, wenn du die Flügeltür aufmachst und vergisst, dass sie nach oben aufgehen, ne? Dann macht es einmal, äh, äh, ähm, ja gut. Ja. Aber da musst du schon ordentlich abdrücken. Ja, die Karre von unserem Chef, der hat sich so ein italienisches Tieffluggeschoss zugelegt. Ah, je. Wahnsinn. Also allein schon die Bedienung von diesen Türen, wahnsinn. Ja, ich wollte ja heute meinen Wagen nur lackieren lassen. Hat nicht funktioniert. Aber das nicht. Echt? Ja, weil Paint Brothers nicht erreichbar ist und Brains Paint Shop nur Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags und Samstags annimmt. Genau. Ich hatte auch Glück, dass der Kollege, den sie da hatten, am Samstag früh so früh Zeit hatte. Weil ich wollte mein Bike markieren lassen. Und wie gesagt, das war mehr Glück als Zufall, dass ich vorbeigefahren bin und dann in dem Moment auch auf Venture der Post kam. Jungs, wir haben früher auf. Ne? Dann bin ich auch gleich rein. Ich weiß schon, ja. Ich weiß schon. Ja, gut. Ne? Das ist natürlich alles so eine Sache. Ja, es ist teilweise. Man kann immer froh sein, wenn man noch jemanden anders erreicht. Das stimmt. Ich kriege übrigens gleich eine große Lieferung. Also, da gucken wir gleich mal, was dabei ist für sie, ne? Ja, gucken wir aber gleich. Bitte! Hey, vielen Dank! Ich weiß nur, was ich jetzt beim Tuna mindestens an meinem Wagen machen lassen habe. Danke ganz, ganz herzlich für deinen Support. Wie du vielleicht weißt, freue ich mich sehr darüber. Schwarzes Kennzeichen, Scheibentönung, Xenon-Licht und wir sehen die Reifen oder die Felgen, die hier reinkommen sollen, sind. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im zweiten Monat. Alles klar. Einen wundervollen guten Abend. Hi. Hi. Ja, habt ihr noch Brezen da? Sie waren schon mal bei uns, ne? Ja. Ja, ich habe gerade die letzten Brezen verkauft. Ich kriege die nächste Lieferung jetzt noch im Laufe des Abends, aber es könnte auch ein Stündchen dauern, ne? Aber Sie haben Salzstangen? Ja, ich habe Salzstangen und ich könnte auch ein frisches Eierbrötchen schmieren. Oh, dann nehme ich ein Eierbrötchen. Also Eierbrötchen ist 4,49 und die Salzstangen sind pro Stück 49,10, sind aber nur so ganz kleine Salzstangen, ne? Ja, ja. Nee, dann nehme ich das Brötchen. Ja, gerne doch. Ich mache es doch mit Liebe, ne? Sie wissen doch, wie es läuft. Hey, ich freue mich, dass Sie rumkommen. Das ist eine Ehre. Ja, ich habe Sie vermisst. Oh, warum das denn? Naja, Sie hatten doch jetzt zugehabt. Freitag, Samstag ist grundsätzlich zu. Es sei denn, wir machen aufgrund außerordentlich auf, ne? Ah, okay. Sonntag bis Sonnstag ist immer fix von 22 Uhr, 30 bis 2 Uhr nachts. Das ist grundsätzlich immer. Und manchmal, wenn wir mal Bock haben, machen wir auch mal früher auf, so wie heute, ne? Ja. Ja, sehr schön, ja. Haben wir nicht gestern telefoniert? Rainy? Ja, wenn Sie von Rainy sind, haben wir gestern telefoniert, das stimmt, genau. Ja, ich arbeite jetzt seit neuestem Tag. Ja, schön. Ich komme, dass Sie heute noch abholen, ne? Mhm. Ja, ich arbeite heute nicht. Ich mache heute mal frei. Ach so. Verstehe. Ja, ich habe zwar jetzt zwar neu angefangen, aber ich habe jetzt da drei Tage durchgehend alleine gearbeitet. Ach nee, wieso das denn? Ja, weil kein anderer Mitarbeiter da war. Schade. Haben die keinen Bock oder wo anliegt das? Ähm, gestern war in der Hochzeit. Wette, alles top, wie ist es bei dir? Viel, viel Dank für dein Abo und für sein Zeit. Ja, ich jetzt natürlich, weil ich kannte die nicht. In der Weinerie war in der Hochzeit. Äh, das kann sein. Ja. Ja, und dann habe ich alleine gearbeitet, weil die Kunden wollen ja beliefert werden. Das ist richtig, ne? So ist fertig. Warst du trinken bei für die Kehle bis zum Befeuchten? Warst du? Äh, ja. Sehr gerne. Und weißt du können, wenn es günstig sein soll für 1,49, ein Bierchen, Eierlikörchen, Käffchen, Energie, Sprank, Cola. Ach, ich nehme ein Bier. Und ein Bierchen. Na, sicher da. Ein lecker Bierchen drauf. Was? Na klar doch. Na, sicher. Ein Bierchen. Es ist kühl. Es ist eingekühlt, ne? Ah. Mhm. So, dann packe ich das mit Liebe und Herz hier fest auf den Tisch vorhin. Ja, perfekt. Und das Ganze wären dann 9,48 später. Dann bedanke ich mich. Oh, danke Ihnen. Was sagen Sie eigentlich zu unseren Preisen? Ich frage Sie. Die sind mega. Also. Was ist da denn los? Was ist denn da los? Was ist hier los? Gute Frage. Was ist das denn? Kann man einer später die rufen, bitte? Bin schon dabei. Ähm. Leute, gebt mal alle zum Kiosk. Hey! Verpiss dich! Ruhig bleiben! Run, run, run. Ja, von der Reis hier. Einstreichen, bitte sofort zum Stadtpark an den Kiosk, an den neuen Schlägerei mit, äh, Stichwerkzeugen und Schlagwerkzeugen. Stopp! Oh mein Gott. Oh, shit. Peter flüchtet gerade. Run, run, run. Run, 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 run. Was ist die Stadt denn? Ähm, vom Stadtpark aus in Richtung, äh, in Richtung... Was ist die Stadt denn? Mit Fahrrädern. Wird immer schlimmer hier. Das gibt's doch nicht! Scheiße, ruf vor das MD! Ruf vor das MD! 912, na, ruf ich gerade schon an. Ich lege ihn mal, ich lege ihn mal in die stabile Seite. Ach du Scheiße! Was war das denn? Ich sag's euch ja, da wird so viel APR entstehen am Stadtpark, das ist phänomenal. Grün und Hose, weißes Oberdeck. Ach du Scheiße! Halt durch! Die kommen gleich! Habt ihr schon MD, äh... Ja, ja, komm alle, komm alle, komm alle, komm alle. Können sie da mal ein bisschen helfen, unterstützen? Ja, klar, klar, klar. Ja, Quaffan, das denkt Evan jetzt aber nicht. Die MD-Ausstecher gehen nicht ran. Ja, dann das BD, kommen die wenigstens? Ich schick in einen Streifenwagen sofort hier, die hab ich Ihnen verständigt. Ja, die sollen ja schon Hilfe machen. 912 ist MD, ne? 912 ist MD, ich ruf. Ja. Zauber fördern. Grüne Hose, weißes Oberdeck, grüne Käppi, okay. Ich hab ja schon gehört, dass, also Evan hat ja schon gehört, dass MG da wohl ein paar Probleme hat mit ein paar Leuten, ne? Ach, okay, grün ist BMX. Aber dass die jetzt vorm Kiosk abstechen... Ja, BMX habe ich nicht ran, aber ich wusste jetzt nicht, welche Farbe. Ich drück mal hier drauf. Ruf nochmal PD an, dass die da irgendwie beim MD Druck machen. Ja, Juno, ne andere Person hat, glaube ich, MJ ist da abgestochen gerade. Ich glaube, dass da ein paar nicht begriffen haben. Was ist dat denn für ne Scheiße hier? MJ, halt durch! MEIN GOTT! Versuch mal jemanden direkt im MD zu erreichen. Dragon! Im Dienst. Ach du meine Güte. Weiß einer warum? Also, hat das jemand mitbekommen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Hallo, verstanden. Abgestochen, Kaiser-Embau. Hallo. Hallo! Ähm... Ist das okay hier? Nee, Kollege wurde gerade abgestochen. Oh Gott! Oh Gott! Scheiße, wegen mir das wieder mal. Äh, passen Sie bitte gut auf hier und kommen Sie bitte mit mir gleich zum Lager, damit Ihnen nicht auch noch was passiert, ja? Ja. Weg hier, weg hier. Wir gehen nach hinten, Moment. Hallo. Doch, ne, wir gehen nach hinten. Wollen wir gucken, ob abgeschlossen ist. Kommen Sie weg hier. Die Stelle ist nicht erreichbar von MD. Guckt euch das an. Und das Ding ist natürlich, Evan kriegt jetzt alles direkt vor der Schnauze gesetzt, ne? Egal, was da am Stadtpark sonst so passiert. Äh, Flying Matze, das glaube ich nicht. Dazu müsste schon ein Hinrichtungsantrag bestehen, weißt du. Ich meine, das weiß ich jetzt nicht, ob der besteht, ja? Aber wenn er nicht besteht, dann, dann, äh, dann muss das nicht sein, ne? Aber wenn ich korrekt informiert bin, kannst du natürlich als Spieler entscheiden, ob dein Char sterben soll oder nicht. Aber ich bin in der Thematik nicht sehr drinnen, weil ich das im Moment nicht als Option für Aven seh, ne? Aber ja, ne? Bitte komm schon rein, wir schließen ab von innen, ne? Okay. Das ist ja zu gefährlich. Und wenn sie genau wissen wollen, will ich auch nicht, dass die Leute sehen, dass ich hier ein Lager hab. Ah, okay. So, was haben Sie denn Leckeres mitgebracht jetzt hier? Ähm, zwölf mal Zitronen-Muffins, zwölf Schoko-Muffins, zwölf Gemüse-Muffins, zwölf Nougat-Donuts, zwölf Strawberry, achtzehn Cappuccino, achtzehn Espresso, achtzehn Latte-Machetto. Geile Scheiße. Können Sie mir das alles da reinpacken in den Schlager, bitte sortiert? Ja. Das wäre ganz lieb von Ihnen, ne? Machen wir. Ja, grob, ne? Wenn du fängst du an. Ja. Quantenkatze, ja, das ist da, ich bin mir ganz sicher, dass das natürlich für Furore sorgt, ne? Hier im Stadtpark, was da passiert. Dragon, das werden wir rausfinden, oder? Gut. So, guck ich mal eben. Ja, die Rechnung geht an Alice Storage. Alice Storage, genau. Können Sie so lange den Ausweis hin? Ja, ja, dann kriegen Sie natürlich, das ist klar. Müssen wir dann eintragen ins Erde-Pickel. Ja, haben Sie. Alles gut, Flying Matze. Fragen sind natürlich immer willkommen. Wenn ich Sie beantworten kann, freue ich mich. Wenn nicht, dann nicht. Bitteschön. Dankeschön, sehr lieb. So, jetzt guck ich nur mal rein. Das ist ja ein Wahnsinn, ne? Was Sie da lecker von Dresden gepackt haben. Alles. Ja. Also die Muffins, die nehm ich mal direkt mit nach vorne, wenn sie wissen, was ich meine. Mhm, mhm. Ja. Ja, die ist eine klare Angelegenheit hier. Und dann reist hole ich später. Sie sind ein Schätzchen, Sie beide, nein? Dass Sie das gleich rumgebracht haben. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ja, wir sind jetzt fertig und hatten gerade Zeit. Und dann machen wir das. Herzlichen Glückwunsch zu dem großen Verkauf, nein? Und danke für die schnelle Lieferung. Ja, gerne. Ja. Und was verkaufen Sie das eigentlich bei Ihnen im Laden? Ähm, Donuts, Muffins, Bagels, ja, und verschiedene Kaffeesorten. Ja, ne, ich meine, um welchen Preis hat meine ich jetzt? Ähm, die Donuts, also Donuts und Muffins für 8 Dollar und die Bagels für 15. 15? Kaffee 6 Dollar. Okay, alles klar. Na, das ist ja ordentlich, ne? Da haben Sie ja ordentlich jetzt Umsatz gemacht. 7, 800 müssten das gewesen sein, ne? 700. Wahnsinn. Ja, vielen Dank für diese prompte Lieferung. Ich freue mich ja natürlich sehr, weil wir sind ein neues Unternehmen und Sie können sich vorstellen, dass wir auch erst mal ringen müssen ums Überleben, ne? Ja, natürlich. Da ist eine Spende immer eine tolle Sache. Genau. Super, okay, dann wünsche ich Ihnen noch, kommen Sie gut und vor allem schnell wieder rüber. Es ist gefährlich hier, selber nicht hier sehen, ne? Oh Gott, ja, ja. Der wurde abgestochen, der ist jetzt weg, meine ich. Oh Gott. Oh je. Also, wenn der das überlebt, dann gratuliere ich ihm. So, laufen Sie, laufen Sie. Ist wirklich eine Scheiße hier im Stadtpark. Seien Sie froh, dass Sie dahinter sind mit Ihrem Laden. Bin Sie, nehm. Alles klar, Lea. Ich finde es aber auch interessant, es ist sehr interessant, zur Situation mitzumachen. Ja, ja, Flying Matze, der Eben wird da jetzt viel miterleben von den Dingen, ne? Gucken wir mal, was hier los ist, ne? Aber ja, das stimmt schon, wenn jetzt die ganzen Einsatzkräfte da stehen, das ist wieder ein bisschen, ne? Da wird auch wieder so ein bisschen Interesse geschürt, aber das ist natürlich nicht auf das, was Eben jetzt denkt. Eben hofft jetzt erst mal darauf, dass Eben hier wieder überlebt und dass es ihm gut geht, ne? Wahrheit zu sagen, andernfalls machen Sie nach § 30 StGB Absatz 2. Termin? Glaubst du mal kurz bei der Pflege, wegen Zeuge? Was weißt du? Haben Sie gesehen, was hier passiert ist im Stadtpark? Ja, habe ich. Können Sie mich am Kiosk vorne befragen? Ich muss doch kurz die Sachen, die ich dann in der Hand ab einräumen, ne? Ja gut, ich weiß ja, dass sie auch jetzt hier sind und... Ich laufe nicht weg, ne? Gutes Willen, mir gehört der Kiosk da. Ich laufe nicht weg. Nein, alles gut, wir kennen uns doch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ne? Nee, ich räume nur ein, kommen Sie dann gleich zu mir, ne? Okay, machen wir. Kriegst du lecker ein Käfchen auf Haus, ne? Ah, wenn sie mich so weit ist, meine. Danke. Gerne, gerne. Mein Gott, ist das verrückt hier, ne? Habt ihr das gehört, um was das verkauft wird? Das ist ja Wahnsinn. Oh Mann, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja, mir geht's gut, wie geht's Ihnen denn? Ja, durcheinander, aber sonst geht's mir gut. Ja, durcheinander trifft's wohl gerade. Ja, guck mal, meine. Ich bin auch ein bisschen neben mir jetzt. Scheiße. Ist doch alles nicht real hier. Ja, Stadtpark halt, ne? Naja, Stadtpark halt. Ich will da schon Ruhe reinbringen mit meinem Kiosk. Ja, 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 ist ja auch richtig so. So soll es ja auch sein. Ich dachte mir gerade noch, was machen die denn da für eine Scheiße? Weißt du, zack, abgestochen. Ja, ich dachte erst, okay, keine Ahnung, die streiten sich vielleicht nur. Aber dass der gleich ein Messer rausholt. Ja, und das Problem ist, ich will da auch nicht dazwischen gehen, ne? Am Ende fällt er auf mich zurück. Nein, nein, eben, richtig. Bloß nicht dazwischen gehen. Das ist eine Katastrophe, wirklich. Boah, ey. Boah. Wie geht's Ihnen jetzt? Wollen Sie nur was haben auf Haus? Achso, nein, 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 nein. Ich hab noch alles, Dankeschön. Ja, wollen Sie ein Bonbon zur Beruhigung? Ne, ich hab das Bier noch. Achso, ja. Ach, Mann, 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 ey. Ach du meine Güte. Ja, Piloten, was glaubst du, wo man das liegt? Es fallen ja so viele Leute da, ich meine. Da sehen Sie mal, wie wenig die Verbrecher das interessiert. Ja. Absolute Katastrophe. Wahnsinn. Ist zum Kotzen, wirklich. Zum Kotzen ist Zitronen, Muffin, hab ich jetzt, so. Ist drin, Zitronen. Es ist zum Kotzen, was die Verbrecher da alles aufführen. Denen ist es scheißegal, ob Leute zugucken oder nicht. Ich meine, blöd gesagt, es hätte jetzt einer eine Waffe ziehen können und ihn auch erschießen können oder irgendwas. Ja, oder unboxen oder was weiß ich, ne? Ja, ich meine, ich habe auch ein Messer dabei, aber... Ja, ja, aber man traut sich da natürlich nicht, das verstehe ich, ja, ne? Äh, richtig, ja. Oh, Mann, ey. Bis zum Kotzen. Das ist alles zum Kotzen hier. Oh, ja. Hallo. Hallo, Geralt. Hallo, Geralt. Hier ist gerade was passiert. Was passiert? MJ wurde abgestochen. Wundert mich nicht, um ehrlich zu sein. Ah, warum dat denn? Warte mal, ich komme raus zu dir. Warum dat denn? Der ist manchmal ein bisschen penetrant, glaube ich. Ach so. Ja, aber trotzdem, da muss man ihn doch nicht abschauen. Aber wisst ihr von wem, oder? Nein. Nee, es kam nur einer rumgelaufen. Ja, ja, auf dem Fahrrad, ne? Kam rum und dann so. Yo, yo. Run, run. War das so Southside-Slang, oder? Ja, klang so, ne? Aber ich bin auch kein Profi. Ich habe nur hier ein Büdchen stehen, ne, Geralt? Oh Gott. Was ist denn heute schon wieder hier los? Vor allem hier. Oh Gott. Ja, ja, mit unserem Kiosk werden wir da noch einiges mitmachen. Das hilft auch wenn man sie. Ich glaube auch, ja. Scheiße. Boah, das tut mir aber echt leid. Ich habe hier nur die ganze, überall Polizei und sowas gelesen und ich dachte mir, ach du scheiße, was ist denn schon wieder los hier? Ja, ja. Nein, schon Wahnsinn. Oh Gott. Geralt, ein kleinste Beruhigung. Ja, ich nehme was. Eierlikörchen. Ja. Wie teuer? Ja, bei mir kostet ja am billigsten 4,99. Wo kriegst du das? Ja, das kriege ich noch hin. Das kriegst du nirgends von dem Preis, weißt du? Ja, Geralt. Nee, das ist so. Bitteschön. Gib dir das Geld schon mal da hin, ne? Ach, du bist so ein Schätzchen. Du bist so ein Schätzchen. Geralt. Der ist auch kühl, ne? Oh, geil. Naja, Likörchen für die Nerven, ne? Zack. Danke dir. Ach. Tut auch mal gut, ey. Es ist auch widerlich. Man kann sagen wie diese, aber es tut auch mal gut. Geil. Boah, ich finde Eierlikör richtig geil, wirklich. Ja, das freut mich. Ja, wir haben das ja drinnen, vor allem wegen der Eierbrötchen, was wir haben, ne? Das passt ja wunderbar zusammen. Ist MJ jetzt im MD hier? Ja, ja, ich hoffe, der kommt durch. Ja, lecko mio. Wird der einfach abgestochen. Ei, ei, ei. Aber das Schlimme ist, wir standen da zu fünft. Und der ist dem nachgelaufen, zückt das Messer und sticht den ab, ne? Oh Gott. Aber das Problem ist, ich trau mich auch nicht dazwischen gehen, da waren wir uns weiter. Hm. Und wenn der dann ne Knarre zieht, bin ich weg, ne? Oh je. Hm. Ich hoffe, es bezieht sich nur auf ihn. Hm. Ja, denkst du, dass die alle auf Alice Taxi gehen, oder wat? Ja, ich hoffe nicht. Ja, weil du weißt ganz genau, was mit mir passiert ist. Ja, ja, ja. Das war ja auch ne schlimme Sache, damals, so wie sie eingepackt und entführt wurden. Ja, und dann so mit, ähm, äh, mit dem Kommentar, ja gegen dich geht das jetzt nicht, aber wenn kein Geld gezahlt wird, dann verlierst du halt deine Hand und deine Kniescheibe, aber so. Scheiße, Gerhard. Das gibt's ja gar nicht. Super Gefühl, ich sag's dir, Evan. Ja, ich wurde ja auch schon mal eingepackt, ich weiß wieder dies. Das ist einfach nur Scheiße. Ich sag dir... Wie die Kronfeste, erschütternd. Ja, und wir sind einfach nur die netten Bürger, die eigentlich nur arbeiten, ne? Wie so Ameisen. Das klingelt. Das klingelt. Ja. Ja, Evan und Haris Bestis. Cyprus Logistik, all righty, hallo. Hi. So, ich hab mal schnell deine Bestellung zurechtgepackt und wir können sie jetzt bringen. Ja, bitte, lecker hinten auf dem Parkplatz, hinter der Fliegerbankanschlager, ne? Hinter der Fliegerbank am Stadtpark ist ein großer Parkplatz. Äh, Fliegerbank, okay. Kennen sie den Stadtpark, kennen sie, ne? Ja. Genau, und da ist eine Bank. Ach so, und da dann rein, ja. Und da ist die schmale Gasse nach hinten. Ja. Da haben sie aber Zufahrt von der Seitengasse, ne? Hinten können sie lecker reinfahren, da ist mein Lager. Rufen sie an, wenn sie da sind, dann komme ich nach hinten. Ja, super. Okay. Äh, eins muss ich aber sagen, die Eierbrötchen, die müssen sie bei der Mega-Mall bestellen. Die haben wir hier nicht auf Lager. Okay, aber dann kommt das auch nicht in die Rechnung mit rein, ne? Ne, richtig. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid, ne? Genau, einmal, einfach Mega-Mall bestellen, da. Mach ich, mach ich. Gut, dankeschön. Super, dann komme ich mal rum. Wunderbar, bis gleich, tschüss. Ja, bis gleich. Ah, was ist denn nun mit der Stadt los hier? Ich kann euch so viel über Evan erzählen. Der hat mittlerweile so viel mitbekommen, was da alles passiert ist. Dass der zukünftig nicht mehr zögern wird, wenn es gegen ihn geht. Dafür hat Evan schon zu viel Enttäuschungen erlebt und mitgemacht, ne? Kaum schaut man rein bei Evan ist bei Evan Blaulicht. Ja, Gunny, hallöchen, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie war's Wochenende? Der wird zukünftig am Stadtpark wohl öfter sein, ne? Alles klar, die Cops sind beruhigt. MJ ist wahrscheinlich auf dem Weg ins MD. Philippi, hallöchen. Ich hätte dir, ich hätte dir, entschuldige, wenn ich du sage. Ja. Ist bei uns in den Niederlanden so. Niederlanden bekommen sie. Na, ich wünsche dir, dass der Abend ein bisschen ruhiger bleibt, als er jetzt war. Na, und viel Erfolg. Ich mache mich dann auf die Socken zum MD. Wunderbar, ne? Wenn sie was zu feiern haben, kommen sie auf dem Bierchen später rum, ne? Na, leider nicht. Eigentlich wollte ich MJ engagieren, dass er mich nachher am MD abholt, weil er mich zum Flughafen bringen muss, weil ich muss eigentlich, sobald das MD fertig ist, rein ins Flugzeug und dann nach Hause für zwei Wochen. Oh, ne. Aus unangenehmen Gründen. Ich kann's dir ja mal erzählen, wenn ich jetzt zurück bin und wir auf dem Bierchen uns hier treffen. Ja, gerne. Das machen wir. Alles klar. Ebenso, alles Gute für das MD. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja? Kevin, kannst du fahren? Äh, ne. Ich darf gerade nicht weg, weil wir hier wohl MJ abgestochen wurden. Ja, ich weiß. Ich war ja auch da. Ja. Ich bin aber an der Leitstelle und fahr gerade nicht mehr. Deswegen, ja, ist in Ordnung. Dann ruf ich nochmal jo an. Okay. Jo, es tut mir leid. Ich darf nicht weg, ne? Ne, alles gut, alles gut. Jo, ciao. Philipp, F. Suhl, genau so ist es. Guni, zu kurz, das kann ich mir vorstellen. Aber noch ist es ja nicht um, ne, Guni. Noch sind ja noch ein paar Stunden vom Wochenende da. Noch ist ja eine Option gegeben. Nicht verstecken? Nein, 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 wenn ich gerade nur gewischt bin, dass ich heimlich am nascheln bin, ne? Alles klar. Ich bin heimlich am nascheln. Ah. Hi. Hi. So. Einen wunderschönen. Mir wurde gesagt, Sie haben auch zufällig was gesehen. Also zufällig was gesehen. Ja, ich wollte fast schon dazwischen gehen, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut, ne? Ah. Gut, dann brauche ich einmal Ihren Ausweis, bitte. Aber sicher. Lecker auf der Hand. Ne, hier ist er doch. Mhm. Wie in der Kiosk-Positor hier. Cedric, hi. Auch an dich ein herzliches Hallo. Alles klar, Herr Lassen. Andersson, bitte. So, dann muss ich sie anders an, ja. Genau. Okay. Dann muss ich sie einmal natürlich noch belehren, dann können wir nämlich gleich hier die Aussage aufnehmen. Machen Sie mir ran da gleich. Ja, das ist super. Genau. Aber es ist hinter mir. Ich belehre Sie hiermit als Zeuge nach Paragraph 13 StPO Absatz 1, haben Sie das Recht zu schweigen, wenn Sie sich selbst belasten würden, oder mit dem Angeklagten verheiratet, verwarnt oder verschwägert sind. Ja. Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Andernfalls machen Sie sich nach Paragraph 30 StGB Absatz 2 der Falsch-Argsorge schuldig. Wunderbar. Es steht Ihnen frei, sich jederzeit einen Anwalt Ihrer Wahl auf eigene Kosten zu nehmen. Haben Sie das so verstanden? Laut und deutlich. Perfekt. 2022. So. Dann hauen Sie mal raus. Was haben Sie denn gesehen? Was ist so passiert? Ich habe gesehen, dass mein Kollege von El Staxi, das ist der Melvin Jacobs, Spitzname M.J., dass der hier bei uns war, so wie immer. Der kommt ja, wenn er Pausen hat, rum auf ein lecker Bierchen oder in dem Fall auf ein Wässerchen. Und ja, dann plötzlich kamen zwei Personen, und zwar von da hinten aus Strawberry, vermutlich hochgefahren hier auf dem Stadtpark, haben die Räder dann hier hinten geparkt und dann ist einer abgestiegen und plötzlich ist er dem M.J. schon nachgelaufen, der Melvin. Ja, in mehreren Kreisen haben sie sich geprügelt und plötzlich zieht er das Messer und sticht ihn ab. Und jetzt klingelt es und dann muss ich kurz ran. Darf ich? Ja, gehen Sie kurz ran und sagen, dass Sie dann zurückrufen. Ich bin gerade in der Polizei-Vernehmung. Können Sie ein Minütchen warten? Ja, natürlich. Komm gleich, danke. Tschüss. Alles klar. So. Augenhaft. So, er wurde dann abgestochen und was ist dann passiert? Dann sind die zwei aufs Fahrrad und weg. Dann hat er noch gerufen, ran, ran, ran. Weiß nicht, was das bedeuten soll, aber dann sind sie weg, die beiden. Wobei der Inaktive von den beiden, der ist am Fahrrad geblieben da hinten und hat nichts gemacht. Und ich bin dann noch so hinlaufen, was soll die Scheiße hier und dann nur ran, ran, ran. Weiß nicht, ob sie wieder ran wollten an mich oder ran oder weg oder weiß ich. Und dann weg, ne? Okay. Haben Sie eine Beschreibung von dem passiven Lüben zufällig? Weißes Outfit. Ich meine, ich weiße Hoodie, glaube ich. Hey, Real Sim Pilots! Was war so das für eine Farbe? Also ich habe nur mal weiß im Kopf, ob es hat Bike oder der Hoodie war weiß. Ich habe auf das nicht geguckt, ne? Mein Fokus galt da wirklich nur, nein. Okay, okay. Real Sim, willkommen und vielen Dank für unglaublich tolle zwölf Monate! Ich freue mich sehr. Dankeschön, Herr Andersson. Ja, nicht dafür. Dann haben Sie dann den Ausweis immer wieder, bitte. Dankeschön. Darf ich Sie noch auf heute einladen jetzt, nach dem Stress hier? Ne, passt schon, danke. Wir müssen auch direkt schon wieder weiter eigentlich. Schade. So ein Käffchen oder ein Donut, weißt du? Ne, ne, passt schon, danke. Aber trotzdem vielen Dank. Okay. Mein lieben Dank, ganz nett. Kommen Sie gerne ab und zu rum. Sehen Sie, was hier passiert? Und ich habe es auch schon Kolleginnen und Kollegen gesagt. Wenn Sie von BD ab und zu mal ein Minütchen hier bei uns am Tresen stehen. Ja, das stimmt. Dann wird sowas nämlich vermieden mit der Zeit. Das stimmt. Nein. Dann muss ich zustimmen. Und wir, es geht uns nicht um Profit, sondern einfach nur, dass hier eine Sicherheit einkehrt. Und ich will sowas nicht. Ne, einfach eine Sicherheitszone, eine Ruhezone für die Bürger hier. Genau. Das will ich mit dem Kiosk auch schaffen. Und sie könnte in der Tat kräftig mithelfen. Weil jetzt haben wir genau wieder ein typisches Beispiel dafür, was da für eine Scheiße abgeht, ne? Ja. Mir blutet das Herz wirklich. Deswegen, und das ist, muss einfach nicht sein. Es ist so. Alles klar. Wir machen uns mal wieder auf den Weg. Wir schauen mal, ob wir vielleicht doch noch jemanden finden. Und danke, dass Sie nochmal Bescheid gegeben haben und uns die Aussage gegeben haben vor allen Dingen. Ich danke Ihnen. Und wie gesagt, wenn es ruhiger wird, kommen Sie gerne rum. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gerne. Gleichfalls. Danke. Tschüss. 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 Ebenso. Also ich warte nur drauf, bis Sie den Ewen abknallen, ne? Da kann es sich nicht mehr um allzu lange handeln. Ihr seht, was da los ist. Wenn jemand am Stadtpark wirklich was zusetzen will, da ist der Ewen weg. Knallhart weg. Das wird nicht lange dauern. Das wird nicht lange dauern. Real Sim, jetzt kann ich es nochmal in Ruhe sagen. Ganz herzliches Dankeschön für dein Abo ins zwölfte Monat mit Prime. Herzlichen Glückwunsch zum Abzeichen, zum Jahresabzeichen jetzt. Und schön, dass du heute Abend auch hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut und dein Wochenende war schön. Hallöchen! Da bleibt die Krawatte nicht länger hängen, so ist es, ne? Habt ihr vorhin die Verkaufspreise von Crucial Fix gehört? Das ist doch absurd. Wahnsinn, bitte. Donut 8, der Begel 15. Na? Die Lieferung ist da. Dankeschön. Darf ich einmal hier einen Ausweis sehen, damit ich das richtig aufschreibe? Ist doch klar. Aktuell nicht, Ull. Er hätte zwar gerne eine, aber das ist wohl nicht so einfach möglich. Super, hab ich. Perfekt. Zurück. Ähm, genau. Einmal kontrollieren, ob alles da ist. Das mach ich doch, ne? Ne? Außer natürlich die... Einmal hier. Einfach hier. So. Hier ein bisschen gucken. So, 12, 24, 36, 48 Donuts. Nei. Brechen. Käffchen. Gleichen wir das mal ab. Ich sag Ihnen, was ich bestellt hab. Ja, natürlich. 78 Brezel. Richtig. 30, äh, brüchen haben wir nicht, genau. 30 mal Nachtschicht. Genau. 16 Käffchen. Mhm. 48 Donuts. Und 40 Salzstern. Genau. Perfekt. Der Ornstar. Helfen Sie mir mal eben reintragen? Äh, das darf ich leider nicht. Okay, alles klar. Das tut mir wirklich leid. Dauerts jetzt ein bisschen, ne? Das tut mir wirklich leid. Ja, ist gut, ist gut. Boah, äh. Darf ich nicht. Was ist das denn? Das ist eben so ein Sagen könnte, da fehlt jetzt was oder wie. Kann man ja nochmal kontrollieren nachher. Was soll das denn? Jawohl, Mochum, ich grüße dich. Hi. Hat Spaß gemacht. Ist ja auch gar nicht so lange, ne? Stadtpark. Wir haben es halt letzte, wir haben es halt diese Woche auf, seit Dienstag. Ah, okay. Genau, ne? Von meiner Freundin gehört, dass sie da... Ja! Ne? Schon, äh... Ihr habt doch so Leute gesucht, ne? Wie ist das gesagt? Ja, wir suchen. Das stimmt, ja. Witzig, witzig. Ich sag ja, das stimmt. Wir suchen tatsächlich, ne? Ich stelle schon die ersten Leute auch ein hier und alles. Und das läuft wirklich ganz phänomenal bei uns. Kann man sich nicht bewehren, sage ich. So, ich lasse mal das Tor runter, ne? Ja, alles gut. Bedanke mich für die schnelle Lieferung und dann sehen wir uns ja später. Alles gut. Alles klar, dann viel Spaß. Danke, tschüss. Alles klar, tschüss. Und jetzt darf ich mich auch noch on top bei Maestro für nochmal 300 Bits bedanken. Es ist so grenzenlos und enorm, was ihr da gerade wieder mal auf den Tisch gelegt habt, dass wir... Zedman 500... Oh, ich... Oh, Christian. Christian, du machst mich fertig. Das gibt's ja alles gar nicht. Oh! Ich sage Kuss, Kuss aus ganzem Herzen für euren Support. Für eure legendäre Unterstützung. Für eure Treue. Für die gute Laune hier. Mein Lieber. Ach, nee. Einfach nur danke aus ganzem Herzen für die grandiose und unvergesslich schöne Zeit, die wir zusammen hier erleben können. Wie jede dir, mein Lieber. Du, danke. Ich habe gerade mit Lieferung und alles. Jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's! Oh, ich liebe dich. Schön, dich zu hören. Ich... Dich auch, aber hi! Ja! Darf ich dich abholen lassen? Ja, sehr gerne. Ähm... Ich... Ich muss dann kurz mit dir reden. Ich... Ich hab da gerade eine sehr... Äh... Ja. Was ist passiert? Oh! Oh, okay. Oh! 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 Don't worry, be happy! Okay. Ja. Äh... Was ist los, Schatz? Ich hab... Das von Jo, hast du mitbekommen? Der wurde zusammengeschlagen, ja? Ja, das hat er mir geschrieben. Und ich hatte aber seine Nummer nicht eingespeichert. Und jetzt war er vielleicht etwas schockiert, dass ich seine Nummer nicht eingespeichert hatte. Aber er hat mir damals nicht... Mich nicht angerufen gehabt, als ich ihm meine Nummer gegeben hab. Don't worry, be happy! Wie viel Dank! Das ist kein Problem. Jo steht hier. Und ich hab mit ihm auch schon gesprochen. Der wohnt jetzt in dem Trailer in der Straße hinter uns. Ah, okay. Ach, wie schön. Ja. Also alles gut. Und der will auch bei uns im Kiosk anfangen. Er ist auch gerade da. Also, ähm... War es statt oder willst du über was anderes reden? Nee, das... Das andere besprechen wir unten. Ja, wunderbar. Ich hab deine Nachrichten gelesen und so. Also... Äh... Was hab ich dir denn geschrieben, Schatz? Wegen Al Dente? Ach so, ja. Ja, 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 ja. Okay. Ich freu mich. Ähm, ich organisiere ein Taxi, ne? Okay. Super, bis gleich. Tschüss. Dankeschön. Liebe dich. So, Jo. Ja. Ich sag dir, es wird los. Mein Lieber. Kann ich mir vorstellen. Sag mal, Jo, könntest du eben mal Lien abholen? Von mir zu Hause? Natürlich, mach ich doch lieber gerne. Taxi müsste dastehen, ne? Das wär super von dir. Ja, ja, mach ich. Kein Problem. Bis gleich. Bis gleich. Don't worry, be happy hat gerade on top zu den 1000 Bits vor ein 25 Euro donated und das wie's fies. Don't worry, be happy. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Limit, weißte. Danke für diese unglaubliche Großzügigkeit. Und die liebe Nachricht dazu. Herzlich willkommen natürlich an euch alle und super, dich darf ich auch begrüßen und don't worry, be happy. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen bei dir. Wahnsinn. Wahnsinn. So, meine Isch. Hallo, Kino. Na, wie is it? Na, wieso geht das nicht, was, Re? Wat hast du dat denn? Ja, wat hast du dat, 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 dat. Harry, ich hab gute Nachrichten und ich hab schlechte Nachrichten. Ja, sag jetzt was, Re. Die Gute ist, ich hab wahnsinnig viel vorangebracht im Kiosk. Super. Die schlechte Isch, Emil wird gerade abgestochen vom Kiosk. Wat? Musst du auch gerade Aussage machen und alles, ne? Wo am Kiosk? Ja. Scheiße, wat ist dat denn? Da kam einer so mit so Jo, ran, ran und dann hat er ihn abgestochen, ne? Harry, so scheiße. Tja. Die DM, die hier alles los, ne? Na klar, ne? Haben wir wieder eine Schlagzeile, was, ne? Und jetzt hab ich schon mal ganz geile Nachrichten für dich. Bist du bereit, so richtig auszuflieben, bei Harry? Dann komm, gehen wir ins Kiosk rein, ne? Geben, gehen wir rein. Geben wir ein bisschen. Na, 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 na. Guck mal, guck mal rein in den Schlager, wat drin is. Oh, Muffins, was, ne? Jetzt schien Muffins, jetzt sag ich dir mal wat. Und jetzt muss ich mit dir schnell noch unter vier Augen reden. Komm mal raus, bitte. Da darf jetzt auch keiner hören. Pass mal auf, mein Lieber. Ich hab gestern Nacht noch mal ein kurzes Treffen gehabt. Mit meinen Freunden. Ja? Wir können wieder auf deren Unterstützung zählen hier am Stadtpark. Meinst du als Schutz oder wenn? Als Schutz, ja. Wenn wir bedroht werden oder ähnliches. Die sind sehr stark bewaffnet, wie du weißt. Das ist ja immer ne gute Sache. Da müssen wir was im Rücken. Das ist ja super. Und zahlmäßig auch am Start. Und Harry, du brauchst ein Messer. Und ich hab mir gestern auch erklären lassen, wie wir in einer Konfliktsituation am besten zustechen. Gut. Ja, okay. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben aus diesen Kanälen eine Spende erhalten. Wie? Die haben uns, die unterstützen uns auch ein bisschen, ne? Wo geht's denn? Ähm, 1500 Dollar in Form von Waren, die wir verkaufen können. 700 Dollar von Crucial Fix und 800 Dollar von, ähm... Scheiße, was war das andere nochmal? Jetzt hab ich's vergessen. Aber warum denn? Verstehe ich gerade nicht. Warum? Ja. Zähle ich dir gleich. Komm so ran, komm so ran. Hallo. Hi, Evan. Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Wie geht's euch? Ja, wunderbar. Schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Ja, herzlich willkommen bei Evan und Harry's Bestes. Weißt du? Ihr seht so cute aus da drin. Sehen wir das? Was ist das denn? Was ist cute? Süß. Niedlich. Passt zu euch. Steht euch gut. So ist es. Sieht toll aus. So sehen wir was, he? Aber du auch. Dankeschön. Was habt ihr denn so im Angebot? Ja, zähl doch mal auf, mein Lieber. Die Preise sind übrigens für die Neuzugänge auch schon eingepflegt, mein Lieber. Super, essen, trinken, was willst du, beides? Ja, von beidem etwas. Also trinken, Wasser, Bier, Eierlikör, Kaffee, Energie, Cola, Sprung. Und zu essen haben wir Eier, Brötchen, frische Brezel, Salzstangen, Bonbon, Marshmallow, Muffins, Donut, Muffins, Donut, was, he? War jetzt etwas lieblos vorgetragen, aber der Kollege muss auch als warm werden, was, he? Ja, eben, wenn unsere Speisekarte mittlerweile länger ist, als die Bibel, lang ist, was, he? Ja, mein Gott. Und zu dringend was dran regeln. So schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Mach das bisschen raus, auch, was, he? Ja, das ist mir doch auch klar. Aber du musst ja nicht die Bonbons und die Marshmallows vorlesen, ne? Ach, dann leck mir doch den Zucker lieber, was, he? Also die Eierbrötchen, die schmieren wir frisch und die Brezeln, die backen wir frisch auf. Und die Getränke und alles ist super günstig. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall einen Energydrink. Ja, sicher das. Und, ähm, oder Brezel nehme ich. Eine Aufpackbrezel. Ja, eine Aufpackbrezel. Die Brezel mache ich schon, denn Energie kriegst du auch von mir. Der Kollege rechnet ab. Nur eine Sache am Rande. Ja. Die Preise kriegst du nirgendwo sonst. So, jetzt haben wir mal. Okay. Ich habe ja schon mal eine große Energie. Ist eine Pflicht, ist eine Pflicht. Soll ich jetzt extra gucken? 2,29 und die Brezel 2,49. Ja, das weiß ich. Alles klar. 24, so 24, super. Ja, das wären dann 4 Dollar und 73 Sins, was, he? Was er meint? 4,73. Soll ich jetzt, ne? Das ist ja nix. Ja, du musst jetzt sagen, das ist ja nix, was, he? Das ist ja nix. Ich sage dir, warum. Wir versuchen mit jedem Sins, den wir runtergehen können, billiger zu sein als die Gegenpartei. Guten Abend, hi. Dankeschön. Das ist ja nix von dir, ne? Na, sicher. Ist rein. Ist rein. Es soll natürlich, warte mal, ich wickel dir die Brezel da in warmes Serviette ein. Wickel ein, eben. Irgendwärts reingewickelt. Und in NRJ. Dankeschön. Und in NRJ. Es geht natürlich auch darum, dass wir mit den Centpreisen auch ausdrücken wollen, dass wir wirklich darum kämpfen, jeden Cent runterzudrücken. Und ein Wäscherken für 1,49 kriegst du den ganzen Andreas nicht. Und das bezieht sich auch auf die anderen Preise, ne? Ein Muffin kostet bei uns 2,99. Hast du schon mal geguckt, was der bei den Lokalen kostet? Acht Dollar. Echt? Ja. Okay, dann ist euer Preis schon besser, ja. Eben. Aber ich hab ehrlich gesagt noch nie verglichen. Ich geh einfach hin und... Dann sagen die Reichen niemals. Dann sagen die Reichen niemals. Aber wir wollen ja auch für die Menschen da sein, die sich das Leben nicht mehr leisten können in der Haus und Braus, ne? No. Ja, das find ich toll. Um dat geht's ja, ne? Ja. Letztlich. Richtig toll. Eben. Ich komm mal raus. Ja. Was verschafft mir die Ehre, dass du vorbeisaust? Ich bin im Dienst. Oh! Ich hab mich hier gerade eingeparkt. Ja, wunderbar. Also angeparkt. Das ist so eine schöne Sache. Das sieht gut aus da mit der Autos. Darf ich mal kurz gucken? Mir ist nur eine Sache aufgefallen, Harry. Letztens, es waren halt so viele Fahrzeuge hier, dass die Leute dann auch keinen Parkplatz finden, die zu uns wollen. Da müssen wir auch gucken, dass das nicht passiert, ne? Ja. Vielleicht parken wir die letzten zwei Taxis da auf der Sperrfläche vorne. Na gut, aber theoretisch kann man auch gegenüber parken, ne? Ja, aber du weißt schon, wie das für die Leute ist. Es ist ein Hemmnis und dann kommen sie vielleicht nicht, ne? Ich meine, die Taxis kannst du rüberparken. Ja, 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 ja. Die Taxis rüber, das meine ich ja, ne? Das war auf jeden Fall vorne, ein, zwei Stehnamen und dann halt den Rest drüben. Oh, klar. Würdest du eins rüberparken? Kann ich. Das wäre lieb von dir. Ja. Ne, ich glaube. War das jo, ist das, ne? Musste ich kurz nachdenken, wer das noch war. War die Kollegin, ne? Ich sagte mit dir, ja, ich bin Kollege. Er ist das neben mir, ist das Lehen? Da musst du aber aufpassen, wenn er mir das mitbekommt, ne? Das soll ich die Scheiße an der Backen. Er hat sie abgeholt von so aus, das ist eine Fahrt. Na gut, aber du weißt, mit Lehen, die fährt auch manchmal mit uns, ne? Das tut sie nicht mehr. Er hat mir schon mal gesagt, wenn er nochmal mit uns an Kragels warst, ne? Müssen wir aufpassen. Hi. Hallo, mein Schatz. Hallo, ich bin Lehen. Hi, Harald. Na, wie geht's? Wie geht's euch? Ja, MG wurde gerade abgestochen hier vor uns. B-b-b-b-b-b-b-b-bitte was? Ja, da kamen zwei Ostrobere mit dem Fahrrad hoch. Abgesprungen, abgestochen und weg, ne? Wie die alle, MG alles da ist, ne Katastrophe, wirklich. Weißt du jetzt, was ich meine, Schatz? Weißt du jetzt, was ich meine, ne? Okay, lass uns mal kurz sprechen. Harry, wir kommen gleich wieder. So, Liebling, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Mich macht nur die ganze Situation jetzt hier, ja, Sorgen. Welche? Naja, das mit Jo. Ja. Das mit MJ. Muss es nicht. Ich glaube, die haben das alle im Griff, also MJ gerade nicht da war. Also ich, äh, ich hab Jo jetzt auch gesagt, weil er war ja an dem Abend extrem viel mit mir zusammen. Ja, das stimmt ja. Wenn, ähm, der eine, ja, der hat ja gemeint, er hätte irgendwie sein Motorrad zusammengetreten, ne? Was ja eine erfundene Sache war, ne? Was ja erfunden ist. Und ich hab gesagt, ich kann ihm für 90 Prozent des Abends ein Alibi geben. Das ist gut von dir. Und das mach ich auch. Den Rest können wir machen, ne? Ja. Ja, aber da kommt es zu keiner Anzeige, so wie ich das verstanden hab, wollen die einfach nur zur Schau machen, ne? Ja, aber wie, da kommt es zu keiner Anzeige? Also ich glaub nicht, dass der wegen der Beschädigung am Motorrad eine Anzeige macht. Ja, nee, 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 aber wenn da irgendwie was kommen sollte, also, ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, wegen Al Dente. Ja. Also, ich würd ehrlich gesagt guten Willen zeigen und dort auftreten. Ja, dann mach das. Aber das ist ja ganz deine Sache. Naja, aber hast du Bauchschmerzen, wenn ich dort auftrete? Ach, mir ist das vollkommen egal, ganz ehrlich, das musst du wissen. Und wenn du für einen Auftrag gebucht wirst und du möchtest was gerne machen, dann bitte ich dich, das zu machen. Ich sag dir nur ganz klar, was dahinter steckt. Ja, klar. Und die haben natürlich auch gesehen, wie gut du bist und wie gut es hier läuft und die versuchen natürlich jetzt auch dann natürlich, sag ich mal, die Perlen abzuwerben. Aber für mich ist das vollkommen okay, weil nur weil du da ein, zwei Mal singst, wird es deswegen da drüben nicht besser laufen. Ich wollt grad sagen, das ändert an deren Situation nichts. Genau. Und wir zeigen, dass wir da Kooperationen nicht komplett abblocken, beziehungsweise ich da nichts abblocke oder da auch kein böses Blut ist. Okay, das Thema ist jetzt wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ich hab gestern noch mit Nikita gesprochen tatsächlich. Okay. Also da kann ich dich beruhigen. Wir haben auch die Jungs wieder hinter uns. Okay. Das ist wieder alles auf Schiene. Okay. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall eine Kooperation mit Al Dentes unter keinen Umständen. Ja, nee, also du weißt, was ich meine. Also, dass ich dort auftrete. Also Kooperation, nein, das wissen wir ja. Also hiermit... Nee, pass mal auf, ich sag dir mal kurz, was los ist. Ich glaub, du weißt halt gar nicht. Deswegen ist Nikita da auch so dagegen gewesen. Das verstehe ich gut. Die haben versucht, die alle abzuknallen da oben. Also das sind wirklich ganz schlimme Leute. Das musst du halt wissen, wenn du da auftrittst. Die wollten halt auch Nikita umnieten. Ist das jetzt hart egoistisch, wenn ich sage, das ist nicht mein Kampf, den die da kämpfen? Nee, überhaupt nicht. Vollkommen okay. Ich sag es dir nur, damit du weißt, warum ich natürlich niemals auch mit denen in der Kooperation eingehe. Aber du bist ein vollkommen freier Mensch und kannst vollkommen für dich entscheiden. Aber bitte nicht im Namen von unserem Kiosk. Nein, um Gottes Willen. Weil da werde ich die Kooperation auch nach dem Gespräch mit Nikita auf jeden Fall proaktiv ablocken. Und das ist sogar ganz wichtig, weil die soll nämlich relativ schnell erkennen, dass wir mit den Jungs im Norden zusammen sind. Und wenn ich jetzt so eine vermeintliche Kooperation da am Köcheln lasse, dann verschleppt sich das Ganze. Und so wie es aussieht, die wollen heute Abend auch ein Gespräch mit mir führen, wird es dann sowieso zu einer schnellen Klärung kommen. Also ich werde auch nicht den Anschein machen, dass ich eine Kooperation will. Ich werde das ganz klar ablehnen und dann gucke ich mal, was sie machen. Also effektiv lehnen wir ja eigentlich eben mit jedem eine Kooperation ab, oder? Nee, wenn es Unternehmen gibt, die uns zu einem wirklich guten Preis im Sinne des sozialen Gedankens Ware liefern, damit wir auch diese Idee hier umsetzen können, dann lehne ich die Kooperation nicht ab. Aber wenn mir Chase Schicken einen kleinen Salat für 9 Dollar im EK anbietet, dann sind sie bei uns einfach falsch. Dark Warlock! Guten Abend und vielen Dank für 13 wundervolle Monate im Abo-Treue. Dark Warlock, wie geht's dir? Warum kann ich einfach alles einfach sein? Warum muss das immer so kompliziert sein? Naja, wäre ja auch langweilig, ne? Aber Moment mal, um was geht es jetzt mit kompliziert? Du kannst ja wunderbar auftreten da. Für mich ist das kein Problem. Okay. Nur halt nicht im Namen von unserem Kiosk. Du bist eine eigenständige Künstlerin und trittst da auf, fertig, ne? Ja, aber die haben natürlich dann hinter Gedanken. Aber von dem kannst du dich lösen, wie du schon sagst. Das ist nicht dein Kaffee, ne? Ob die jetzt da uns, das Geschäft, ähm... Ich meine, guck mal, du siehst ja, wie das läuft, ne? Dass du singen kannst, das wissen die meisten Leute ja schon vorher. Plötzlich wollen die uns Produkte anbieten, plötzlich wollen die dich engagieren. Na, natürlich wissen wir, was da los ist, ne? Aber das, wie gesagt, äh... Das ist ja das Gleiche, wie wenn sie uns eben Produkte anbieten. Und wir würden die dann über unseren Kiosk verkaufen. Das schädigt ja eigentlich quasi die Besucherzahl weiter. Weil dann lagern sie das letzte bisschen Verkauf, als sie haben nochmal aus an irgendeinem Kiosk. Also das kann ja auch nicht im Sinne einer, ne? Ne. Das wäre zwar für die eine gesicherte Einnahmequelle, aber welchen Anreiz hätten die Leute dann noch da hinzugehen? Eben, das meine ich. Und das ist für mich auch der falsche Denkansatz. Entweder ich baue mein Geschäft so auf, dass die Leute gerne kommen, so wie bei uns. Ja. Oder ich baue es nur auf Profit auf und lagere am besten jedes Verkaufsgespräch an den Kiosk 24-7 aus. Dann kann ich mir die Angestellten auch nur sparen. Mit sowas will ich eigentlich nicht, ne? Ne. Ne. Ich fahre jetzt auch zukünftig dann die Firmenkunden anwerben, damit ich sogar Leute einstehen und Arbeitsplätze schaffen kann. Damit die Lieferungen an die Firmen so gemacht werden, ne? Ne, das ist eine gute Idee. Na Schatz, ich muss dir noch was sagen. Ja, bitte. Gut siehst du aus. Danke, du auch. Guck mal, der da unten am Fahrrad steht seit einer halben Stunde da und beobachtet uns, ne? Dark Warlock, schönen guten Abend. Hass Kasper und Elwald, schönen guten Abend. Ich würde das doch nicht gehen und grüßt dir mal. Mach das doch. Okay. Aber sonst weiß ich auch nichts Näheres. Ja, Harry, kommst du mal kurz rum nochmal? Ja, sicher. Du pass mal auf, ich habe heute ein Gespräch vereinbart mit den Leuten von Al Dentes. Und ich wurde nochmal ausdrücklich vor einer Kooperation mit ihnen gewarnt. Das sind knallharte Leute, die nicht zögern. Aha, mit Gewalt, man sieht's. Ja. Und wann willst du ein Gespräch mit denen? Ne, das führen wir nur des Scheines wegen, ja? Und dann werden wir sie im Gespräch freundlich darauf hinweisen, dass unsere beiden Ideologien nicht zusammenpassen und deswegen der Kooperation nichts bringen wird. Sind die auf uns zugekommen? Ja, die sind auf uns zugekommen. Mein Gott, da kommen aber viele auf uns zu momentan, ne? Ja, ich sag es, ja. Und genau deswegen müssen wir das Gespräch führen. Freundlich, aber bestimmt die Kooperation ablehnen und dann kannst du damit rechnen, dass die gegen uns vorgehen werden. Und dann werde ich meine Leute holen. Dann brauchen wir die Knarre. Ja. Und dann werde ich meine Leute holen und die werden uns da rausspielen. Okay? Das ist der Fahrplan. Was haben wir da für Leute bei Al Dente? Was sind das für Wege? Ja, sie sind quasi, sie wirken erstmal so wie ganz harmlose Zivilisten. Das sind aber Leute, die mit Knarren, die haben das Faust sich hinter dir. Ist das eine Gruppierung, richtig? So richtig ne, die roten sich da so richtig zusammen, ne? Äh, na gut, dann werden wir aufpassen. Scheiße. Ja, aber wir können ja auch von Al Dente nix dazu, selbst wenn sie nicht wären, ne? Das passt ja auch nicht. Ne, das passt nicht. Das siehst du ja bei Schick, ein Salat für 9 Dollar im EK, das ist ja Grenzgebiet für uns, ne? Und ich kann ja auch kein, was weiß ich hier, keine, was weiß ich anbieten, die haben Nudeln mit Pasta, scheiße, Nudeln und so sein. Ne, und dann für 25 Dollar, das passt ja gar nicht. Pass mal auf, ich habe, mir ist wieder eingefallen, also 700 Dollar gegen den Wert haben wir Lieferung bekommen von Crucial Fix da hinten. Und 800 Dollar gegen den Wert kriegen wir Lieferung von der Bäckerin, Palito. Oh mein Gott, war es aber Bäckerin schon mal gut, ne? Ja, 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 pass mal auf, ich habe die jetzt bei der Lieferung von den Sachen von Crucial Fix gefragt, was die da im VK zahlen dafür, ne, verlangen. Der Muffin, den ich jetzt für 2,99 drin habe, für den verlangen die 8 Dollar. Ja, dann was, dann war das Schnäppchen. Ja, richtig, ne, und das Teilchen da, das, 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 das Teilchen da hinten, ne, das, die, die Schönecke oder was das ist. Ja, die Schönecke. 15, 15, 15, 15 im VK, die werden wir für 4,99 auf den Markt bringen. Und ich sage dir was, mein Lieber, weißt du, warum wir diese Spenden bekommen haben? Es gibt Interessen daran, dass wir diese Gastronomen auch schädigen. Und wenn wir deren Produkte zu so einem so deutlich günstigeren Preis verkaufen. Also sind das keine Produkte, die nur die herstellen können mit Rezept, das ist quasi, die bestellen das auch irgendwo, oder wie kann ich das? Das kann ich dir nicht sagen, ne? Ja, weil sonst wäre es ja, ergibt das ja keinen Sinn. Guck mal, wir haben Spenden bekommen. Und zwar in Form dieser Lieferungen. Die kommen aber nicht von diesen Gastronomen, sondern die kommen ja von Leuten dahinter. Okay. Und wir werden diese Produkte günstiger verkaufen hier als bei denen. Das ist ja, da ist dann wieder ein Rattenschwanz, weiß ich, da kriegen wir überhaupt ein Rattenschwanzprobleme mit mir. Na ja, gut, das ist dann mal, das wussten wir am Anfang schon, ne? Das wussten wir, aber ich kann mich nicht hergehen und den Muffin für 8 Dollar verkaufen. Nein, das nachbauen, das ist nicht unsere Philosophie, ne? Eben, das meine ich, ja. Ach, wir haben dann ja eine gute Gruppe hinter uns, was schnell machen wir uns keine Sorgen. Jetzt springt der Anruf hier. Herr Schönmoku. Herr Endes. Ja. Wie geht's dir? Am 15.03. habe ich einen Termin beim Taco. Oh. Wie geht es so weit im Kopf? Ja, aber den Termin habe ich jetzt selber gemacht. Ich bin einfach mal hingegangen, nachdem er mir den Hinweis gegeben hat, und mal einfach gefragt, ob ich mal mit dem Herrn Milman sprechen könnte. Den Herrn Milman, ne? Genau. Und was sagt er? Ähm, wie gesagt, ich, also der hat jetzt, ähm, man hat jetzt nicht direkt den Termin gemacht. Es gibt da wohl Gelegenheiten, über das Department of Labor Termine zu machen für so einen Dienstag. Am 15.03. wie gesagt, ist dann, äh, die Termin möglich. Ach, vielleicht können sie endlich Bewegung da ins Spiel bringen. Das wäre wunderbar, ne? Ich würde mich sehr freuen. Es wäre hervorragend. Herr Schönmoku, mich auch. Mein Geld wartet auf meinen Schatz, ne? Ja, nicht nur Geld, es wartet Potenzial, Motivation. Na klar. Und, ähm, ja. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das, äh, gut läuft. Ich freue mich, das gerade von Ihnen zu hören. Ganz tolle Sache. Und Herr Sinnmoku, ich habe gerade vor, dass ich schon mit meinem Kollegen langsam die ersten Leute einstelle. Können wir da zusammenkommen, wegen Arbeitsvertrag? Genau, richtig. Ähm, das können wir auf jeden Fall machen, wenn Sie wollen. Ähm, können Sie auch gerne heute noch irgendwie vorbeischauen, oder wir treffen uns heute noch. Ich müsste noch ein paar Kleinigkeiten jetzt erstmal noch erledigen. Ja, ja, das ist gut, das ist kein Problem. Kommen Sie einfach, wenn Sie Zeit haben, zum Stadtpark, wir sind ja am Kiosk, ne? Alles klar. Gut, dann bin ich wahrscheinlich in der Stunde ungefähr da. Ja, Herr Schönmoku, ich freue mich, bis nachher, ne? Bis nachher. Tschüss. Bis zum Reden. Wann ist da doch Ihnen denn nochmal? Ja, und was gibt es? Ja, dann fahre ich, ne? Ja. Na. Das Problem, ich kann es nicht versprechen, ne? Also, ja. 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 Doch. Das kann man ihm zur Not mal 18 Uhr Sonntag. Ja. Ja. Gut, ja, dann gucken wir dann spontan, ne? Ja. Ja, die machen wir platt. Alles klar. Ich gebe mein Bestes, aber, ne? Sonst müssen wir eben den Trick 17 anwenden, ne? Alles klar. Dann, äh, 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 Kiosk, ne? Ja, tschüss. the G G Vielen Dank. Anbei, die fehlenden Vermotschungen für die Vorstellung des Menschheitsdienstes unter... Naja... Hallo! Wie geht's Ihnen? Ah, ganz okay. Hier, 18, Pastor. Dankeschön, dann kriegen Sie hier Sixpack. Ich habe auch eins, Mann. Ja, du hattest mal eins, ne? Oh, bitteschön, ey. Gracias. Sind Sie für ein Wässerchen vorbeigekommen bei uns? Nicht nur für eins, für zwölf. Für zwölf? Si. Ja, wunderbar. Sie haben die Preise gesehen bei uns, ne? Ja, 1,49 oder so, ne? Ja, genau. Das kriegen Sie sonst nirgendwo. Das ist kein Weg, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ja, das... Deswegen bin ich auch hier, weil das nirgendwo günstiger ist. Das stimmt. Und trinken ist auch gesund, habe ich mir sagen lassen. Äh, ich habe mal gehört, man stirbt, wenn man es irgendwie vier, fünf Tage nicht macht. Ach so, das wusste ich jetzt nicht. Oder war das zwei Wochen? Ja. Irgendwie so etwas. Ja. Auf jeden Fall kann man länger ohne Essen, aber nicht so lange ohne Atmen. Ohne Atmen ist... Atmen ist ganz schwerisch, ne? Und trinken auch. Ja, ja. 1-2 Minuten. Äh, Sie können natürlich grundsätzlich jederzeit gerne vorbeikommen, ne? Also wir haben auch kein Problem damit, wenn Sie mal größere Mengen brauchen oder sowas, ne? Äh, aber... Nichts aber. Nichts aber. Nichts, aber wir freuen uns über größere Mengen. Wir freuen uns natürlich. Wir machen jetzt keinen Gewinn beim Wässergehen, das wissen Sie bestimmt, aber es geht auch ums persönliche Gespräch. Sie kommen vorbei, wir quatschen ein bisschen, alles ist gut, ne? Um das geht's hier. Okay. Ja, okay. Also Sie müssen auch nicht quatschen, wenn Sie nicht wollen, das ist auch klar. Ja, das ist okay, das ist okay. Ja. Und äh, was verkauft ihr denn noch? Nebenwässer? Ach, alles Mögliche, ne? Also ich kann immer aufzählen, ne? Ja, immer auf. Ja, und wir haben lecker Bier schon, Eierlikör, Käffchen, Energiedrink, Sprung, Cola, Zigaretten haben wir. Wir haben Eierbrötchen, Aufbackbrötchen, paar Dinge zum Naschen und Knabbern, alles Mögliche da. Und ist halt alles genauso günstig, ne? Okay. Äh, wie viel kostet die Zigaretten? Welche Sorte? Äh, die, äh, keine Ahnung. Roten? Rot oder blau? Die blauen 15,99 und die roten 17,49. Äh, ich weiß, dass wir da nicht so viel billiger sind, nur ein bisschen, aber das kommt alles noch, ne? Ja. Ja, von dich. Ja. Okay. Grüßes. Gut, nein. Haben Sie jetzt die zwölf Wasser? Äh, bekomme ich noch mal zwölf, wenn ich nein sage? Äh, ne. Oh, die sind doch nicht so hart. Wird schwierig bei zwei Sixpacks, ne? Ja. Also, ich mein, warum fragst du dann eben? Ja. Na, 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 die, bei den Sixpacks, die meine Füßen stehen, die habe ich schon mitgebracht. Die sind meine, äh, persönliche, äh, die Sixpacks. Ah, ja, 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 ja. Ah, klar. Sie haben mir schon mal den Gehörter im Kiosk, oder? Ah, wie schon ihr mit den, äh, mit denen laufe ich immer durch die Stadt… Also, die Dinnereine nehmen, ne? Sie haben mich bestimmt schon mal von mir gehört, ich bin hier sonst mit allen Wassern gewaschen. Ah, klar. Ah, klar. Sie wissen, wie es läuft, sie wissen, wie es läuft, ne? Aufpassen, ruhig bleiben! Ja, ich mag sie, sie sind lustig, ne? Das ist immer willkommen bei unserem Kiosk. Wissen Sie, was ein NRD-Drink kostet? 2,29. Ja. Unschlagbar, unschlagbar. Okay, keine Ahnung, wie will die Dinger sonst kosten. Gucken Sie mal. Überzeugen Sie sich selbst. Okay, mache ich. Donut, 1,99 Euro. Da bist du so gelaufen. Mit Schoko drauf, alles. Und die Aufbackbrätsel machen wir frisch. Die können wir aber auch so wie sie sind mitgeben. Und sie können sich die zu Hause aufbacken. 2,49 Euro, 1, kriegen sie nirgendwo. Also heißen die Aufbackbrätsel, weil jede die aufbackt oder wie? Ja, wir backen die auf. Ich sehe es gerade. Schön ist das, ne? Ja, hören Sie mal an. Sie können auch mal gerne auf dem Bierchen vorbeikommen, ne? Ich trinke nicht so gerne Bier. Eierlikörchen? Was soll ich ein Plan? Eier was? Eierlikörchen? Ah, ist das das Zeug, was die Döner da drin hat? Dieses Eier... Nein, nein, nein. Mit Alkohol haben wir hier Eierlikör. Das ist ein bisschen dickflüssiger, muss ich sagen. Kennen Sie Likör? Äh, noch. Stellen Sie sich mal so eine süße Suppe vor. So eine dickflüssige, süße Suppe, die nach Ei schmeckt, mit Alkohol drin. Ah ja, wie ist das drin? Eine dickflüssige, süße Suppe, die nach Alkohol schmeckt. Ja. Und nach Ei schmeckt. Und Alkohol beinhaltet, ne? Das klingt wie, äh, nachdem man sich, ja, das klingt, als hätte man sich nach einer Party ins Glas übergeben und hätte direkt danach weiter getrunken. Ja. Das ist mit etwas, ne? Eierlikör ist natürlich, man muss es mögen. Man muss es mögen, das ist auch klar. Hallöchen, Turku und St. Blake Wolfbeck, einen ganz wundervollen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hi. Ja, ich glaube, sie will die Scharren. Ach so, ja gut, dann nicht wahrscheinlich. Und klein, Masha. Und klein. Was ist klein? Eierlikör, ne? Das ist ein kleiner. Ein kleiner. Absacker. Nachglühen. Na, kriegen wir noch etwas, was mir gefallen würde. Alles gut, alles gut. Gut, nein. Okay. Alles wunderbar. Ja, also, Sie sehen, wie es bei uns läuft. Sie können sich gerne hier noch in der Gegend aufhalten, mit den Leuten quatschen. Das ist auch so ein bisschen socializing, wie man ja heute sagt, ne? Und was ist das? Mit den Leuten reden, interagieren, Kontakte knüpfen, lustig und nett sein. Ich komme mal rum zu Ihnen. Sehen Sie, jetzt stehe ich bei Ihnen, relativ volksnah, ne? Volksnah. Ja. Ich bin direkt bei Ihnen, weißt du? Und ich hebe meine Arme und sage, huuuh. Jetzt bin ich auch da. Oh. Ähm. Oder ist das hier irgendwie so eine Brauch, oder? Oder ist das hier irgendwie so eine Brauch, oder? Hi. Ein Watt, ein Brauch? Ja, mein Gott, man kann das so nennen, ne? Ja. Mit den Händen kann man das Brauch nennen. Wir waren nur ein Wacunder, ne? Oh, gär. Ich gär. Was wir meinen. Ein Frage? Total, ja. Ich, äh, ja, sie, sie, sie. Ein Frage? Okay. Äh, ich stelle mich mal da vorne irgendwo rüber, ha? Sie? Die Dame-Hater-Innen würde doch bestimmt auch gerne mit Ihnen quatschen, meine ich. Keine Ahnung. Die Kopfhörer auf, oder? Na, versprechen Sie sie mal an. Ich glaube, die hören uns gar nicht. Das ist ein Hörgerät. Ist ein Hörgerät. Äh, ein Hörgerät. Ja, weil, schau mal, kann man kein Gutes, wenn sie nicht mitbekommt, dass wir über sie reden, na? Nein, nein, nein. Komm, gib sie mal an. Alles gut? Hörst du uns? Hallo. Hallo. Ja, wir sind uns nur unsicher wegen den Kopfhörern. Diese nette Dame da würde gerne mit dir ins Gespräch kommen, weil ich das jetzt einfädeln werde hier. Stellt euch doch mal an den Tisch hier, quatscht ein bisschen und wenn ihr Bock habt, gibt es freier Likör für knappe 4,99 auf der Hand. Oh Mann. Okay. Und du möchtest dich auch nicht dazu stellen, meine Lieber? Dann sind schon drei was, ne? Na komm, und ran an den Tisch. Und ran. Solange ich keine Fahrt habe. Komm und ihn an den Tisch. Nein. Ich habe gehört, dass es nachher des Tages kriegen wir diese Likör-Eier umsonst, dann? Was? Nein, 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 nein. Ich glaube, sie brauchen auch ein Hörgerät, was, ne? Hör! Hätt ich schon, nein. Hätt ich schon, nein. Wir verdienen schon nichts an der Scheiße hier. Wenn wir dann noch gratis vergeben. Nein, wenn, dann zahlen wir alle schön. Was ich noch fragen wollte? Ja, komm mal. Ist deine Werbung, ist verarscht, wie gesagt. Hast du eigentlich noch mal was von den Cops gehört? In welcher Sache? In welcher Sache? Ja, die Sache letztens mit dem Flughafen-Kofferteil-Dings. Oh, nee, nee, da habe ich nichts mehr gehört, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Wollte nur mal fragen, ob du da mal was gehört hast. Nee, vielleicht kommt da auch nichts mehr, aber er weiß das schon, ne? Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube, der wird das so im Winde verwehen lassen. Ja, da bin ich mir gar nicht dran. Ich finde das eine Frechheit. Christian, nochmal vielen, vielen Dank und dir eine wundervolle Nacht zu wünschen, Schlafsöhnen. Danke dir. Das wollte ich nur wissen. Ja, alles gut, ist ja kein Problemchen, ne? Ja, wunderbar. So, muss mal ganz kurz hier ran. Ja, eben, Marshmallows wollen sie nicht kostenlos. Nein, dafür würde ich auch zahlen. Aha. Ja, gut. Das war auf jeden Fall. Also, die würde ich rausgeben. Ja, 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 ja. Ach, Toco, ist das so? Ja. Ist das so? Gibt es auch noch eine heiße Schokolade dazu, wo ich ihn reinschmeißen kann? Nee, aber ein Marshmallow pro Person geben wir jetzt aus. Komm, Harry. So ist das. Nein, komm. Ist unser aus. Ist unser aus. Wir wollen ja auch mal was Gutes tun, ne? Feuer ist ja ein gutes Stichwort. Wo habe ich die Kacke denn hier, weißt du? Ja, da im Regal. Da ist es ja. Noch zugespaß. Ich habe größer als meine Feuerzeug. So. So, ich verteile. Bitteschön. Danke sehr. Ist lecker. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, ja. Dankeschön. Hallo. Hallöchen. Hallo. Und die Runde wird größer, meine ich. Und mit einem Hubs sind sie schon wieder weg. Und da ist ja Jo wieder. Ach, ihr Lieben, das ist heute ein schöner Abend. Der wird seinen Höhepunkt dann so gegen Mitternacht erreichen. Weil da kommen dann die Gespräche mit Alden. Irgendwann im Laufe des Abends. Voraussichtlich eher so 23.30 Uhr später. Andersson von Nevenotarisch Bestisch. Einen wunderschönen. Hier ist wieder die Idis Manoa von Rainy. Ja. Richtig. Wir wollten, also wir haben uns Folgendes überlegt. Ja. Wir hatten zwei Möglichkeiten für euch. Also entweder wir machen, dass wir euch kostenlos beliefern. Egal wie hoch die Stückzahl ist, die ihr anfordert. Okay. Dafür bleibt der Preis gleich. Oder ihr müsstet abholen. Dann kriegt ihr wahrscheinlich dann pro Dose um die zwei Cent billiger. So was. Zwei, drei Cent. Wenn wir abholen. Aber da wäre dann auch egal, wie viel wir bestellen oder wie. Auch beim Abholen ist Wurst wie viel. Aber es müssen mindestens, also in 30er Schritten immer. Würdet ihr liefern bei zwei Cent weniger? Ab einer gewissen Menge? Das ist eine gute Frage. Normalerweise liefern wir erst ab 120. Jaja, also wenn ich jetzt sage, es sind zwei Cent weniger und kostenlose Lieferung bei 120. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin, ja. So, dann machen wir am besten jetzt gleich, ich erhöhe, Jagd ohne Bestellung. Von 30,30 auf 60,60 und bitte gleich mit der korrigierten Preisgestaltung um Lieferung zu uns. Alles klar, dann machen wir das so. Dann machen wir das so und ich freue mich, ne? Perfekt. Super, alles klar, gut. Sollen wir das dann heute gleich liefern? Am besten jetzt gleich, wir sind da. Der große Parkplatz hinter der Fliegerbank am Stadtpark, ne? Alles klar, gut, gebe ich so weiter. Wenn ihr da schreibt, bitte anrufen, 987654, dann komme ich raus. Ja, perfekt, alles klar, bis gleich. Super, tschüss. Ja, ja, auf das habe ich mich ja gefreut, C-Black Wulschbeck Evans so auszuspielen, ne? Auf das habe ich mich ja gefreut. Das ist es, ja. Ai, 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 ai. Just King, ich habe alles auf Discord angekündigt, ne? Morgen geht's weiter. Schön, dass du da bist. Und raus aus der Schussbahn. Am Ende sind das die gewesen, weißt du? Kannst du sagen, kannst du sagen, wir wissen es nicht. Die sind auf jeden Fall frisch angezogen, sagt man doch. Oh, Ari. Warte, willst du noch knallen, das sage ich dir. Ich sage, ich freue mich nicht drauf, was? Nein, ich freue mich auch nicht drauf. Weißt du was? Oh. Ari, ich freue mich gar nicht drauf. Ich bin das ganz gut. Es kotzt mich an, nein, wirklich. Nein, ich auch. Diese dumme Gewalteskalation an ihm. Das ist schrecklich. Aber ich bin hier doch nur in Ruhe, was? Aber weißt du was? Auf wie ich mich freuen würde, wenn ich die Kavallerie hole. So, dann was. Kommen Sie doch mal lecker ran, die beiden Neuen. Was ist da hin? Sie, wollt ihr von mir was denn kaufen? Ja, sicher. Wenn ihr mit mir ein bisschen in die Schnee spielen, oder ich habe auch was für die großen Daumen. Ich glaube, wir kennen uns so nicht, ne? Oh, ich glaube denn nicht. Erst mal schön, dass ihr vorbeischaut. Ihr wollt doch bestimmt auch wissen, was wir hier öfter treiben, oder? Ihr seid denn erster hier. Seid ihr reich? Das heißt, ich kann dir regelmäßig an euch was denn loswerden. Seid ihr reich? Nein. Aber ich versuche, den zu werden, sieh? Gut. Und bis dahin bist du doch bestimmt erst mal froh, wenn du nicht so viel Geld ausgeben musst, oder? Nein, das ist dann richtig. Wo kaufst du dein Wasser? Ich könnte, wenn auch den besser. So, wo kaufst du dein Wasser? Bei mir aus dem Leitungswasser. Ja, sieh? Du trinkst das Leitungswasser, hier, in der Gegend. Ja, wunderbar. Mit der Glasfasche drin, was, ne? Ja, Gratulation. Aber du hast schon, übermorgen sind sie weg vom Fenster. Nein? Ihr Spaß beiseite. Wo kauft ihr das Wasser? 24-7. So, was zahlt ihr da? Ja, wir sind unterschiedlich, seh? So. Weißt du, was du bei uns zahlst? 1,49 pro Flasche. Ja. Das machen wir hier. Wir wollen für die Leute da sein, die nicht reich sind. Die sich das Leben gerade noch so leisten können. Wir wollen auch denen ein Zuhause bieten. Und eine Heimat. Das ist eine Art soziales Projekt auch hier. Ach, meinst du, wenn ich jetzt bei euch ein Wasser kaufe, dann fängt mein Konto nicht mehr von 100 bis 200 Dollar aus, sondern auch mal von 200 bis 300 Dollar aus. Das kommt auf die Menge an, aber bei 1,49 geht's nicht günstiger. Und trinken müsst ihr auch was. Deswegen erklär ich euch gerade, was wir hier machen. Ist natürlich nicht nur Wasser. Bei uns gibt's ja alles Mögliche. Aber bei den Preisen ist halt immer das gleiche Prinzip. So günstig, wie nur irgendwie geht. Ich mach dir ein Angebot, Amigo, seh? Ich kaufe dir zwei Flaschen Wasser. Und du kaufst bei mir ein bisschen die Schnee, seh? Ich kauf keinen Schnee. Und so ein geht, oder? Ich kann mich am Stadtpark hier Schnee verkaufen lassen. Warum die nicht? Aber die sind ja auch... Also vertreiben sie auch ein bisschen die Kunden von uns, ne? Wirklich? Ich glaub, die Kunden mögen das, seh? Der belästig geht doch keiner, ne? Wir fragen doch nur nach. Ich dachte, was ist das unwohl, wenn hier überall Schnee verteilt wird, was, ne? Wir haben ja nur ein Angebot, so wie sie die, sie haben Wasserflaschen für die Armen. Wir haben die Schnee für die etwas reichere. Da stirbt man nicht, was, ne? Sag mal, wir machen das anders. Wir wollten die extra in den Ski-Urlaub fahren, ne? Seh, was kommt denn vor? Dann kippen sie das Zeug auf den Boden, dann gucken wir mal, wenn wir schief fahren können, was, ne? Ne, erstmal ganz ruhig bleiben. Also, ich wollte mal, dass sie wissen, was wir hier machen, ne? Damit sie wissen, was sie bei uns bekommen. Ich finde gut, was sie hier macht. Wir sind für die Menschen, aber ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass wir im Guten miteinander auskommen, ja? Deswegen ist meine Bitte, dass ihr die Leute hier nicht zu sehr bedrängt und dafür lassen wir euch auch in der Uhr. Und wenn ihr was braucht, günstig, wo ihr es nirgendwo anders herbekommt, seid ihr bei uns immer willkommen. Na, dann ist er gut, ne? Super. Aber natürlich seid ihr auch so herzlich willkommen, das ist ja auch was, ne? Fragen nur den Höflichsten, so wie du den machst. Gut, der andere Miege war ein bisschen frech. Ich wurde nicht frech. Ja, sie können ihm ja auch mal die Meinung geigen, nicht. Ja, aber da hab ich dir nichts Frechens gesagt, dann würde ich es gern wissen. Aber dürft ihr schon mal ganz kurz die Leute hinter ihn auch dran nehmen, dass wir hier weiterkommen, ne? Dankeschön. Das war ja. Kommt doch ran, kommt doch ran. Hallo. Hallöchen. Ja, es gibt ein Leckeres bei euch. Herzlich willkommen im Kiosk der Liebe. Liebe. Herzlich willkommen bei Evan und Harrys Bestes. Ich bin der Evan. Und ich bin der Harry. Und zusammen sind wir die Besten. Au. Lisa, hi. Ja, was gibt es hier denn? Wir bieten zum Kleinstpreis Produkte des täglichen Bedarfs an. Essen, Trinken, Spirituosen, Schnecks, alles was dazu gehört. Wir haben Wässergen, wir haben Sprung, Cola, Energie, Kaffee haben wir. Wir haben Zigaretten, wir machen frische Aufpackbrötchen und wir schmieren euch auch die Eierbrötchen frisch. Alles was er braucht. Und dann gibt es noch viel zu knabbern und zu naschen auch. Wo ist es? Mh, das Eierbrötchen wäre lecker. Es ist so, ne? Das Eierbrötchen gibt es bei uns für 4,49 Euro und die Aufpackpreise für 2,49 Euro. Das Wässergen für 1,49 Euro. Die Preise, die ihr schon nirgendwo bekommt. Das ist ja geschenkt, ey. Ist so. Was merkst du? Die Leute kommen im Kofferraum das Wasser in 30 Einheiten abholen, ne? Oh. Ja, ja. Also Angst haben, dass wir mit dem Preis wieder raufgehen, aber das machen wir nicht. Für uns nicht, aber es ist auch so ein soziales Projekt für die Leute, die halt, ja, nicht so viel Geld haben, ne? Weil wenn du 24-7 und Wässergen willst, musst du 2 Dollar mehr zahlen und für was zu essen ein Zehner. Und bei uns kriegst du die warme Brötchen frisch mit Liebe auf der Hand für 2,50 Euro, ne? Und um das geht es ja einfach. Also, macht eine Ansage. Was dürfen wir euch bieten? Ähm, Mechanical Wire. Kannst du einen Kaffee? Ja. Ein? Ähm, ja, dann das für mich. Weißt du, was der kostet? 2,29 Euro. Ja, wo ist die Kinnade? Ich werde verrückt. Ich werde verrückt und da bin ich schlägt nochmal einen Stopp schon da oben drauf, weißt du? Okay, für mich dann nur das Eierbrötchen. Das Eierbrötchen. Um die drauf. Nee, ist gut. Nichts zum Runterspülen? Nee, das ist so fein, da braucht man doch nichts zum Runterspülen. Ja, war schon kein Eierlikbürchen, das spült ordentlich durch, weiß ich. Ein Eierlikörchen zum Eierbrötchen? Schlanke 4,99 Euro, nur bei uns, weiß ich. Ah, ich mach mal die Brötchen wahr. Ah, nee, das Brötchen meine ich. Insgesamt wären das dann Dix 78, nein? Das Brötchen und das Käffchen. So ist es. So ist es, Felken. Beide. Die Dame, weiß ich. So ist es, Felken. Können Sie zugucken, wie ich jetzt lecker hier die Käse drauf lege, weiß ich. Mit Liebe, mit Liebe. Ähm, wie viel war das jetzt noch was? Schönen Lappenlitten, bitte. Soll ich ihn noch mal etwa ein 6,78? Ähm. So. Oh, das ist nicht, danke, weiß ich, was ich machen, ey. Dankeschön, das ist herfreundlich. Und das Käffchen muss ich jetzt nur runter machen von der Maschine, ja. Nein, Moment, so. Damit ist das ein bisschen besser geworden mit den Freunden im Kiosk. Wie war denn jeden Tag heute, was deine Nummer? Ich glaube nicht, oder? Ja, da geil ist's, ne? Ja, da geil ist's, ne? Ganz gut. Ja, wunderschön. Ja. Haben Sie schon Arbeiten drin? Ach, gearbeitet? Nee, aber ich habe endlich mal meinen Roller reparieren lassen. Das arme Teil hat schon einfach die ganze Zeit geklappert. Ja, da muss man nicht auch mal so was gönnen, was, ne? Ja, so ist es doch, ne? Das Eierbrötchen für den Herren und das Käffchen für die Dame. Danke sehr. Ja, dankeschön. Ja, nicht dafür. Ja, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Sie sind das erste Mal hier, meine ich, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Ganz genau. Ich habe das immer nur gesehen. Gucken Sie, wir machen hier immer von Sonntag bis Sonnestag, eigentlich ab 22.30 Uhr. Aber so eigentlich noch nicht so richtig Prime Time machen wir hier auf. Und das fühlt sich dann auch immer, die Leute, die hier sind. Und wir machen so einen sozialen Treffpunkt auch. Dann gibt es zwischendurch immer Gesangseinlagen und Durchsagen vom Kiosk. Und das ist eine richtig nette Atmosphäre, ja? Da sind Sie eingeladen, wirklich auch hier zu bleiben jetzt und zu verweilen. Ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Und dann dieses Füllen des Platzes hier mit zu bewirken. Weißt du, ne? Ja, das ist sehr freundlich. Schau mal, sonst kommen wir dann einander mal wieder zu Ihnen, weil wir lieben es, so herzhaftes Angebot hier. Ja, die ist halt, ne? Ja, die ist halt, ne? Ja, ne, 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 ne. Er hat ein Flupo im Maul gehabt, ne? Ja, manchmal kommt ein bisschen Rachen runter, was, ne? Manchmal inhaliert er sie, da kann er auch nichts dagegen tun. Hauptsache es schmeckt. Wie gesagt, er hat man das Todes, ne? Ja. Wir haben auch günstige Zigaretten hier, ne? Ich noch eine ganz knare Handlung umgelegenheit. Was ist denn da hinten los? Ah, irgendwie ist der nächste abgestochen wahrscheinlich was, ne? Ah. Ja, ja, jeden Tag haben wir hier was, ne? Das ist auch in der Nähe des Mission Row PD. Das ist doch nicht mehr bedient dort. Ist doch alles tote Hose. Hm, ja, stimmt auch wieder, aber... Ich bin schon übernachtet ja manchmal da. Moment, echt? Im PD übernachten Sie manchmal? Ja, das ist manchmal offen und dann kann man in die Zellen gehen. Oh, nee! Nee, nee. Das spricht man. Das Beste ist man gerade überall, Sie wissen schon, sein Geschäft hinterlassen. Was machen? Was ist denn sie denn vorhin? Ja, Lisa, MJ wurde abgestochen gerade vor einem Platz vom Kiosk. Machen Sie mal das. Ein Geschenk an die Polizei. An die Ghost, hi, ja. Das ist ja verrückt, was Sie da machen, ne? Wurden Sie denn noch gar nicht erwischt dabei? Bisher noch nicht. Also nicht immer, aber ab und zu. Muss ich mal Sophie anrufen. Das hört sich eher nach einer Ordnungswidrigkeit an. Ja. Ne, 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 das ist alles erlaubt. Ja, Evan? Ah, Sophie. Äh, warte, Harry, lass mich kurz raus. Moment, echt? Ist das nicht irgendwie... Hi, wie geht's dir? Ja, gut und dir? Mir auch, danke. Ich wollte nur wissen, ob ich die Lieferung für Alice Taxi zustellen kann heute. Achso, ja, mach mal. Also, ne, dankeschön. Machst du bitte nur den anderen Kühlschrank auch noch auf für alle, dass ich das da reingeben kann? Äh, ich kann... Ich bin gerade bei einem Theaterstück. Ich kann leider nicht. Achso, dann mach ich das alles in einen Reihen. Ist ja kein Problem. Genau, mach das in einen Reihen und dann werde ich das aufteilen. Ich bin jetzt erstmal, ja, bestimmt bis 23 Uhr oder 0 Uhr weg. Und dann sehen wir uns nachher im Kiosk? Ja, bestimmt. Oh, super. Ja, bitte kommt rum. Wir haben auf und wir brauchen Leute, ne? Das wisst ihr, ja. Ja, natürlich. Ich versuche auch, andere noch mitzunehmen. Ja, das ist doch gut. Ja. Perfekt, dann wird's hier voll. Das freut mich. Oh, super. Sehr gut. Danke dir, ne? Gerne. Bis nachher. Tschüss. Genau, bis nachher. Tschüss. Ich muss die Zutaten für die Eierbrötchen, muss ich abholen von der Dings. Unten. Von der, von der, äh, von der Mega-Mall. Bäh. Ich hol die mal und komm dann bitte. Willst du den Sackruck mitnehmen? Ne, 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 ne. Ich brauche nur 30, ne? Achso. Willst du mal einen Kfz oder wie? Ja, bitte sei doch nicht. Ich habe keinen Wagen da. Oh, klar. Also fahr vorsichtig. Aber immer. Soll die Scheiße mal eben ab, ne? Oh, klar. Oh, Gott. Hm. Ein kleines Trinkgeld und das sagt, okay. Ein Trink. Ich habe mit ihr geredet und das, was ich sagen wollte, gesagt. Hallö schön. Hallö schön, guten Abend. Hallö schön. Ihr könnt auch alle gerne beim Kiosk stehen, ohne dass ihr was kaufen müsst, ne? Ja, aber dann... Dann stehen wir alle da und dann reden wir alle über hinten. Das stimmt, das stimmt, ne? Aber wenn ich schon da bin, kann ich was bringen, was Leckeres? Ähm. Achso, klein auf der Hand. Eine Aufbackbrezel oder ein Wässerchen. Ein frisches Rötchen. Oh, du wolltest mir eine Brezel zeigen. Eben, und die haben wir jetzt. Richtig. Was zum Teufel ist eine Brezel? Gute Frage. Was so toll an der Brezel ist? Ja. Ich kann ja nicht aufbacken, ne? Ich nehme auch mal eine. Ja, für schlanke 249 seid ihr dabei. Ist ja nix, kostet ja nix bei uns. Dann nehme ich eine Brezel. Perfekt. Und die Dame? Nimmst du auch noch was? Nee, danke. Ich bin zu sauer. Okay. Irgendwas zum Runterspülen? Eierlikörchen oder Bierchen? Oh, äh... Weder noch nicht. Nee, danke. Nee. Gut, ich mache die eben fertig, ne? Super, danke schön. Hallo, kommen Sie ran. Kommen Sie ran an den Kiosk. So. Das ist in Ordnung. Wir hätten da gerade eben noch die nächste Person. Ja, aber... Zügündchen. Aber bleiben Sie gerne da. Es geht ja gleich los und je mehr da sind, desto mehr können wir quatschen, ne? Perfekt. Also wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Soll ich mal eben die Brezen fertig? Ach, ja, wurde wieder einer abgestochen, ne? Hier ist ja der, der ist geschäft hier. Machst du zwei Brötchen auf, bitte? Will er zwei, oder wat? Ja, mach mir zwei Brötchen auf, bitte. 26 Cout! Pack auf, was, ne? Er bägt sie auf. Ja, wat darf ich Ihnen anbieten, leckeres? Willkommen bei Wann hab ich's bestest. Ich würde gerne zwei Wasser haben. Gerne. Mach ich Ihnen eben mal, ne? Mit oder ohne Sprudel? Äh, ohne, bitte. Gerne. Still. Miet hätte ich sie auch gar nicht gehabt, weißt du? So. Wissen Sie aber, das kostet bei uns nix fast. Nee, gar nix. Ja, fast nix, ne? Nein, nicht so. Drei Dollar. Oh, Entschuldigung, da hab ich jetzt... Ari? Was ist denn? Gibst du die Wässer, geh mal nach vorne. Du spinnst ja wohl. 2,98 kosten beide. So, und jetzt fällt Ihnen die Kinnlade auf den... Oh, dann. ... und wir sammeln sie wieder auf. 26 Code. Oh, das ist doch viel zu viel. Wieso machen Sie das denn? Ah, das ist viel zu viel. Weil sie so nett sind. Oh, das ist doch aber eine Selbstverständlichkeit hier bei Evan und Targespaste. Ja, nett sind wir sowieso, ne? Da können Sie mal von ausgehen. Das Wasser stelle ich mir jetzt zu Hause auf den Tisch und dann sage ich halt das von denen. Oh, das ist in die Vitrine ein bisschen direkt was, ne? Ja, zum Beispiel, ne? Haben wir noch nicht, aber bald hoffentlich vielleicht mal. Sie sind herzlich willkommen jederzeit. Sie können ja auch gerne ein bisschen bleiben mit den Leuten, quatschen, ne? Ne, ich muss leider schlafen, weil ich komme gerne aufs Angebot zurück. Sie sind ja öfter hier. Genau, in der Regel ab 22.30 Uhr, ne? Vielen Dank, dass Sie vorbeigeflaut haben. Auf jeden Fall, ne? Nein. Auf Wiedersehen, ne? Tschüss. Tschüss. Hast du die Brezeln fertig? Also ja. Wohin gehören die? Soll ich dir gehen? Das sind die beiden Herren, die da hinter dem Ding stehen. Warte, komm. Oh, mein Gott, Evan. Leinwut. Deine Schuhe passen zu deinem Sakko. Ich finde es toll. Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ja. Wie geht es dir, Leinwut? Ja, gut. Und dir? Ja, mir auch. Sind dich zu sehen. Komm gerne ran. Ich habe da nur was reingelegt. Hast du Leinwut gesehen? Äh, nein. Sie ist einfach abgehauen. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Okay, dann ist sie wahrscheinlich auf Toilette, ne? Das kann sein, ja. Hi, ho, ho. Wie immer. Hey, wie geht es dir? Ja, geht so. Das war ja ein Wahnsinn. Was war denn da los? Hör mal. 26 Codes. Guten Abend. Und vielen Dank für dein Abo ins achte Monat. Die habe ich heute aufgemacht. Und der Typ arbeitet jetzt auch da. Der hat aber noch nie gearbeitet. Ich glaube, ich stört den da bei irgendwas. Du hast, was hast du aufgemacht? Die, 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 was? Die Waschanlage, die große. Nein, beim Unicorn. Die hast du aufgemacht, oder was? Ja, das ist richtig. Arbeitest du da, oder was? Ja, da arbeite ich. Okay, und du hast dich geöffnet. Und der hat auch da gearbeitet, oder wie? Ja, der arbeitet, der ist angestellt. Der hat aber noch nicht eine Stunde gearbeitet. Aha. Und der hat irgendwas gesagt, von wegen Geschäfte. Scheiße. Und jetzt hat er die Splat gemacht, oder was? Naja, er hat mich am Arm so ein bisschen an der Schulter getroffen. Scheiße. Boah, das ist nicht schön. Willst du weiter fordern, M.G.? Ich habe noch, ich habe noch so ein Brötchen. Okay. Ein bisschen platt jetzt, aber ist egal. Ja, das, ähm... Wieso steht da hinten eigentlich ein Gefängnisbus? Weil die sind da los. Ich weiß es nicht, aber da waren mehrere PD-Autos mit, äh, stark bewaffneten Männern. Oh Gott, wer... Bei der Stadt denn? Harry, schau mal, was da kommt. Und jetzt ich. Hallo, haben Sie auf die Maul? Äh, wenn Sie mir sagen, von welcher Firma Sie kommen... Evan und Harry ist bestes. Was ist denn da hinten? Okay, auf Viertelstunde circa. Okay. Super, danke, tschüss. Tschüss. Und rein. Und mach alles zu, ey, mach alles zu, Bro. Die macht gar nichts zu. Das sind Strafbäder. Ja, guck mal, die sind gut gewacht. Ah, der Jo ruft an. Ja. Hallo, Jo. Äh, ich habe eine Fahrt hier halt, ne? Ja. Mach das, mach das. Gut, äh, bis gleich. Schleingwut. Bis gleich. Ja, sicher. Lass dich in den Stadtpark auf. Ja, ja, ruf mich ruhig an. Ich bin verfügbar. Super, tschüss. Du bist auch im Dienst, ne? Weiß gekleidete Leute, die... Oder? Wir sind auch im Dienst, ja. Aber gerade ist schwierig. Übrigens, die Eva, die hat uns gerade acht Donuts... Äh, Muffins... Muffins wegge... Äh, schnappt. Wahnsinn. Geil. Wieder acht weg, weißt du? Weißt du, ein kleines Taxikauf für uns alle. 16 Dollar. Guten Abend, der Doe und guten Abend, Freecom. Wie, 16 Dollar. Ja, ist so. Watt? Habe ich jetzt über den Tisch gezogen? Ach, Donuts, 16 Dollar, war das du verlangt? Hallöchen. Hallöchen. Alles klar, ich bin unterwegs. Ne, du seh. Die war nur 2,99, steht doch im RDP, bis jetzt du. Aha. Na, dann ist das so. Warte, im RDP steht, stimmt. Ja, hier steht 2,99. Guck nochmal rein. Haben eine Fahrt übrigens, ne? Willst du mit? Wohin? Äh, Fahrstuhlchen. Ja, ich bin mir gerade unsicher, weil, was hier los ist und außerdem haben wir ja auch die Lieferung kommt gleich. Ich mach das kurz, weißt du? Mach das, mach das, mach das. Gutspaß, weißt du? Ja, ja. Wie geil ist das denn? So ist es, Freakcom, und das finde ich auch cool, ne? Schön, dass ihr da seid. Freakcom, der Doe, guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Hi. Ja, Kaiser, eben muss gerade was los, ne? Die dürften da wohl, ähm, die dürften da wohl einen netten RP-Strang bieten. Gefängnis-RP. Ist ja ein Dahlia, so ist es, ne? Genau, der Doe, das für einen kurzen Moment, ja. Ich. Hallöchen. Kein Taxifahrer mehr, oder wie? Doch, bin ich auch, aber mein Kiosk ist jetzt auch eröffnet seit Dienstag, ne? Echt? Ja, ja, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Ja, gratuliere. Ja, danke, wir sind total glücklich. Wir setzen uns da ein bisschen für die Menschen ein, äh, mit günstigen Preisen und alles, ne? Und der persönlichen Note. Ah, okay, also sie mehr oder weniger kümmern sich auch um, 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 sagen wir mal, äh, nicht so gut situierte Personen, ja? Ja, kümmern ist schwerlich gesagt, aber bei uns kriegen sie die günstigsten Preise auf der ganzen Insel und das auch nur mit Herz und Liebe, ne? Aber es sind natürlich alle willkommen, die die Geld haben genauso, ne? Da machen wir keinen Unterschied. Ja, ich, ich, ich verstehe apropos Geld. Ich geh mal kurz ein bisschen Geld abheben. Okay. Okay. Tanaka, was, ne? Äh. Logisch Alex, vielen Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen in der Community. Hi. Kegel, begrüße dich. Die Polizei kommt feiern, ja. Oh, oh, oh. Oh, ich finde das so geil, dass die da... Schatz, wo warst du denn? Ich war auf Toilette. Ach so, hab ich mir schon fast gedacht. Nee, dann ist ja alles gut. Ich hab schon kurz Angst um dich, ne? Ah, Tanaka kommt. Nee, ich lass mich doch nicht empführen. Äh, komm rein in den Kiosk. Geh ich doch einfach gar nicht mit. Ach so, von dir. Hallo? Hallo? Ja, meiner Meinung nach kompetenteste, äh, Officer, äh, PD. Ja, hier, ähm, also, ähm, ich hätt gern Kaffee. Ja, gerne, sicher. Wir hätten sie ihn gerne. Ja, schwarz wie meine Seele. Ach, mein Lieblingsbruch, das ist doch wunderbar. Oh, super. Tanaka, ich mach das mal eben lecker warm für sie, ne? Ah. Ha, 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 ha. Es ist mit Liebe. Und jetzt, der Preis wird sie umwerfen. 2,29 Dollar. Ja. Ja, das ist doch grandios. Sehen Sie. Gebe ich Ihnen das gleich mal. Gerne. Ich find das sehr nett von Ihnen, dass Sie uns auch ein bisschen unterstützen da gerade. Ja. Ja. Oh, was machen Sie denn das? Ich bin komplett verrückt. Nein! Herr Tanaka! Nein, lass mich raus, lass mich raus. Ich muss den Mann umarmeln. Lass mich raus, lass mich raus. Nee, bleibst du hier. Jetzt kommen Sie mal kurz her. Herr Tanaka! Ja, Moment, Moment. Da gibt es eine Bedingung zu, ja? Ja. Ja. Wenn Sie jemanden sehen, ja, dem es vielleicht nicht so gut geht, ja, dann, äh, geben Sie Ihnen einen Kaffee, ja? Bis das aufgebraucht ist. Herr Tanaka, das hätten wir sogar als ohne Ihre Spende gemacht. Ja, aber, äh, Sie müssen ja auch von was leben, ne? Darf ich Ihnen da wirklich einen Handschlag drauf geben? Ja, selbstverständlich. Ja, also, wenn, 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 wenn Sie irgendjemanden sehen, dem es nicht so gut geht, dann haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen Kapital, dass Sie auch einen Kaffee verschenken können, ja? Wissen Sie, warum Sie gerade und damit nicht wegen des Geldes, äh, 100 Punkte in der Sympathie nach oben geklettert sind, weil Sie sich für die Leute einsetzen? Immer, immer schon. Immer, immer. Geil. Geile Sache. So! Aber Sie müssen ja auch für irgendwas einkaufen, ne? Ja, das ist wahr. Das ist ja so billig alles. Ich gebe Ihnen mal das Käffchen hier lecker in den To-Go-Becher. Genießen Sie ihn bitte. Und Herr Tanaka, ich habe es auch schon einigen Kolleginnen und Kollegen gesagt. Es geht gar nicht um, um, ums Verkaufen oder sowas. Aber wenn Sie ab und zu vorbeikommen im Dienst und mal ein paar Minütchen hier verweilen. Heute wurde ein Kollege abgestochen hier vor meinen Augen auf dem Platz hier. Und ich will diesem widerwärtigen Verbrechen langsam Einhalt gebieten und das zu einer zivilisierten Zone erklären. Und da brauche ich Ihre Mithilfe. Dringend. Ja, definitiv. Ja, gut. Dann habe ich ja jetzt einen neuen Ort, wo ich meinen Kaffee holen gehe, wenn ich mal aus dem Büro raus will für eine Stunde. Donuts haben wir für 2,99 Euro. Kriegen Sie noch gratis? Ja. Kriegen Sie noch einen Donut dazu? Das ist eine klare Sache. Ah ja. Damit Sie probieren können. Ne, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen ein Premium-Produkt. Zitrone oder Schoko? Ja, dann nehmen wir mal Schoko. So. Jetzt kriegen Sie nämlich einen Schokomuffin. So weit haben Sie noch nicht gegessen. Den gebe ich Ihnen auf die Hand. Ah, alles klar. Genießen Sie ihn. Ja, danke. Und wie gesagt, ich verlasse mich da auf Sie. 100%ig. Ich bin ein Mann der Ehre. Ja, ich weiß. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich. Ja, dann guten Geschäftsstart weiterhin. Ebenso. Ich muss zurück ins Büro. Mein Telefon klingelt stur. Verstehe ich. Alles Gute. Ruhigen Dienst? Ja, ich auch. Das sagt man nicht. Angenehmen Dienst sagt man, ne? Ja, danke, danke. Schön da noch. Danke Ihnen. Wer Lien entführt, bringt Sie doch freiwillig nach 5 Minuten zurück, sagt Dark Eyes Earth. Behaftet wegen Kaffee-Dumping. Sieg aus ist hier. Du hast die Taktik von Eben. Der gibt den Leuten so viel zu essen, dass sie sich nicht mehr vom Kiosk bewegen können. Flying Warze. Auf der Hand. So ist es, ne? Genau. Alles wunderschön, Eben. Ja, hallöchen. Wie geht's dir? Ja, besser. Also, hab heute Radflöte durch den Morgen gemacht und hab mir ein bisschen die Wade gezerrt dabei. Aber alles gut. Oh, ne. Aufpassen, ne? Sport kann auch Mord sein, ne? Ja, war zu viel. War zu viel. Du meine Güte. Ja, liebe Lein. Was darf ich dir anbieten? Ja, aber habt ihr schon wieder was Neues reingekickt? Hab ich, hab ich, hab ich. Bist du nervös? Willst du wissen? Ja. Ja, auf jeden Fall kann ich drauf erwarten. Also auf die Aufpackbräzen hab ich jetzt wieder. Die waren ja leer. Ja. Und dann kann ich dir jetzt anbieten, Zitronen-Muffin und Schoko-Muffin kann ich dir jetzt anbieten. Ja. Und ich krieg gleich noch zwei Lieferungen, je nachdem wie viel Zeit du hast. Da ist auch viel Neues dabei. Ah, okay. Wann kommen die denn ungefähr? Ein Stünnchen. Wie bitte? Ein Stünnchen circa. Ich hab natürlich auch noch die klassischen Donuts, hab ich Marshmallow-Bonbons und Salzstangen. Aber natürlich auch Aufpackbräzen und die frischen Eierbrötchen, ne? Was ich auch wieder hab, ist Eierlikörchen und Bier. Käffchen, Energiedrink, Cola-Sprung, Wasser. Alles zum Kleinspreis. Du weißt ja, wie's hier läuft. Ja, dann gib mir mal zwei Brezeln und zwei Bier, bitte. Das mach ich dir. Oh, zweimal Evans Bestes, heißt das Menü nämlich. Ja, sehr schön. Ja, guck mal, wir verstehen uns. Ja, 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 sicher. Ein Bierchen und ein Brezel. Ja. Weißt du, was mein? Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst. Ja, schön. Ich wollte mir nochmal bedanken, dass du Joe aufgenommen hattest, ne? Hör mal. Das war echt super. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn jemand in der Not ist oder sonst was, ne? Und ich mag die Person und ich kenn die. Das ist eine glasklare Angelegenheit, ne? Da guck ich auch nicht, auf welcher Seite ich stehe oder wie auch immer. Der kommt erst mal unter und dann läuft das. Dann ist euch geholfen und ihm geholfen und allen, weißt du? Ja, super. Das ist eine glasklare Sache. Die Brezel werden gerade aufgebacken, ne? Ja, immer mehr in Ruhe. Ganz entspannt. Ja, schön. Oh, ich finde das so geil, dass ihr auch vorbeikommt und hier steht und ein bisschen den Platz bevölkert. Und guckt ihr mal an, was hier los ist, ne? Ja, das ist total cool. Also, ich wollte auf jeden Fall nochmal jetzt, bevor ich gleich schlafen gehe, nochmal vorbeikommen. Ich finde das so mega. Wie viele Leute auch hier sind jeden Tag, wenn wir aufmachen. Mhm. Der Stadtpark hat einen neuen Namen. Ja. Wir alle. Wow. So ist es fertig, ne? Ja, super. Pass auf, Lieberlein, ich packe dir das jetzt hier lecker in eine Serviette. Ist warm und heiß, pass auf. Ja, perfekt. Und jetzt knall ich dir noch mit voller Leidenschaft die zwei kühlen Biere auf den Dresen, dass du das Glas glimpern hörst. So. Ja. Heiß und kalt, so muss das sein. Da läuft dir doch das Wasser in der Fresse zusammen, ne? Ja, was kriegst du denn? Ach so, ja. Abrechen müssen wir auch noch. Oh, warte mal. Oh, ja. Oh. Und zwar sind das. Guten Abend. Hallo, bin sofort bei Ihnen. Zu Günther. Alles gut, ich wollte nur zur Hand da kurz. 14,96 sind das insgesamt, ne? Äh, hast du zufällig noch 5 Dollar dabei? Äh, na klar. Ja, perfekt. 5 Dollar. Bitteschön. Ja, dankeschön. So. Dann einmal für dich. Bitteschön. Küsschen, vielen, vielen Dank. Und darf es ja auch noch ein Kühler sein, daher? 4,99? Äh, hab ich jetzt gerade schon, hab ich gerade schon mitgenommen für ihn. Ach so, ist schön. Wunderbar, perfekt, super. Ja, wenn es das Beste ist, ne? Dann merke ich mir. Das ist das Menü. Evans Bestes ist ein Bierchen und eine Brötze. Lecker auf der Hand, ne? Hat Harry auch eins? Ja, Eierlikörchen und Eierbrötchen. Ah, ja, das passt auch. Wäre so. Wer es mag. Wer es mag, es ist widerlich. Aber deswegen hast du ja auch Harris Bestes. Warte, 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 warte. Ja, ich glaube, ich bleib bei dir, Evan. Ja. Ja, ja. Wünsche noch einen schönen Abend, ja? Eben so, eben so, ne? Vielen Dank. Jo, gerne, ciao. Gleichfalls. Tschü. Halt. Herr Andersson. Ich gehe nicht, ja. Ich würde gerne bei Ihnen einkaufen. Das können Sie gerne machen. Darf ich dir anbieten, Wasser? Ach, jetzt sind wir plötzlich beim Du? Na klar doch. Könnte ich bitte ein Wasser haben? Kriegst du, auf der Hand. Ich gebe dir gleich zwei raus, ne? Danke, Schatz. Halt. Nein, ich bin kurz einzahlen, ne? Nein, Schatz, ich nehme kein Geld von dir. Doch, du nimmst Geld von mir. Nicht in diesem Zusammenhang. Komm bitte wieder, ich gebe es dir wieder. Nein, ich möchte, ich habe jetzt eine Firma und da kann ich dich auf sowas einladen. Also, ich gehe mal kurz einzahlen, da hat man ein bisschen krassig. Es kommt gleich eine Dame vom Weasel-News. Ach, nee. Und ich bin bei einem Interview dabei. Oh, für was denn schönes? Ja, für Künstler und so. Warte, ich werde kurz, ich bin gerade angerufen. Gut, ich zahle einen. Geh in den Kiosk rein. Wer die Waffe auf mich gerichtet hat. Puh. Downton Cap steht da jetzt irgendwie gar nicht mehr, ne? 723. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Seeblack Wolfpack. Wieso, nein? Sobald die 6200 auf dem Konto sind und keine Rechnungen aktuell offen sind, werden sich Evan und Harry wahrscheinlich das erstmal auszahlen lassen. Jeweils 3-1, weil das waren die Investitionskosten. Äh, da waren die Baukosten, ne? Hallo. Was darf ich für dich tun, meine Liebe? Äh, ich überlege gerade. Warte, lass mich überlegen. Ich bin den Dienst. Ich kann dir auch eine Neuheit anbieten, wenn du willst. Dann bin ich kurz im Lager. Schönen Abend noch. Ich hole mal eben was aus dem Lager, ne? Hältst du kurz die Stellung hier? Ja. Perfekt. Ja, und bringen sie das Geld am besten zum Geldautomaten. Hab ich schon. Hab ich schon. Mach ich regelmäßig. Hab ich zu viel Angst, ne? Das ist aber Tasche, was, ne? Nee, der, äh, Harry, der Herr, äh, hat gerade, ähm, warte mal, der Tanaka hat gerade sehr großzügige Spende da gelassen. Ach, da die Schnitz, ne? Für unser Projekt hier. Ja. Ach, dankeschön. Überhaupt kein Ding. Ich werde sicher vorbeischauen, aber wie gesagt, äh, jetzt langsam muss ich wirklich, weil, äh, ja, äh, äh, es ist mir nicht gegönnt, die frische Luft. Und, äh, sie ist hier immer willkommen. Frische Luft ist gesund, warum ist ihn das denn nicht gegönnt? Totti, hallöchen, guten Abend. Ja, irgendwer muss ja die E-Mails abarbeiten. Ah, das ist gemein. Da haben sie recht, ja. Da haben sie recht. Ja, das geht ohne Computer schlecht. Ja, leider. Stimmt. Naja, gut, äh, wie gesagt, schönen Abend noch her. Also, sie machen sich hier viel, viel besser als hinterm Schreibtisch. Äh, ja, wahrscheinlich schon, aber leider komme ich nicht auf den Platz. Aber wissen Sie, wenn ich mich jetzt so hinstelle, dann kommen Sie hier gar nicht mehr weg. Man kann sich durchquetschen. Boah, gut, irgendwie. Einfach umzählen. Ja, einfach, so. Herr Tanaka, wissen Sie, wir machen das so lange, bis Sie bei uns anfangen. Ich stelle Sie ein, ne? Okay, okay, ich, äh, dann raue ich noch eine. Sie gehören raus. Gerne. Herr Tanaka, Sie im Freien, das ist viel, viel besser. Das ist auch besser für Ihre Gesundheit und für Ihre Rutsche. Ja, wenn wir spielen, muss auch die Winnie Wildnis. Ja, es ist zur Kenntnis gemacht. Harry, hilfst du mir kurz im Lager? Bei diesem Lager? Hilfst du mir kurz vortragen? Ja. Schatz, du auch? Äh, klar, ich spiele eine tragende Rolle in deinem Leben, also. Du kannst aber auch gerne hierbleiben, ist nicht notwendig, wir haben nicht so viel, ne? Ähm, ja, ich muss nur gucken, wann... Ja, ja, alles gut, ja, genau, bis gleich, bis gleich. Okay, bis gleich. So, komm. Da warst du schon bei dem Megamore? Nee. Oh, da muss ich jetzt hin. Oh, nee, da muss ich genau jetzt hin. Oh, nee, ich habe gesagt, für die Stunde. Da soll ich dir auf dem Lager räumen. Warte, ich fahre mit dem Lager nach hinten. Ja, ja, ich sagte, komm nach hinten. Lauf, lauf. Äh, 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 äh. Äh. Äh, 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 äh. Ja, das dachte ich mir, wenn auch... Äh, äh, pass mal auf, pack ein paar Energie ein. Geht's noch? Ja, ich weiß doch. Scheiße, sind dir die Dritte rausgefallen jetzt? Ach du Scheiße. Pass auf, ähm, wenn du von jeder Kaffeesorte... ...vier Stück mitnimmst... ...und dann Energie noch? Ja? Ja, ich guck mal nie was, hier. So, ja. Ja? Hast du? Ja, gut, so viel Platz haben jetzt auch nicht was, ne? Und ich muss jetzt dringen zum Megamall und dann müssen wir das liefern zur Elis Taxi, ne? Äh, 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 das können wir noch nachts liefern. Jeder Kaffeesorte nur vier Stück. Genau, so ist es, ne? Dass wir nur die Auswahl haben. Äh, und dann Energie. Gucken Energie. Zwei. Nee, nee, drei Energie, ne? Okay, auch von dem normalen Kaffeesorte? Nee, nee. Nee, da haben wir noch. Da haben wir noch. Gut, okay, also vier, 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 fünf, drei. Gut. Nein? Ich hab jetzt hier... Da war doch gerade noch was. Ich hab jetzt Espresso, Macchiato, Capuzino und Energie, ne? Genau. Bist du voll? Ja, ja. Sonst nimm halt noch was Brez mit oder so weiter. Nee, ich hab ja nichts mehr, ne? Und jetzt leuchtet das jetzt zur Zentrale, oder wie? Nee, 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 nee. Das bringst du in unseren Kiosk nach vorne. Achso, ich dachte, das wäre eine Lieferung für die Zentrale, oder ne? Nee, nee, nee. Nee, das kommt erst. Bring das mal nach vorne und wir machen für alle Käffchen den gleichen Preis. Ja, nur zur Info, da müssen wir da nicht groß herumtun. Ja, das war... Warte, warte mal. Ja, wir haben ja ohnehin nur Kaffee drin. 2,29, nee? 2,29. Gut. Nee, nee, dann fahren wir mal hin zu dem Mall, nee? Warte mal, Harry. Du brauchst das nicht extra eintragen, das passt schon. Nee. Wir merken uns einfach, jeder Kaffee kostet... Ich schreibe nicht an. Gut, perfekt. Hast du einen Wa bootykin an der Hand? Nee, jetzt hab ich auch alles aufgesoffen activation. Alles klar, gut, bis gleich. Ich geb Gas. Jajaja. Du musst posten, dass wir hier öffnet haben. Das normale Öffnungspost und später machen wir den Bier-Post. Glück auf! Hallo und vielen Dank, dass wir gleich Zeit hatten. Ja, sehr gerne. Kein Problem. Ich geh mal kurz ziehen. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das war sehr gutes Timing, See-Black-Wulf, ja. Wo sind denn die Eierbrötchen, wenn ich sie fragen dürfte? Ähm, warten Sie. Ich glaube, ich weiß nicht. Moment, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Da sind sie doch, meine Isch. Oh, Greased, mein Lieber! Oh, Greased, mein Lieber! Ein großes Dankeschön an dich für dein Geschenk. Aber Lego Funny! Oh! Blue Fenris, so ist es doch. Was muss, das muss, ne? Was muss, das muss. Oh, Greased, herzlichen Dank für dein 34. Verschenktes Abo mittlerweile. Du liebe Legende Greased, ich freue mich sehr! Danke herzlich! Ja, dann zeigen sie beide Greased, ne? Haben sie gefunden. Ich komm sofort nochmal. Ich hol gleich noch was nach, ne? Alles klar. Liebe Community, jetzt frage ich mal euch. Hättet ihr euch das damals beim ersten Kapitel denken können, wenn wir mit dem Event eines Tages dahin kommen, wo wir heute sind? Ja, ja, Freakum, so ist es. Was? Es ist ja kein Abbruch, ne? Ja, sie sind Moko. Heinz? Wo sind sie? Ich bin grad in der Mega Mall, ich bin in 5 Minuten wieder da. Komme sofort, ne? Okay, bis gleich. Bis gleich, danke. Ja, wie viele von euch zwei posten gerade, ne? Greased, 26, Dani, Freakum, Cedric, Domwolf. Felken und Einkaufswagen dort wäre genial. Stimmt, das wäre eine nette Idee, ne? Die Eierbrötchen, die kommen eigentlich ganz gut. Die sind, obwohl sie eigentlich gar nicht so billig sind. Wobei man muss ehrlich sagen, man verliert schon ein bisschen den Überblick. Weil das ist natürlich beim Event auch so, 4,940 ist schon teuer, ne? Aber dann denke ich mir wieder, nein, ist es gar nicht. Das hat ja überhaupt nichts mit teuer zu tun, ne? Die Preise auf der Insel sind ja irgendwo. So, vielen herzlichen Dank, ich bin schon wieder da. Sehr gerne. Okay. Okay. Ich wünsch ihnen, äh, warte. Warten sie mal. Warten sie mal. Ähm. Tablepot! Ne, ich hol noch mal kurz was. Ne, ich hol nix mehr, das passt schon. Ich hab alles. Danke, danke, danke schön, Tano. Tschüss. Sehr gerne, danke. Ebenso. Tablepot. Hey! 1560. Moment. Tschüss. 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 Das ist so Freakcom, ne? Also ich finde generell irgendwie sind alle, mit denen er eventuell so größere RP-Strengen aufbaut, sind, ähm, sind da so wie ein Lotto im Sechser. Weil, sei es, sei es, sei es, sei es Lien, sei es LS-Taxi, sei es der Harry, sei es Nikita, also da gibt es ja unglaublich viele Beispiele dafür, was wir mit dem Eben für ein Glück haben, was RP betrifft und jetzt mit dem Kiosk und LS-Taxi in Kombination, es reißt nicht ab. Moment mal, hab ich gesagt Lotto im Sechser? Ne, hab ich, hab ich das gesagt, Community? Ne. Tablepot, ich möchte mich jedenfalls bei dir sehr herzlich bedanken für 100 Bits. Komm, kauf noch mal ein paar Eierbrötchen. Ja, sind drin, Tablepot, sind drin, sind drin. Uhhh. Kuvarino High, hab ich das wirklich gesagt? Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Okay, na gut, ihr kennt mich ja. Vielleicht hat man wieder unter Beweis gestellt, wie Lotto ich sein kann. Ja, Pilutchen. Snow-Eierbrötchen. Ein kleines, weißt du? Ein kleines für 4,49. Komm, mach mal lecker Fettisch. Woh... 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 Vielen Dank. Ich muss zum E-Stattoo-Studio nehmen. Was für eine Fahrt oder was? Die Eierbrotchen hinten, lass eben mal drinnen, ne? Die werden wir dann gleich nach oben fahren. Also, ja, ja. Okay. Perfekt, gute Fahrt. So, Hallöchen. Wunderschön. Jetzt gerade Moment. Okay, jetzt ist es doch gut. Oh, da steht noch Tanaka. Oh, nee, was schon erdreht das so? Skisa, Hallöchen. Guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dich begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. So, machen wir die mal warm hier. Sepp, schönen guten Abend. Genau. In Kombination. Ich bin gespannt, Freunde, weil heute ist Sonntag. Und Sonntag war immer sehr, sehr ruhig. Ich bin gespannt, wie sich das heute hier entwickelt. Vom Kiosk. Bis jetzt ist eigentlich gut besucht, ne? Herrschön, Moko. Kommt ihr zum Kiosk ran. Okay. Alles klar. Schön, dass ich es einrichten konnte. Ach, gerne. Kein Problem. Herr, Moko. Auf was muss ich schon bei einem... Spaß beiseite. Du kannst es dir trotzdem noch ein... Auf was muss ich schon bei einem Arbeitsvertrag oder was würden Sie mir empfehlen, dabei da reinnehmen? Grundsätzlich sind das allgemeine Dinge wie... Wir müssen natürlich sagen, im Arbeitsvertrag regeln, wie das mit dem... Wann das Arbeitsverhältnis beginnt. Das ist halt typisch, wenn sie eine Probezeit haben wollen, wovon ich halt einfach zu raten würde. Einfach nur, damit sie letzten Endes die Leute dann auch am Ende raten können. Genau. Und nicht in irgendwelche Leute geraten, die dann letzten Endes irgendwie falsch für das Unternehmen werden oder so. Die würde ich halt einfach mit reingehen, die Probezeit. Wie lange machen wir Probezeit? 14 Tage? Und ich kann das ja dann theoretisch früher auch schon umstellen, ne? Ähm, genau. Natürlich. Wenn Sie das wollen. Das liegt natürlich in Ihrem Ermessen. Aber genau. Ich würde mir jetzt einfach notieren, was Sie gerne hätten. Bitte, das wäre lieb, ne? 14 Tage Probezeit. Konventionalstraf, habe ich schon gesagt. 7000. Das kenne ich von anderen Verträgen. Und Konkurrentsklausel von 14 Tagen. Auch nochmal 14 Tage Konkurrenten. Genau. Na, Vertragsstrafe 7000, sagten Sie, ne? Wenn dann der Klausel. Genau. Ähm, dann halt generell. Normalerweise wird auch immer geschrieben, was die Tätigkeit im Endeffekt ist und so weiter. Arbeitszeiten. Ja, und da ist halt jetzt die Frage, ne? Also Arbeitszeiten, ich würde gerne da rein schreiben, dass man, ähm, das wirklich sozusagen, sagen Sie mal. Oh, Leinwut! Mampf, 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 Mampf. Eure Maffeln sind echt gut, ne? Aber dann freut mich, die sind auch mit Liebe ausgehändigt, ne? Ja, ich habe gleich, äh, zwei Viererpaste genommen. Ja, ich habe es gehört, Leinwut. Du bist ja am Schnabulieren, meine ich, ne? Die sind fast leer und ich brauche was zu trinken. Oh, gerne. Was darf es sein? Was empfiehlst du mir denn? Ja, ein Wäscher können für 1,49, ne? Und wenn du was mit Geschmack haben willst, kann ich dir Brunk und Cola anbieten. Und wenn du was für die Energie brauchst, verschiedene Käffchen. Verschiedene Käffchen oder ein Energie. Oder ein Bierchen oder ein Eierlikör, ne? Ein Eierlikör? Verschiedene Käffchen? Ja, ich kann dir mit meiner Maschine da ein paar Sachen machen. Oh, und was? Ja, ein Espresso, ein Americano, ein Cappuccino oder ein Latte Macchiato. Ja gut, dann nehme ich ein Latte Macchiato. Nimmst du ein Latte Macchiato? Und eine Cola, bitte. Und eine Cola, na klar doch. Das kriegen wir doch hin. Das würde ich auch mal sein, meine Lieber. Äh... Ja, weißt du, ich nehme auch ein Latte Macchiato, aber ich muss noch mal Geld holen. Ja, sicher dann, ne? Wie teuer ist denn? 2,29. Oh, das ist aber lieb, danke. 2,29 kosten die, ne? So, dann mache ich das immer. Oh, meine Brezel ist auch schon fertig, Moment. Ah, nicht, dass er verbrennt. Mmh. 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 Ah, du hast dir selbst eine Brezel gemacht. Hey, sie sind voll lecker. Ist doch klar. Ja, guten Appetit. So, Leinwut, dann kriegst du erstmal dein Käfchen hier. Vielen Dank. Und die Cola. Und dann mal ein zweites Käfchen, ist auch gleich fertig hier. Ah! Oh, ist das schön, ja. Etwas ist ein Traum. Das glaube ich. Ist doch nett, ne? Nein. Könnt ihr mal die, 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 die da hinten, die da so dunkel angezogen sind und da hinter euch stehen, könnt ihr die auch mal einladen, dass sie dann nach vorne kommen? Ach du Scheiße. Ist ja für alle hier, ne? Äh, äh. So, meine Liebe. So, was bekommst du? Auch für dich. Danke sehr. Äh, 5, 6, 7, 7, 7, 7 Dollar und 27. Äh, 47, äh, 57, 57 zählt. Komm, sehr kurz. Oh, Leinwut, 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 Leinwut. Ich sehe langsam den Sinn dieser krummen Zahlen. Wieso denn? Ich sehe es. Ja, zum Aufrunden, weißt du? Ja, sicher. Nee, es geht darum wirklich, dass wir zum Ausdruck bringen, wie hart wir das kalkulieren. Um das geht's, ne? So. Und? Das macht ihr super. Oh, Küsschen. Nee, aber weißt du? Das ist ein Lebensgefühl hier. Ja, das meine ich doch. Ein Lifestyle, wie du es sagen würdest. Es ist ein Lifestühle. Es ist ein Lifestühle. Ja, gut. Super. Zwitschern habe ich gefahren, machst du denn? Ja, es war ein Kaffee, ne? Vielen Dank. Mach das. Ich bin immer noch im Gespräch, ne? Ja, alles gleich. Bleib bitte gerne hier. Okay. Ja, schön, Moko. Et ihr schafft live, weißt du? Ist freundlich. Ähm, ich würde gerne im Arbeitsvertrag drin stehen haben, also die Arbeitszeiten kann ich ja reinschreiben dann, wie ich sie haben will, ne? Sie können so oder so jederzeit natürlich an dem ganzen Kram immer was ändern. Es ist ja nur eine Grundvorlage, die Sie bekommen haben, die Sie immer anpassen können. Gut. Und dann würde ich Sie bieten, dass Sie mir einfach diesen Satz reinschreiben, dass die CEOs jederzeit den Dienst beenden können. Bei den Arbeitszeiten? Genau, dass ich auch, wenn ich mal aufschlage, hier sagen kann, so Junge oder Dame, weißt du, jetzt ist Feierabend, ich mach weiter. Dass das auch im Vertrag steht. Nicht, dass dann irgendjemand kommt und sagt, ja, ich will aber, weißt du, ich hab einen Vertrag, weil das brauche ich hier nicht. Mhm. Das passt nicht hier zu uns. Genau. Das muss ein Handschlag-Ding sein. Mhm. Verstehe. Okay. Ähm. Dann. Geheimheitung natürlich. Vergütung. So ist es. Vergütung. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen jetzt ansage. Ja. Äh, das Konzept. Ach, das hab ich hier gar nicht. Scheiße. 15 Dollar die Stunde. Immer? Äh, nee, es gibt zwei verschiedene bei uns. Es gibt einen Junior-Verkäufer und einen Senior-Verkäufer. Mhm. Und der Junior-Verkäufer kriegt 15 und der Senior 35. Ja, das können Sie ja dann immer nach Berlin ändern. Eben, deswegen, ne. Janus, Hallöchen! Und Swiss, Servus! Und Leos, guten Abend! Würde ich da auch einfach, das wird einfach einen Generalabsatz sein, dann würde ich einfach Lücken lassen für Sie, dann können Sie das einfach immer jederzeit ergänzen. Machen Sie Junior-Verkäufer mit 15? Ich kann das ja ändern, wenn ich es anders will, ne. Okay, genau. Na gut, dann. Eine Maximal-Arbeitszeit brauchen wir auch drinnen. Mhm. Ja, die wäre? 20 Stunden die Woche. Das sind vier Stunden am Tag. Mhm. Mhm. Okay. Gut, ähm. Nebentätigkeiten haben wir auch immer sehr viele drin. Sollen wir, also, dass man die anmelden muss, wenn man weitere Tätigkeiten eingeht? Ja, genau. Nehmen wir auch rein, ganz richtig. Ja. Okay. Ja, dann, ähm, Betriebsmittel kommt auch definitiv rein. Haben Sie ja, wenn Sie welche da haben. Mhm. Ähm, Bediensterhinderung, Entgeltfortzahlung würde ich auch einfach mit aufhören bezüglich Krankheit, wie das da klopfen soll. Oder haben Sie da irgendwelche spezielle Regen, die Sie sich hier vorstellen, oder einfach? Äh, ja, wenn im Rahmen des Gesetzes, während, während, äh, Krankheit keine Vorzahlung, ne? Genau, richtig. Genau, das heißt ja einfach, ähm, Beendigung, also Kündigung. Ja, Kündigungsfrist auf jeden Fall, will ich haben, von, äh, drei Tagen. Weil die ist ja so normal. Drei Tage kann man nehmen, oder? Ja, Sie können da selbstständig da irgendwie festsetzen, wie da irgendwie die Frist aussieht. Ja, drei Tage. Mhm. Ähm. Und die Mindestarbeitszeit können wir auch festlegen, ne? Okay. Natürlich. Natürlich, wenn Sie das holen. Mhm. Die Mindestarbeitszeit auf jeden Fall. Ja, Minimum hätte ich gerne zehn Stunden die Woche, ne? Oder machen wir acht. Acht Stunden die Woche. Oder ist fünf besser? Was würden Sie da sagen? Ja, wobei für unseren Chaos muss schon ein Minimum da sein, ne? Ja, ich sag mal so. Es ist, ähm... Es ist auch politisch ganz irre... Ja, ne, acht Stunden. Acht Stunden brauchen wir die Woche. Wenn Sie acht Stunden wollen, dann... Wir brauchen ja Personen mit Wiedererkennung, die oft da sind. Acht Stunden muss da sein, ne? Die Woche, ne? Mindestens. Und dann machen wir maximal... Und Urlauber sind dann schon melden, ne? Genau. Aus Vitara, das sieht bestimmt cool aus. Wollen Sie da auch eine Frist drin haben bezüglich Urlaub? Oder... Wie Frist, dass man kündigen kann, ja? Genau, nein, nein. Ich meinte halt, ob Sie sagen wollen, Urlaube müssen in irgendeiner bestimmten Art fristgerecht irgendwie eingereicht werden und so weiter. Das ist jetzt nochmal zu sich aufnehmen, weil... Ganz gut, wenn Sie irgendwie Sonderregelungen haben, wo Sie sich unterscheiden von anderen Unternehmen... Ja, 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 packen Sie auf jeden Fall eine Sonderregelung rein, dass die Urlaube angekündigt werden müssen, ja. Okay. Alles klar. Ähm... Gut. Ähm... Ja, coole Sache, Vitara. Würde mich sehr interessieren, wie das aussieht. Okay. Gut. Und, ähm... In welchem Zeitraum? Auch vier Wochen, so wie es die meisten, glaube ich, machen. Vier Wochen? Ich glaube, ja. Das ist schon sehr lange. Ja. Nee, natürlich nicht. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Okay. Gut. Ja. Ich würde tatsächlich den Vertrag einfach ausarbeiten. Bitte, schicken Sie durch und rechnen dann auch auf unsere Firmenadresse. Genau. Ich würde Ihnen dann einfach erstmal einen Entwurf schicken und Sie schauen sich das an, ob Sie damit d'accord gehen. Wenn Sie den so haben wollen, dann kriegen Sie den so. Wenn Sie den anders haben wollen, schreiben Sie da einfach eine Mail an die Kanzlei, mit der wir dich hat, Ihnen schreiben. Und dann, genau, ich kümmere mich dann einfach direkt drum. Sie sind dann in der Hinsicht mein Mandant. Genau. Auch zukünftig möchte ich Sie sehr gerne engagieren, ne? Können Sie natürlich weiterhin dann tun. Da stehe ich Ihnen auf jeden Fall weiterhin zur Verfügung. Ähm, genau. Man könnte dann auch in der Hinsicht irgendwie gucken, dass man einen Mandantsvertrag macht, ähm, wo man halt eben genau zusammenfristet, wenn Sie da irgendwie langfristig was davon haben wollen, ähm, die Inhalte da einfach festlegt, also was quasi dieses Mandant, äh, das können wir dann halt machen, einfach zukünftig, das können wir dann halt machen. Schlaf schön, gute Nacht, danke, dass du da warst. Das können wir dann halt machen, einfach zukünftig, das ist halt… Das können wir dann halt machen, einfach zukünftig. Das ist halt… Das können wir halt dann immer hauptsächlich solche Verträge, wenn es wirklich, äh, auf langfristige Zusammenarbeit hinaus… Ich würde vorschlagen, dass wir das abseits mal, dann nochmal separat besprechen, und dass wir jetzt erstmal gucken, ich muss mal kurz da ran, ne? Ja… Ja… Ähm… Kommen wir so… Äh, ne, sind wir soweit durch Ersemoku? Ja… Sind wir soweit durch. Darf ich noch was anbieten? Äh… Ich würde gleich nochmal kommen. Okay, okay, Moment, danke schön. Hallo! Na? 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 Jetzt guckst du, ne? Jetzt hörst du… Ich war gestern schon mit mir den Laden mal angeguckt. Ja, ich habe auch schon gesehen, mit was für einem Auto du gekommen bist. Hübsch, ne? Ohhhh! Gerade gekauft, das Ding. Er hat den Bobcat von Pot & Pen gekauft, Freunde. Ja, wie sieht's aus, alles ruhig? Ja, ja… Ja, ne, heute wurde einer abgestochen hier vor mir. Ei… Wie schlecht. Ein Kollege von Els Taxi. Scheiße. Ja… Aber so richtig, ne? Heftig, kräftig, mein Lieber. Das ist ein Wahnsinn, das glaubst du gar nicht. Also… Ja, und das… Wunder… Heute haben wir ja noch ein wunderbares Treffen, das ist dann etwas später, ne? Ja… Da hab ich schon… Ich bin schon ganz fuchsig. Ja, ja, ich auch. Ich werde natürlich berichten, ne? Es wird so geil, mein Lieber. Ein Bierchen auf Haus? Ja, auf jeden Fall. Das mache ich dir mal eben kalt, ne? Ja, bitte. Dankeschön, mein Lieber. So. Dankeschön. Bitteschön, lecker auf der Hand, ne? Mhm. Cheers. Lene ist auch da, cheers. Wo ist die denn? Ach, da… Ja… Ja… Dann geht man ran und wartet. Macht das. Es gibt doch noch ne Kleinigkeit, die ich noch erfragen müsste. Ja, gerne. Ähm… Eben Punkt, äh… Tätigkeit. Hallöken. Ja, wir machen keinen Arbeitsvertrag, Harry. Sorry. Da wäre gerade die Frage, ähm, ob sie mir da irgendwie einfach kurz ne Formulierung geben könnten. Als was wird man eingestellt, was muss ich da… Kioskfachkraft mit den Haupttätigkeiten, ähm, verkaufen, zubereiten, ausliefern, Lagerbestände, Bestellungen und alles, was dazugehört. Und wahrscheinlich dann eben alles weitere, ähm, was sie dann, äh, im Rahmen… Ne, was einfach… Genau, richtig. Genau, so ist es. Zumutbar, so ist es, ne? Genau. Und dass sie die Weisungsbefugtheit haben. Genau, perfekt. Genau, so ist es. Okay. Und sie kündchen erst in Moko. Müsste ich nur kurz hinter ihnen. Oh. Dresse halber. Ich weiß jetzt doch nicht, ich kann nicht… Kommen Sie lecker ran! Herr Andersson, was haben Sie Leckeres für uns? Ich freue mich erstmal, dass ich Sie alle hier begrüßen darf, ne? Ist mir eine Ehre. Herzlich willkommen bei Evan und Harry's Bestes. Bei uns gibt es den kleinen Preis mit der Herzlichkeit, ne? Ja, wunderbar. Wir haben Hunger. Ja, das freut mich sehr. Also ich habe ja, was so ein Kiosk alles braucht, ne? Vom Wässerken über ein Bierchen, Eierlikörchen, Käffchen, Cola und Sprank. Habe ich auch Zigaretten, frische Aufbackbrötchen, frische Eierbrötchen und ein bisschen was zum Naschen und zum Knabbern. Ja gut. Colin, du suchst aus, du bist Gast heute. Kleinster Preis hier, ne? Ist mir, ehrlich gesagt, absolut egal. Ja, egal. Hat er nicht. Willst du Eierbrötchen, willst du Wurstbrötchen? Aufbackbrötchen. Ja. Mache ich ein oder zwei Brötchen, mache ich fertig. Haben Sie Wurstbrötchen auch? Ne, das kommt alles noch, ne? Wir sind erst am Anfang. Okay, Eierbrötchen, haben Sie sonst noch ein Brötchen außer Eier? Im Moment noch nicht. Ja gut, dann für den Herrn im Pink zwei Eierbrötchen. Jawoll. Äh, willst du eine Sprank oder eine Cola? Äh, Sprank. Eine Sprank. Eine Sprank. Die Sprank war doch lecker. Äh, Mr. Williams? Weißt du, was ich meine? Herr Sky? Ich nehm ein Eierbrötchen. Ein Eierbrötchen? Sehr, sehr gerne. Auch das kriegen wir natürlich lecker hin. Und was zu trinken dabei? Bei den Trinken bin ich bedient, das passt. Alles klar. Das Westerken kostet übrigens nur 1,49 bei uns, ne? So, dann haben Sie mich. Ich nehm auch noch eine Sprank. Aaaaaaah, was soll ich meinen? Gut. Aber das ist kein Weserken, ne? Hahaha. Gut. Und für Sie, Herr Sky? Ähm, ich nehm auch ein Eierbrötchen und eine Cola. So, und jetzt sind wir, jetzt sprechen wir eine Sprache hier. Was soll ich meinen? Das ist doch ganz wunderbar. Auch ein Eierbrötchen und eine Cola bei. Ja, die Eierbrötchen, die werde ich Ihnen da direkt mal frisch zubereiten. Wunderbar. Da könnt ihr auch zugucken, ich hab da nichts zu verheimlichen. Ich pack das hier vorne auf der Theke drauf. Da ist erstmal eine gewisse Grundlage und ein bisschen Butter. Nein? Dann werde ich hier dezent erstmal den Käse von der Scheibe drinnen. Wie, wie wenn Sie das gelernt hätten? Es ist so. Man macht das mit Herz und Mitliebe. Weißt du? Da brauch ich nichts lernen. Hey. Also Sie arbeiten hier und Herr Ecker steht und quatscht? Genau. Nein, Spaß. Wir wechseln uns das schon ab. Hahaha. So, jetzt kommen noch die Wirkschen drauf und die Petersilie. Ich hab nichts gesagt. Was haben Sie gesagt? Ich möcht das wissen. Es ist der nette Herr vom Casino. Sie haben ja gute Erreinverträge, hab ich gesagt. Ach so. Ja. Sie wissen ja noch letztens mal, wie ich da hab geräumt. Nein? Sie haben mich komplett fertig gemacht. Mit Sarah, ich glaub nicht, dass er weg warst. Mit Sarah, ich glaub nicht, dass er weg warst. Mit Sarah. Da ist er. Na ja. Evan hat mal gut so. Nein. Und das zweite Brötchen ist fertig und das dritte. Und dann das vierte. Sie wissen, wie es läuft bei uns. Evan und Harrys Bestes. Ich bin Evan. Und ich bin Harry. Und zusammen sind wir die Besten, weißt du. Tja, wunderbar. Gefällt mir. Gefällt mir. Harry, machst du schon mal Richtung fertig? Kommst du rein in die Kasse? Ja, ich komm rein. Storno Kasse 3. Ich komm mal. Ich lieg den rein. Was haben wir denn? Niemann hier bot. Storno Kasse 3. Ich bin grad beim dritten Brötchen. Wir haben vier Eierbrötchen. Wir haben zweimal die Sprung und einmal ne Cola. Komm, mach jetzt. Harry. Ja. Und heute ist gar keine Lernbelästigung, wie ich gelesen habe. Nja! Wo haben sie das denn gelesen? Boah, ruhig bleiben. Wo haben sie das denn gelesen, bitte? In der heutigen Zeit geht doch alles so schnell viral. Ne, ich meine, warum das heute keine Lernbelästigung ist. Wie versteh ich das denn? Ja, das hör ich doch. Ach so, ja, 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 ja. So, jetzt hat vierte auch fertig. Eierbrötchen, was noch? Sag mal, bist du dement? Vier Eierbrötchen. Ja, weißt du, du hast mir grad 30 Sachen gesagt. Ja, hast du recht. Vier Eierbrötchen, zweimal Sprung, einmal Cola. Okay. So, und jetzt wird das ne Aufgabe für mich, weil ich das jetzt überreicht. Warte, 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 warte. Erst mal die beiden Eierbrötchen. So, ne. Sie geben das mal bitte direkt an den Herren in Pink weiter, weißt du? Ja, unverzüglich. Schön. Dann haben wir dann den Sprung. Bitteschön, dann haben wir für Sie ein Eierbrötchen und ein Sprung. Dankeschön. Für Sie, Herr Sky, mal ein Eierbrötchen und eine Cola. Wunderbar, perfekt, vielen Dank. Thunderbolt, hi. Ich grüße dich. Auf jeden Fall bin ich mir recht. Ich bin sehr müde, okay. Ziehen Sie mir wieder das Geld aus der Taschenhecke. 26,93, ernst. Warte, ich rechne mal. Herr Sky, wo kriegen Sie das um den Preis? Wo kriegen Sie das um den Preis? Ja, das ist ne sehr gute Frage. Das ist hier für Sie, Herr Sky. Danke. Oh, da ist nichts. Dann will ich direkt wieder verspielen bei Ihnen, was, ne? Ich kann Ihnen Geld geben, so viel ich will. Sie bringen es mir eh wieder. Ah! Ich drehen, ich drehen. Erinnern Sie mich nicht daran, es tut heute noch weh. So, und jetzt komme ich ins Spiel. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie da ein bisschen auch die Gesellschaft mit uns allen hier genießen und den Platz auch ein wenig bevölkern hier. Ja, wir nehmen an den Tisch hier gleich im Beschlag. Ja, bitte machen Sie jetzt. So muss es sein. So muss es sein, so muss es sein. Wunderbar, vielen Dank. Es ist Ihrer. Fühlen Sie sich wohl, wir sind da für Sie. Wunderbar. Dankeschön. So, jetzt muss ich kurz raus hier. Ja, ich hole mir grad lecker essen. Ja, mach das. Guck aber auch, dass wir die Marshmallows irgendwie essen. Ja eben, dann fress ich die was. Aber natürlich nicht nur. So, Herr Semoku, wie weit sind wir? Komm ran, Harry. Ich auch, oder was? Wir machen grad die Arbeitsverträge für die zukünftigen Mitarbeiter fertig. Genau. Kann ich nicht. Genau, Kiosk Fachverkäufer haben Sie gesagt, ne? Kiosk Fachverkäufer. Ja, genau. Kiosk Fachkraft. Fachkraft. Okay. Nehmen wir sie auf. Sie können ja alles, Herr Semoku. Er ist Anwalt, akkreditiert. Und er wird auch unser Anwalt sein. Es gibt meiner Meinung nach keinen besten Anwalt in St. Andreas. Gott. Doch, Herr Goldbaum. So, und jetzt ruhig, weißt du. Unruhig. Unruhig. Wahrzeit. In mehrfacher Hinsicht ruhig jetzt. Ja, gut. Herr Goldbaum kann ich Ihnen leider nicht mehr anbieten. Ruhig, Herr Semoku. Ruhig, ruhig, ruhig. Bleiben wir bei der Sache. Unruhig. Ah, schon. Nun. Aber, ähm. Ja, ne, dann habe ich soweit alles. Wie gesagt, ich schicke Ihnen dann einen Entwurf zu für ein Unternehmensaccount auf Venture. Und, äh, sie schauen sich das einfach gemeinsam an. Ja, Lisa, ne? Schauen, ob sie dann auch irgendwas aufnehmen wollen oder nicht. Oh, Thunderbolt. Ui, ich wünsche eine gute Nacht natürlich. Und dann habe ich eine Mail an die, ähm, Kanzleiadresse und dann passt das. Und dann... Perfekt. Genau. Also, Moko, sie sind einer, weißt du. Genauso machen wir jetzt. Sie sind einer. Und der Hari macht jetzt eine Durchsage für ein Eierlikör. Komm mal! Das ist alles hier! Ja, gebe ich dir eben, ne? Ich muss aber tatsächlich auch schon langsam wieder los, weil ich muss uns langsam ins Bettchen hüpfen. Na klar. Also, Moko, fahren Sie los? Na ja. Also, Moko, fahren Sie los? Na ja. Äh... Was ist... Dieser Schlüssel ist, glaube ich, für Sie. Ja. Super. Danke, ne? So. Und jetzt mach's Ihnen meine Ansage, mein Lieber, für den Eierlikör. Aber der! 4,99! Komm, ich muss bekloppt sein. Unten, äh, also einen Staubsauger gibt's dazu. Danke Ihnen auch. Alles Gute. Wir sehen und hören uns, ne? Ja. Dann. Oh! Thunderbolt! Vielen Dank für 18 Beats! Ich freu mich sehr! So! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, Parris! Die möten sie aus, Leckereierlikor an! Für 4,99. Und sie agiert überhaupt nicht! Was�! Komm, stoppf durch die Bühne weg! Was�! Isolvergüste staying? Komm, klar, Mropriet! So, hast sie gut gemacht. Und, kommt keiner. Ah! Ja, weil ich schon mit denen ... Hab ich sie abgeschreckt jetzt. Nee Guten Abend, wie geht's Ihnen? Also erstmal darf ich mich sehr freuen, dass Sie vorbeischauen Oh, das ist sehr schön, wir freuen uns auch Sie wissen gar nicht, was die zwei Leute, die ein Unternehmen gründen, bedeutet, wenn sie den Kunden begrüßen dürfen oder Kundinnen Das ist gerade so ein freudiges Erlebnis und das, obwohl wir ja natürlich nicht viel verdienen hier, das wissen Sie Es geht uns ja um die Herzlichkeit, um die Menschlichkeit und dass sie auch ein Lächeln auf den Lippen davontragen, wenn sie bei uns waren Das ist aber schön, das finde ich gut, das ist eine gute Unternehmensphilosophie Das ist es und wir wollen das hier alles so revitalisieren mit freundlichen Leuten hier, diese Umgebung am Stadtplatz, Parkplatz Alles, Parkplatz auch Und ja, für Sie natürlich nur das Beste, Harry, sag auf Ja, was wollen Sie trinken und essen? Tatsächlich sind wir hier, um Ihnen kostenlos was zu trinken anzubieten, eine Vitaminbombe Oh, nee Möchten Sie nichts? Doch, aber ich dachte, wir können Sie jetzt beglücken was, hä? Markus! Okay, warte, ich schaue kurz in meinen Geldbeutel Nee, das ist ja gar nicht das Thema Das ist ja jetzt eine unannehme Situation Und da klingelt es und ich stille mich aus der Situation Ja? Ja, hier ist Dina von Rainy, Hallöchen Hallo! Ich würde hier hinten auf dem Parkplatz stehen, hinter der Flickerbank Wunderbar, ich komme, ich komme, ich komme Perfekt! Super, bis gleich Bis gleich! Hast du was mit Rainy zu tun? Rainy? Nee, Rainy ist ein... Okay, dann kommen wir mit Okay Ich nehme nur eine Lieferung entgegen, dann können wir quatschen Dann siehst du auch gleich, wo mein Lager ist, für ein Fall der Fälle, dass es mal sein muss, nein? Ne, das ist direkt da in der Gasse durch Das kenne ich nicht, Thunderbolt, nee, das kenne ich tatsächlich nicht Markus, mein Lieber, und ein großes Danke an dich für... Zupark, wie scheiße, Mann Wie startet denn hier? Für noch einmal 100 Bits, du liebe Legende, ich freue mich sehr Danke, Markus Und Nordhessen darf ich herzlich begrüßen Guten Abend, hi Wie geht's dir? So, da bin ich Hallo Das Lager wäre da, könntest du da mal ranschieben, dass wir nicht so weit haben Das Tor, das Rolltor Das da vorne? Ja, genau Ja, klar, das können wir da hin Nordhessen, was ist denn los? Und Daniel, schönen guten Abend, ich begrüße dich Ja, vielen Dank, dass wir da so wunderbar zusammengefunden haben Ja, ach, das ist doch gar kein Problem So Gucken wir mal hier Waren einmal, ne, 60 Sprunk und 60 Cola Exakt so wie ist es, ne Perfekt Gucken Sie mal, auch wenn das jetzt, ich weiß, dass das für Sie auch nicht angenehm war, da jetzt schon mal pro Produkt 2 Dollar Cent runter zu gehen Aber ich sag, wenn alle in der Lieferkette mithelfen, dass wir auch für die Leute, die nicht so viel Geld haben Ja, dass wir da, wissen Sie, was ich meine Dann haben wir doch alle was davon Ach, aber wie gesagt, also die Preise, die mache ich ja gar nicht, das macht ja meine Frau, ne Also Ja, ja, das ist ja alles wunderbar Trotzdem, Sie können ja das ja auch gerne ausrichten, dass ich da sehr glücklich darüber bin Das mache ich, das mache ich auf jeden Fall, natürlich Und so ist es natürlich auch so, dass Sie dann in positiver Erinnerung bleiben Dann werden wir auch gut über Sie reden Und es waren 2 Dollar Cent, aber was ankommt, ist die Herzlichkeit und die Liebe Ja, natürlich Soll ich mit anpacken, Evan? Geht schon Äh, die ist wirklich zum Glück nicht viel, ne Ne, das ist nicht, das ist nicht viel So, äh, da fehlt aber jetzt ein bisschen was, ne Ich wusste jetzt nur, in der Bestellung standen jetzt 60, äh 60 und 60, ne, da waren jetzt jeweils Äh, im Moment 30 und 30 stand drin, das muss ich mal gucken Ja, ne, da haben wir gesagt, kostenlose Lieferungen, dafür 60, 60 tatsächlich Dann war das ein Fehler Dann war das jetzt hier noch nicht eingetragen, ja Ja, dann verrechnen Sie mir jetzt erstmal die 30, 30, ähm, aber natürlich ohne Liefergebühr jetzt bitte Und ich werde es sowieso zukünftig bei Ihnen bestellen, das nimmt sicher nix, ne Wenn die Preise kriege ich dann irgendwo Ja, ich bringe Ihnen das gleich noch vorbei, das ist kein Thema Wie lange seid ihr denn noch da? Tja, ja, schon noch ein bisschen, ne Alles klar, komme ich gleich eben Okay, super, danke Komme ich gleich eben mit dem anderen Wagen angeflitzt, kein Thema Ja, perfekt, super, danke vielmals, ne Kein Problem Können Sie dann gleich vorne beim Kiosk aber dann stehen bleiben, weil das brauche ich dann vorne Ja, das machen wir doch Perfekt, danke schön Alles klar Bis gleich Gerne, bis gleich Geil, das höre ich auf jeden Fall Man guckt dir mal an, wie groß das Lager hier ist, ne Ja Warte, da unterbringst du diesen Hammer Wahnsinn, die machen mich arm, Evan, die machen mich arm Und genau so viel Stauraum habe ich im Kiosk auch nochmal Die machen mich arm, ich sag das sehr Wenn es weitergeht, muss ich die Klage gegen mir Geld einreichen, nehm ich die Kunden weg Grusel, schickst du es angekommen heute von der Lieferung, danke nochmal Sehr, sehr gut, weil da habe ich schon eine Rechnung geschickt Habe ich sich denn gefreut wenigstens, aber wenigstens schöne Grüße ausgerichtet Es ging, es war sehr unterkühlt Es war nett, aber es war jetzt nicht unbedingt sehr herzlich Aber gut, das ist denen auch geil Anni, da ist die Cateringbox, das ist überhört Ich sag dir jetzt mal was Evan Emerson Evan Emerson, geil Anderson Ich weiß, was das beste ist Die verlangen ja wirklich unendlich, ne, für die Produkte Das ist unfassbar Ja, ja, das war an Sinn Acht Dollar für so einen bekackten Muffin Ich habe den jetzt drin für, im Verkauf habe ich den jetzt drin für 2,99 Wie viel hast du gekriegt von den Dingen? Ja, nicht so viel, ne Reicht, reicht, macht die schön kaputt, da hin, ich meine Ja, ja, sicher Und das nächste ist von der Bägerie, aber die mache ich ja nicht kaputt Ich weiß auch, ich nehme mir mal so einen Muffin raus Ja, ja, mache ich da Bisschen Brand Da kannst du mal Da kannst du mal jemand eben Achso, ne, da habe ich vorne, warte mal Da kannst du aber oben einen Donut nehmen Oder einen Gemüse Ja, ich nehme mir so Irgendwas angebrochen hier Nehmen wir ein Eierbrötchen Nehmen wir ein Eierbrötchen Nehmen wir ein Eierbrötchen Ich denke mal so, dass die Bäckerie auch die Tage kommt Ja, die haben sich noch immer nicht gemeldet, leider Ja, da dauert man noch ein bisschen bei denen Können wir wieder nach vorne kommen Ja Ja, der Eben von der Eben und Harrys Bestes Jetzt weiß ich wieder, warum ich sie angerufen hatte, tatsächlich Wieso denn? Ich bräuchte noch einen Bierpreis für Logger und für Was war das, mein Lieber? Für Logger? Hey, mein Lieber, was war das nochmal, mein Lieber? Was brauchst du? Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Ich? Was war das nochmal, Logger und? Logger und Pisswasser Ja, das habe ich schon Ja, das war nur die beiden Ja, so mexikanisches, so mexikanisches Mexikanisches, was haben sie da? Servila Servila Tequilabier, oder was? Das ist Tequilabier, genau Könntest du mal die beiden anbieten? Logger und Tequilabier? Logger 5,20 Tequilabier 6,20 Alles klar Dankeschön Das war schon Bitteschön Jo Tschüss Ciao Äh, 5,50 und 6,50 pro Bier Könnte ich dir machen Super Muss ich mal gucken was wie Was Ja Evans Äh, Evans hab ich schon Kelp gekreiftet, aber Ich glaube das ist günstiger als Zumindest Die 5,50 Ja, ich hab da kaum Aufschlag drauf, ne Da ist jetzt ein paar Cent Aber das ist für euch auf jeden Fall gut Weil dann kann ich euch beliefern Und ich kann Mitarbeiter einstellen Und so weiter Ja, das stimmt Ja, genau Ja, Daga, ich bin angekommen Das ist gehört, Daga Ich bin angekommen Oh, Nordhessen Ich darf dir gute Besserung wünschen Das tut mir sehr leid, ne Ich darf dir eine gute Besserung wünschen Super Notiert Sag mir Bescheid, sobald du Bock hast, ne Bock hab? Mhm Auf die Lieferung Ja, wahrscheinlich Wenn ich Preise von den anderen hab, ne Dann weiß ich Bescheid Jo Ja, und Peace, Wasser, bis hier 4,99, ne Ja, genau Das ist, glaube Da kriegen wir, glaube ich Ich könnte sicher bei dir Hallo, Evan Hallo Sag es Wie geht es dir? Mir geht es gut Und ich will heute mit dir ein Bewerbungsgespräch führen Ja, ich würde auch so gerne, ne Weißt du, aber der Taxi ist am Bummen, ne Jaja, wenn so viel los ist, dann fährst du Dann passt das schon, ne Ich fahr jetzt eine Runde Und danach hätte ich, glaube ich, Zeit Ja, dann werden wir dazu hinbekommen, mein Lieber Gut Ja, freu ich mich, ne Bis gleich Ich möchte auch, bis gleich Tschüssi So, jetzt müssen wir mal gucken, mein Lieber Dass wir den Platz da voll bekommen Wie machen wir das denn am besten? Geht den hier, oder was? Mhm Ich brauch da mal so ein richtiges Aufgebot von 30 Leuten Nikita Wie kriegen wir das jetzt hin? Meinst du 30 Biker, oder was? Ist mir scheißegal Hast du einen Haufen Biker? Ja, wenn du die an der Hand hast, schickst du runter, gerade das Bier Von dir Ja, gut Warte, dann ruf ich eben an Dann kann es sein, dass hier gleich 8 Leute vorbeikommen Aber alle Aber wirklich alle Dass da mal so ein richtiges Aufgebot ist, ne Ich will, dass hier die Motoren nur so brummen Ja, gut Der telefoniert, warte mal Dann ruf ich mal den anderen Pressern Telefoniert du mal ein bisschen Oh, Lamy Hey, Lamy Na, wie geht's dir? Ja, und dir? Ja, mir geht's gut Das freut mich Nö Ja, du kriegst das Geld Aber auch Du kriegst das Geld Ja Harald, ich würde dir dann gerne das Geld überreichen Gut Mein Gott, Evan Ja Als könntest du Gedanken lesen Was die sind Ich hab gerade über deinen Hut nachgedacht Ah, und jetzt bin ich schon weg Nein Es ist schlimm Es ist so schlimm Hattest du den vorhin auch an? Hallo Einen wunderschönen guten Tag Schön, Sie wiederzusehen Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann Na klar doch Darf etwas für ein Gaumen sein, mein Lieber Ähm Ja, klar, warum nicht Sicher So ein kühles Wasser in der Hand Vielleicht ein Brezel dazu Oder das sag ich nicht, nein Sag, mach ich dir fertig, ne? Super, dann Ich geh eben schnell zum Automaten Ja, ja, in Ruhe, ne? Einmal Bierchen und Brezel Was? Einmal Bier und Brezel Harry, du musst auch die Leute ansprechen, die da sind, ne? Wer ist drin? Hörst du nix mehr? No, ich habe jetzt Tinnitus Was? Tinnitus, was willst du dazu gesagt? Äh, Brezel und Bier Ja, das habe ich verstanden Was hast du da gesagt? Wir müssen die Leute ansprechen, die da sind, weißt du? Der steht da seit ne Stunden und hat noch nix konsumiert Er ist ja ne Frechheit Nein, nicht deswegen Aber die trauen sich vielleicht auch nicht Dann muss sie ran Dann muss sie ran, ran Ich habe wieder, weißt du, was ich habe Hand wieder ab? Willst du das mal wissen? Sag es Ich bin 150 Nääää Hat Lamy wieder auch? Pizzaz hat. Was hat er? Lamy will uns jetzt einen halben Gewinn vom Casino geben, also vor ihm jetzt auch drauf. Warte, er gibt uns jetzt noch mehr? Ja, er gibt uns jetzt irgendwie noch was. Ach Gott, Scheiße. Aber heute gingen die Muffins wunderbar weg und die Marshmallows habe ich auch fast weggekommen, noch fünf Stück da. Die bestellen wir aber nicht mehr nach. Wieso, weil die sind da low? Hast du die verkauft? Ja, die Eva wollte die nicht. Ich hab das angedreht. Ja, die bestimmen wir nicht mal an. Wo fühlst du dich noch genug da? Wo fühlst du dich noch? Da, ne? Komm. Jetzt haltet euch fest, aber. Was ist denn? Ja, komm, gib jetzt. Damit bist du da, bist du Grösus heute, oder wat? Haltet euch fest, aber. Bist du Grösus? Ich möchte dabei sein. Was ist denn jetzt, weißt du? Doch, die Übergabe findet statt. BALAK, BIS ALLE GLAD! Was, 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 Startkapital, nennt man das doch. Leck mich, weißt du, fest an der Hüfte. An der Hüfte, Lami, an der Hüfte. Mir ist gerade ein bisschen schwindelig, weißt du. Ich muss mich auch gerade kurz ein bisschen hinlegen, weißt du. Krankenwagen kommt schon. Mir ist gerade auch ein bisschen schwindelig, weißt du. Es dreht sich alles, Lami. Es dreht sich. Es dreht sich alles. Es dreht sich. Ja, Lisa. Aufmelken. Gut, dann mach raus. We. Ich muss wieder auf. Lami hat gerade eine Spende von 2000 Dollar da gelassen. Da hast du mir mal kurz einen Schwindel angedreht, weißt du. Leck mich fett an der Hüfte, weißt du. 2000 Dollar, der ist doch verrückt. Ich muss einfach, lass mich durch. Ich muss, ja, ich weiß. Ich muss einzahlen, lass mich durch. Ich geb dir meins auch noch hier. Ja, gib mit, gib mit. Noch mal 550. Ich soll dich hier wieder auf den Boden fallen lassen. Ja, dass wir da noch ein glücklicher Ausdruck gehen lassen. Ja, dass wir da noch ein glücklicher Ausdruck gehen lassen. Warte, 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 warte. 100 Dollar habe ich noch vom Taxi gelten. Da sind 400. Ja. Sollte aber auch reichen was sein. Mein Gott, küsch mich, Harald. Dann ist das so. Wisst ihr, was ich am geilsten finde? Dass Nikita... Dass Nikita... Den Firmenwagen von Pot & Pen gekauft hat. Das finde ich doch schon mal so richtig geil, oder? Ja. 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 Die haben nicht zugemacht, ne? Aber die haben den Wagen schon seit geraumer Zeit qua fahren inseriert, als ihr braucht Wagen. Oh, wo wenscha? Und der Evin hat ja auch schon ab und zu mal so im Spaß überlegt, ne? Was wäre, wenn er den kauft? Aber Nikita hat's durchgezogen. Geil. Das ist doch echt allgegenwärtig, oder? Am Sonntag, weißt du? Ja. Ja, äh. Kann ja vorher keiner wissen, ne? Na eben. Ja, das ist für sich klar. Vielleicht kann man ja was gewinnen und wahrscheinlich nicht. Ja doch, bestimmt. Das wissen wir nicht, ne? Doch, haben sie gesagt. Zehntausend Dollar. Nein. Ja. Um wen geht's? Und ich fahr mit. Das gewinnen wir, das Ding, oder? Bei dem Rennen. Die besten Taxifahrer von Los Santos gewinnen das Scheißding doch mal. Ja, hoffentlich. Ba auf die Hand, ne? Evin, hör zu. Ich sag dir, wer im Team ist. Ich rauche alle weg. Harald muss antreten gegen McGill, Unicars. McGill ist nix. Ach nix. Ach quatsch. Green Planet ist nicht mal wie mein Auto fährt. Wir fahren noch Gucci. Aber das ist ja leicht. Was schaffst du, Harald? Wir haben gleich schon Bikertreffen hier. Übrigens. Wieso das denn? Äh, ja, ein paar Freunde kommen rum. Sag mal, Lamy, darf ich dir dann die Lieferung zustellen für Alice Taxi? Ich hab mit Sophie schon telefoniert vorhin. Jetzt oder was? Ja, jetzt nach, später dann, wenn's zurücker wird, ne? Ja, 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 ja. Machen wir dann zum Abschluss der Harry und der ich, ne? Ja, 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 ja. Ja. Ja, nochmal Küsschen, Lamy. Das ist ja ein Wahnsinn, was du hier machst. Ja, das ist für den Anfang, ne? Boah, du bist ja verrückt, was du da auf den Tisch knallst, hör mal. Das ist die größte Spende, die wir jemals erhalten haben vom Kiosk, ne? Ja, wirklich. Und der Tanaka hat heute schon 600 auf den Tisch gelegt, ne? Boah, dann weiß ich noch nix. Ach, Harald. Ja, Harald, wirklich, mit der unqualifizierte Meldung warst du, ne? Das hab ich öfters hier und früher war's, ne? Wart, unqualif... Aaaaaah, ja, 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 ruhig, ruhig. Also, ich mein, ganz ruhig. Ja. Echt, hast du Geschwister? Hä? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Das ist einfach unbefassig. Bitte nicht zweifeln, sowas, was, ne? So. Oder eine Schwester, eine Schwester mit seinem Gesicht, ist ja widerlich. So, und jetzt kriegst du eine mitten in der Fresse. Weil die sind da eigentlich mit dem, äh, guck mal hier, von der Gewinnziehung, mit der Viergewinn, tut alles, ne? Wollen wir da nicht schon mal telefonieren, ob die das über uns vertreiben wollen? Ähm. Ist Viergewinn nicht ausgeschrieben? Echt? Habe ich gehört mal. Ne, die schreiben noch, ne? Ach, krass. Naja, Evan, ähm, weißt du, den Laden gibt's schon ewig und die haben seitdem... Du kannst ja fast sehen, was einbezahlt wird von den Leuten. Fast aber auch nur, aber die müssen ja auch von was leben, ne? Naja, es steigt langsam. So, dass man meinen könnte, da wird nie was ausgezahlt. Oh Gott. Yes. Es wurde noch nie was ausgezahlt. Oh Gott. Nie. Gut, mit dem würde ich nichts zu tun haben. Besser ist es. Ihr seid versorgt? Ja. Ja, wir sind versorgt, ja. Äh, wir haben ja am Sonntag, grundsätzlich ist es ja immer ruhiger an Biskum bei uns, ne? Wenn ihr mal schon ein paar Freunde anruft, die dazukommen, dann würde mich schon glücklich machen. Okay, alles klar. Seid gerne, ja. Telefoniert rum, holt alle dazu. Ich mach dann auch ein paar ganz leckere, gib jetzt ein paar leckere Sachen auf der Hand, ne? Oder auch einfach nur zum Quatschen, aber das hat für hier ein paar mehr Sinn, ne? Telefoniert mal die ganze Liste rauf und runter. Wir versuchen unser Glück. Perfekt. Dankeschön. Kein Problem. Ich mach auch eher weniger. Lea, eine wundervolle Nacht zu wünschen. Vielen Dank, dass du da warst. Schlaf gut und einen guten Start in die neue Woche, liebe Lea. Und das liest du jetzt essen. Lies meins vor, bitte. Das ist mein Wichtigstes. Ach, du bist 19. März, ne? Ach, komm. 20. März. Mit dem Sternzeichen, ja? Fische. Dark-Eis. Was war denn heute wieder los, Dark-Eis? Sag ich zum Abschied und bedanke mich bei dieser Gelegenheit nochmal aus vollstem Herzen bei dir. für unfassbare 200 Bits dazu, zu dem Wahnsinns-Support von... E-Win? Ja? Guck, guck, Winscher, E-Mail. Wadis, 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 wadis. Schnell, guck, E-Wincher, E-Mail, unsere Hemden. Nee. Nee. Das ist es. 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 Wann krieg ich die? Wann ist das eine Frau da drauf oben? Ja, weil wir auch Frauen anstellen. Wann krieg ich die? Ich stelle keine Frauen an. Ach, du bist das Letzte, natürlich. Stell mal Frauen. Warum ist das jetzt so vor zurück? Wadis, warum ist das jetzt so vor zurück? Wadis, warum ist das jetzt so vor zurück? Wadis, warum ist das jetzt so vor zurück? Ich nehm das jetzt so zurück, ich liebe Frauen. Gut. Das bestellen wir doch. Warum ist das denn mein Harry in der Achsel drin? Dark-Eis-Earth. Ja, ich so. Ist das Fischen? Es ist Fischen. Wann kriegen wir es denn? Ja, morgen. Ja, gib doch durch. Sag, wir machen es nicht. Nein, Quatsch. Ich ruf es jetzt direkt an. Mach, komm. Mach ein Ding fest, du Scheiße. Warte, komm. Komm, wo ist es? Ich sag, noch keine Damenklamotten. Doch. Wann findest du immer den Witz nicht einfach aus? Du bist das Letzte. Ich warte, ich dann nicht zu wieten. So, warte mal. Dark-Eis, vielen Dank für deinen unglaublichen Support und fürs Lange mit dabei sein heute Abend. Ich wünsche dir eine wundervolle Gute Nacht. Jetzt bin ich dran, Marcel. Perfekt, wir starten in der Neuwoche. Ich bin nicht überfuchzig hier. Ne? Dark-Eis-Earth. Da ist nicht dran. Vielen Dank. Jetzt gehst du nicht dran, Marcel. Geht doch dran. Ne, dann schreib zurück auf Aventure. Schreib auf Aventure Retour. Warte, vielleicht kann ich bei der Leitstelle anlimpern. Mach das. Aber ich sag, geil, guck dir das doch mal an. Aber bei den Männern ist das auch nicht so in der Achsel drin, ne? Ja, das verrutscht halt, ne? Ja, wegen der... Aber das sieht richtig geil aus, ne? Richtig geil. Komm gleich, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ne, das ist besser. Ja. Das ist besser. Mit unseren Gepfesten da vorne drauf. Ja, das ist so widerlich. Das ist so widerlich. Das ist so ässelig. Das kann doch keiner tragen. Nee, das kann keiner tragen, ne? Wir machen das trotzdem. Guck es dir an. Guck es dir an. Guck es euch an, Freunde. Guck es euch an. Ist das nicht geil? Das ist die zukünftige Dienstbekleidung für den Piosk. Wie geil ist das denn? Ich hab komplett Verlusten auf das, ne? Also, dann dauert es ja gar nicht mehr so lange. Nicht so. Hoffentlich. Können wir natürlich nicht wissen, aber... Oh, da kommt jetzt die nächste Lieferung. Lass mich mal kurz runter. Ja, ich lasse die mal. Ja, denn. Lieferung. Achso. Arim, schließ dein Kofferraum auf, bitte. Und jo, die sprach ich jetzt. Oh, ja. Mach dein Kofferraum auf, dann ist es schon für Elis Taxi, die Lieferung, ne? Also nur zum Teil. Ist das jetzt was, ne? Hier bin ich. Ich hab alles im Rucksack. Ah, wunderbar. Jawohl. Kommen Sie bitte gleich zu dieser wunderbaren orangenen Schüssel hier. Hallo. Kommen Sie bitte mit mir mit zum Kofferraum. Ja, machen wir das hin. So. Markus, Markus. Hier ist es. Hallöchen. Hallöchen erstmal, ne? Alles reinhauen. Nicht ganz. 30, 30. 30, 30, genau. Kommen wir rein, ne? Ja, und ich glaub, die passen gar nicht hier rein. Das macht nix. Das ist ein riesen Kofferraum, passt alles rein. Ich nehm die Zigaretten erstmal raus hier. Und los, was? Oh, was soll ich machen? Erste Hilfe-Paket nehm ich auch raus. Und jetzt trinken Sie alles rein. Alles so schön, bringe ich mir das verkehrt. Ich hab hier laufen, weißt du. So, sechs Döschen hätte ich noch. Gucken wir mal. Ja, jetzt passt das doch wunderbar hinein. Hast doch wieder eins, ne? Hervorragend. Ja, super. Dann haben wir es doch. Ja, und ich sage herzlichen Dank. Die Regie ist prompt, ne? Gar kein Problem. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, ich war's. Ja, ebenso. Danke für die prompte Lieferung. Ja, natürlich. Sehr gerne. Und noch ein gutes Geschäft für heute Abend. Danke. Wenn Sie mal auf ein lecker Bierchen vorbeikommen wollen, wir sind für Sie da. Das machen wir auf jeden Fall. Sobald die Zeit da ist, wir haben jetzt hier zwei Tage nicht arbeiten können wegen einer Hochzeit, dann kommen wir auf jeden Fall. Eieieiei. Jawohl. Gerne, 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 gerne. Kommen Sie rum, kommen Sie vorbei und alles. Wir haben Spaß und Freude am Leben einfach, wenn Sie da sind, noch mehr. Wunderbar, das machen wir. Alles klar, schönen Abend euch noch. Ebenso. Tschüss. Ciao. Gönnendabend. So, Jo, jetzt komm mal ran, was, ne? Komm mal an der Meter ran. Der Jo hat eine offizielle Bewerbung gesiegt zu uns, Harry. Gut, machen wir doch mal Straße an ihm. Wir machen das direkt auf. Du bist jetzt auch umgenietet von hinten, vom LKW, was, ne? Perfekt, perfekt. Ist doch umso besser. Und ich gucke jetzt mal, was hat er das Taxi bestellt nochmal. Ja, und weg. Warte mal, Bestellungen, hier hab ich's doch. So, ihr werdet jetzt auch umgenietet. Sprung, ah, das ist nur 20. Ach, leck mich fett was, ne? Guten Abend, die Herren. Moment, was ist da jetzt hinter mir? Ja, das ist ein Auto. Ah, gut. Wollen wir kurz was fragen? Gerne, guten Abend. Ist hier ein bisschen Action los? Ja. Ja, hier ist jeden Tag-Event, weil wir haben unseren Kiosk nämlich eröffnet. Kommen Sie mal lecker ran, ich erkläre, was hier los ist. Wir parken schnell da hinten. Wir parken schnell da hinten. Wir können uns raus, nein. Oh, danke. So, Batschoff, ich hab's eine Aufgabe für dich, Jo. Ja. Hier nehmen wir mal zu schreiben raus. Ein Blog zum Beispiel. Ich geb dir meinen. Ja. Hier ist er. Oh, der ist aber freundlich von dir. Danke. Schreib auf. Danke. Ja. Schreib auf. Schreib auf. Bist du ready? Ja, natürlich. Nee, weißt du was? Doch. 20 mal Sprung. 20 mal Sprung. 20 mal Cola. Sprung. Cola. 20 mal Energie. 20 Energie. 15 mal Brü... Brü... 15. 15 mal Brezel. Bre... Und 15 Eierbrötchen. 15... Eier... Brötchen. Hast du? Hast du? Hast du? Ja, vor der Brezel war das noch Brot. Was? Nee, 20 mal Energie. 15 mal Brezel, 15 mal Eierbrötchen. Hab ich. Hast du? Ja, klar. Das ist die Lieferung, die du heute noch schon keiner testest. Et is'n Test. Nee. Das is'n Test. Und du machst die Lieferung fertig. Packst du in Harry's Wagen. Und dann wirst du dich später zustellen. So läuft das nämlich, mein Lieber. Nee. Aber das hab ich ja noch nicht mal erklärt bekommen. Das kriegst du nachher erklärt. Harry, mach nochmal Kofferraum auf hier. Wir müssen nicht alles da drin haben. 6, 12, 18... Ach, ich geh mal ne Kasse. Ja. Nee, wo sind die denn, die wir gerade hier? Ja, die werden gleich parken, haben sie gesagt. Das ist aber ne absolute Frichheit. Und dann werden sie uns abknallen. Das weiß doch jeder. Ja, hoffen wir doch mal, ne? So, das mach ich dir jetzt eben noch fertig, mein Lieber. 6, 12, 16, 17, 18, sage ich. Na, guck an, da hab ich jetzt verjessen. Super. Und dann nur 2 dazu. So. Und Eierbrötchen waren 15, ne? 6, 12... Ich brät. War dies mit dir? Ich brät auf anderer Sprache. 6, 12, okay. Harry, nimm mal den Rest raus, damit nur mehr 15 Eierbrötchen drin sind. Ja, ich nimm den Rest raus. Warte mal, wie viel sind denn? 12, dann nimm dir und welche raus. Warte. Warte, wie viel sollen drin sein? 15. Achso, nimm ich nur an, Mick. Stallion, was, ey? Warte mal, jetzt 4. Hey, wer nimmt denn jetzt die ganze Zeit was raus hier? Ich nicht. Warte, ich nicht. Ich leg mir die Flöte hier, was, ey? Na, bitte nicht. Was, ey? Nicht auf offener Straße, ne? Ach, ich hab hier was, ich hab hier ein Tohu-Babohu, was, ey? Ich merk's gerade. Ich steh nur mit neuen Brötchen da drin. So, okay, jetzt sag mal auf jeden Fall 15 drin, was, ey? Mango, hi. Wie viel hast du jetzt noch auf der Hand? Ich hab jetzt noch neun Stück auf der Hand. Das stimmt ja was nicht. Ja, was soll ich sagen? Sind jetzt 15 drin? Ja, jetzt ist sie 15 drin, ne? Ja, ich hab nur neun auf der Hand. Auf der Hand. Achso, Moment, dann passt der doch wieder. Es sind ja 24 dann. Ja, dann passt's. Nee, dann, es stimmt, es stimmt, es stimmt, okay. Okay, das springen wir, was tut's auf der Hand? Das springen wir jetzt in den Kiosk rein, schließt sie ab. Felgen, so ist es, ne? Ah, so ist es. Können wir schon ein bisschen durchzählen, wenn wir ein paar Leute herholen? Dann zieht der traurig aus, da. Ja. So, jetzt werden wir das hier wieder ins Lager geben. Was wir auf der Hand haben. Lagerfeld. Aua, uisch. Was, ey? So, ist drin. Hast du drin? Oh, ja. Was hast du jetzt reingegeben? Der neuen Eierbrötchen. Ah, okay. Gut, ich hab auch nochmal sechs dazugegeben. Mal rauchst du die Zigaretten, die du im Auto hast, oder wollen wir die nicht verkaufen? Ja, die hab ich privat gekauft. Macht ja nix, ich hab meine Wasche auch privat gekauft. So, ja, du hast aber auch ein Problem mit deinem Zügel. So. Wollen wir das ausschliefern, die Schasse? Ne, Moment, und jetzt kriegt Jo 15 Brezel auf der Hand. Ich tue den Rucksack auf den Rücken, dann geht das gleich alles schneller. Ne, brauchen wir nicht mehr, ist ja alles im Auto. Ja, und dann, wie sollen wir das in den Kühlschrank bekommen? Mit den Finger? Er kann ja vorne parken. Ich parke auch gleich vorne. So, Jo, ich gebe dir jetzt die 15 Brezel. Barrett, ja. Guten Abend, Flulo. Hi. Ah, Blue Fenris. Ist ja ausgereist. Hast du 15 Brezel? Ja, hab ich, hab ich. Und jetzt kriegst du noch, wie viel Energie waren dort? Ja, das waren Energie, ne. 20, oder was? Ich meine, es waren 20. Die haben wir hier vorne gar nicht mehr. Die gehen wir von hinten aus dem Lager raus. Gibst du ihm die raus? Was ist? Gibst du ihm die raus? Wie viel? 20 Energie hinter dem Lager. Ah, Blue Fenris. Jetzt verstehe ich. Ja, herzlich willkommen. Flulo, freut mich, wie du das schön hast. Ah, ist das schön. Es ist ein Fest. Und jetzt kommen die ersten Biker. Jetzt kommen die ersten Biker. Sehr schön. Ja, Blue Fenris. Ja, hab ich auch gefunden, ne. Hab ich auch gefunden. Cool. Na? Öfter hier? Ja. Guck dir mal an, das ist immer sehr wenig los hier. Guck mal, wer da kommt. Downtown kommt da. Guck mal. Downtown Cap kommt da. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Lief gut das Gespräch. Okay. Also auch das, ja. Naja, es sind halt Fragen vor allem gekommen, wie es momentan mit der Auftragslage aussieht. Und ich hab halt ganz ehrlich gesagt, dass viele Läden einfach nicht, also zwar gerne Unterhaltung wollen, aber häufig nicht den Preis dafür zahlen wollen. Ja. Für Sänger. Und ja. Deswegen, und das halt momentan eine ziemliche Flaute ist. Also das hab ich schon auch gesagt. Ist ja auch so, ne? Ja. Und dann hat sie gefragt, ob ich davon leben könnte und hab ich ganz klar gesagt, nein. Also musste ich ganz klar verneinen. Ist ja auch nicht so. Hier kommen gleich ein paar Biker vorbei, die wollen Bier trinken. Ja, ja, ja. Wunderbar. Geht auf Haus. Geht auf Haus. Ja, wollte ich nur Bescheid sagen. Freu mich sehr. Wie viele sind das? 100? Nee, 7, 8, 9. Keine Ahnung, wie viele Teile sind es. Wenn jetzt auch noch mit Old Ladies können, dann können es noch 20 werden. Ja, mach den scheiß Platz hier voll. Ich will, dass die Sache am Beben ist. Ich will, dass hier so viel bebt, dass die scheiß Bodenbetonplatten rauspringen. Krieg ich mal. Muss mal krieg ich gleich vorbeikommen von denen. Alles klar. Nicht zu telefonieren. Ah, ich frage mich auf das Gespräch mit der Al-Dentis gleich, ne? Ah, wenn die rumkommen, dann sehen sie hier Wildbohr aus. Weißt du, Schatz? Ja, ja, ja. Das wird doch wunderbar. Okay, hast du das? Gut und weiter? Ja, ich weiß halt nicht, ob sie es mit meinem Namen veröffentlicht oder nicht. Das weißt du selber auch noch nicht, aber mir ist es jetzt einfach mal wichtig, dass das überhaupt mal angesprochen wird, das Thema. Ja. Du weißt doch noch den Typen auf dem Fahrrad, den ich heute angesprochen habe. Ja, weiß ich. Der war einfach nur sehr verwirrt und hat nach einem Ort gesucht, wo er irgendwo, ja, mit sich dazustellen kann. Ja, das kann er hier jederzeit machen. Ja. Aber der war, ja, ich weiß halt nicht irgendwie, ich hatte nicht so das Gefühl, dass sich der so gut auskennt, also auch auf Venture war der überhaupt nicht fit und. Aber er ist halt auch erst seit zwei Wochen da, also. Ach so, ja. Na ja, weißt schon, was du meinst. Seeblick Wulfbeck, hab eine ganz, ganz wundervolle gute Nacht. Dankeschön, dass du da warst. Guten Start in die Woche. Mal sehen, vielleicht kommt er immer wieder mal hierher. Ja, das ist doch ganz nett. Guck mal, und wenn wir einfach nur ein paar mehr sind, ne? Ja. Das ist schon geil. Flulo, ich verstehe. Wünsche ich dir einen guten Tag, ne? Jetzt macht Nikita noch den Platz hier voll. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Guck mal, wer da kommt. Ja. Viel Spaß. So. Da sind sie ja, meine ich. Da bin ich, genau. Also sie wissen noch gar nicht, was hier los ist. Wieso? Na, weil sie gefragt haben, was wir hier haben, ne? Ja, gut, ich hab's gerade ausgeliefert, ne? Hallo, ja. Ach so, Entschuldigung, sie sind jetzt wer anderer. Entschuldigung, da hab ich's jetzt verwechselt. Ne, verwechselt, da hab ich's verwechselt. Eben, eben von Cypress. Ja, ja, von Cypress. Das hat gerade an einer Straße gehalten. Der hatte gewisse Indischkeiten mit ihnen, ne? Oh, okay. Und der hatte gesagt, was hier los ist, ne? Der kommt rum, ne? Kam aber nicht, jetzt dachte ich, sie sind der. Entschuldigung, ist einfach immer peinlich, ne? Das kann der gar nicht sein, weil er ist tatsächlich einzigartig. Da haben sie vollkommen recht, deswegen ja, ne? Ja. Der wäre ja ganz rot hier. Ja, ja, das... Gucken Sie mal, also unsere Sternstunden sind meistens so von 10 bis 2 Uhr morgens, ne? Da spielt jetzt sicher richtig ab, da ist was los, da haben wir Spaß hier am Kiosk und so wird es heute Abend auch sein. Wir machen da gerade so die nächste Welle auf und Sie sind jetzt Teil davon. Ja, siehste, siehste, ist doch gut. Kommen Sie erstmal entspannt an, genießen Sie und dann sagen Sie mir, was dürfen wir Leckeres exklusiv für Sie tun? Ja, die Frage ist, haben Sie einen Kaffee? Na klar. Den brauche ich auch unbedingt. Und zwar welchen? Ich kann vier anbieten. Also, ich hätte gerne einen Cappuccino. Ja. Ich nehme einen normalen Kaffee. Ja. Okay. So ein Americano quasi. Ja. Oder wollen Sie einen Spresso haben? Nee, 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 nee. Das wäre jetzt ein Cappuccino und ein Americano. Genau. Ja, und jetzt werden Sie natürlich die Preise umwerfen, trotz dessen, dass das hier mit Persönlichkeit und frisch gemacht wird und isst, kostet das Käffchen nur 2,29. Wo kriegen Sie das? Wo kriegen Sie das? Sagen Sie mir das jetzt. Merken Sie, wie ich da aus mir herauskomme vor Glück, Seligkeit, weißt du, hä? Ja. Über das Hammerangebot. Ja, und sonst machen wir natürlich, Sie kennen das vielleicht, ein Bierchen, Eierlikörchen haben wir ja. Wir haben eine Cola-Sprung. Eierlikör? Ja, Eierlikörchen. Eiskalt gekühlt, passt wunderbar zum Eierbrotchen, das ich auch frisch mache. Also, ich belege es. Aber Eierlikör passt eher zu Schokolade. Ja, ich kann Ihnen natürlich auch einen Soko-Muffin anbieten dazu. Nee, jetzt erst mal den Kaffee, bitte. Erst mal den Käffchen. Wenn du mir mal erst mal den Kaffee und danach holen wir nochmal was. Perfekt. So. Dann einmal für die Dame den Cappuccino und das Käffchen für den Herron. Das sind bei schlanken 4,58. 4,58, das sind ja Summen hier. Ja, wissen Sie warum? Ich gebe dir was, ne? Zahlst du? Oh, danke, sehr lieb, sehr lieb, sehr, sehr lieb von Ihnen. Da kriegen Sie aber jetzt noch ein Marshmallow gratis dazu, Profession. Ui, ui, ui. Wissen Sie, was ich meine? Zwei kleine, ne? Jo, ja, passt auch gut zum Eierlikör, stimmt. Marshmallow und in den Eierlikör eintauchen, das ist eine wunderbare Sache. Oh, danke schön. Danke schön. Ja, nicht dafür. Ich freue mich doch, dass Sie bei uns hier sind und einkaufen, ne? Aber es geht ja auch nicht um den Einkauf oder sowas. Hier geht es einfach auch um das Menschliche. Und wenn Sie ein bisschen mithelfen, Ihnen den Platz zu beleben, dann sind wir glücklich, ne? Ja, machen wir doch gerne. Natürlich. Gut, da wartet noch jemand. Das, ne, 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 gehört zu mir. Das sind zwei ganz nette Leute hier unter dem Schirm. Das ist Lien? Ja, das ist Lien. Na, komm, ins Gespräch, ich mache es, ne? Und, haben Sie Glück? Leider nicht. Ja, ich sag ja. Es ist zu spät. Die meisten sind schon schlafen. Sonntag ist immer so ein Ding, ne? Mhm. Ja, leider. Sonntag ist immer so ein Ding, deswegen brauchen wir ja da tatkräftig Unterstützung. Ich glaube, ich kann auch mal ein bisschen durchtelefonieren, oder wenn wir da bitte ein Party zusammenkriegen, oder? Was meinen Sie, was meinen Sie? Ja, das war schön. Wen habe ich denn da im Telefon? Staatsanwalt, Video-Officer. Oh, schwierig, was? Ah, schwierig, schwierig. Ja, die können sich doch mit den Autos herstellen und das Blaulicht anmachen. Auch wunderbar. Wenn wir nichts, ist das eine kleine Disco. Ein Träumchen. Ich habe ja auch ein paar Zusagen von Leuten, die heute noch kommen, so von daher, da passt schon. Oh, sehr gut. Das kriegen wir alles hin. Ja. Ja. Gucken Sie, wie schön das ist, was hier los ist alles, ne? Ja. Wer ist dat denn? Ähm. Ne, ich meine ihr im Telefon, kennen sie nicht. Was so? Ich habe nichts gesehen. Ich, äh, weiß ich nicht. Sag mal, hört mal nicht mal wieder ihren... Sind sie dat von dir? Was? Wer ist wo von mir? Die da hinten rechts? Ja. Äh, keine Ahnung, wenn die keine Kutte... Die warten vielleicht noch auf die, auf die Leute. Ne, die wären mit Kutte hier. Achso. Die wären mit Kutte hier. Okay, und wer ist dat dann? Weil das für die stehen schon auffällig da. Jo, soll ich mich einfach mal hier hinstellen? Mach dat mal. Nimm mal dein Bike, fahr das hier hoch und stell dich mal hin und guck dir so an. Dann bin ich aber jetzt mal gespannt, was die machen. Ich habe kein Bike hier, ich stehe bin mit meiner Bobcat hier. Okay. Aber Kutte reicht für meistens, das reicht schon für meistens. Aber zieht dat für Leute? Keine Ahnung. Künstler Truppe? Oh, da sind die Biker. Oh! Da sind die Jungs. Ja! Ich habe das beobachtet. Oh, herrlich. Da kommen meine Nachbarn. Oh, oh! Dat finde ich doch geil. Dat finde ich doch geil. So muss dat hier. Lippenwasser. Die haben andere übrigens Brand. Die haben alle ziemlich Brand. Ja, ja. Sind sie bei mir genau richtig. Bei mir kann der Kiosk glühen, sage ich dir. Oh, ja! Ich will hier Stammgäste haben. Geht auf Haus. Geht alles auf Haus. Sag dir das, die kommen. Aber ich glaube immer. Ist dat geil. So muss dat, Schatz. Guck ich dir mal von nahem an. Okay. Sind das die? Ah, okay. Hallo! Komm so ran! Komm so ran! Komm so ran! Ja, und? Sieht gut aus! Da bin ich für sie, weißt du? Oh, nicht hier reinlaufen. Guten Tag, ich bin hier vorne. Das weiß ich. Ich bin der Herr vom Al Dentes. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich, um ein bisschen entschuldigen meine Klamotten. Ich komme gerade von der Arbeit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der liebe... Ich bin aus wie der Litz, ey. Nee, Harry, der ist von Al Dentes. Ah, was? Er ist von Al Dentes. Beruhig dich doch. Ach, alle die und was. Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen auch gleich lecker mit Ihnen ins Gespräch gehen. Ich habe nur ein paar ganz durstige Jungs zu versorgen hinter Ihnen. Alles, alles. Dann werde ich da jetzt mal ein paar Kühle auf die Tee gebacken, dass das Glas bis nach Wein wurde klippert. Müsst ihr noch auf meinen Kollegen warten? Bis gleich. Wunderbar, nehmen Sie Platz, ne? Die sind hier los, was? Das sind meine Freunde, Harry. Und die werden wir jetzt kostenlos mit Bier verköstigen, damit die Zukunft auf uns aufpassen. Verstehst du, was ich dir sage? Soll ich mal eine Durchsage machen? Wart. Nee, nee, nee. Dann kommen sie alle. Das ist nur für die. Ach so. Aber nicht für ein Stück pro Person. Nee, nee, nee. Warlord! Ehrlich, was, ey? Jo. Geht doch schön aus, oder? Vielen Dank, Warlord! Für deine Treue ins zwölfte Monat. Für ein tolles Jahr zusammen. Und herzlichen Glückwunsch zum neuen grünen Abzeichen. Warlord! Schön, dass du siehst, bis du vorbeiguckst. Ich freue mich sehr. Das ist der Motortreff, ne? Ach, ich freue mich sehr. Ich schlafe. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich schlafe. Ich brauche mich auch nicht. Dankeschön. Wacht, ich brauche auch einen. Machst du? Ja. So, wir machen das gleich so. Aua. Entschuldige. So, wie viel macht das? Aua, Lord! Komplimente, Komplimente, Komplimente. Ich habe dir schon mal einen Dollar gegeben. Gibt dir einfach noch einen Dollar. Ach, zwei, ne? Ja, warte. Ist das toll, Felgen? Guck es dir doch mal von nahem an, Felgen. Oh! So, hier. Jetzt ist was los, ne? Jetzt? Ja, mega! Sehen Sie? Das sind viele nette Leute jetzt hier. Ach, ist das herrlich. Ein Traum. Sehr schön. Ach, ja. So muss das doch, ne? Äh. Guck mal, wer da steht. Ach, ja. Alles klar. Mit dem Auto zurückkommen, ja. In der Armee. Ja, ja, ja. Ich glaube, da will ich keiner mehr schalten, ne? Also ist abgeliefert Alice, ne? Bei Alice Taxi hast du abgeliefert? Die Rechnung bezahlt? Ne, die müssen wir schreiben, die Rechnung. Machen wir nachher, wenn es ruhiger wird, ne? Oh, nicht schlau. Ich trage nur mal geliefert ein, aber Rechnung noch nicht, ne? Okay. Super. Ach, jo, du bist ein wunderbarer Schätzken, weißt du? Danke. Erwin, wir brauchen ein paar Freibier hier. Das ist, darf ich vorstellen, das ist der Kiosk-Besitzer. Ja, das ist der Freibier-Besitzer an uns. Ja, also erstmal freue ich mich sehr, euch alle kennenzulernen und ich will mich vorher auch mal bedanken. Ja, du siehst diejenige, welche dir daran schuldet, dass es sich ein Freibier geht. Nikita, jetzt mache ich mir Sorgen. Was ist denn los? Weißt du, Open Love, Kommune 1 und sowas. Hallo. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid, ne? Guten Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich habe so richtig Bock, so richtig mit vollen Händen bei mir ins Eisfach zu greifen und mal so richtig euch alle mit so viel Bier zu versorgen, dass die Scheiß-Besitzer bis nach Weinwut klippert, weißt du? Ja, scheiße, aber dann verteile doch mal, Junge. So ist es und komm ran hier. Komm, zack! Hallo! Was ist gut und bei dir? Hi, Mr. Evans. Ja, bisher geht es nicht wahr, Mann. Nee, macht nur in Ruhe, wir sind dann gleich hinter euch. Oder habt ihr schon? Wir haben noch nicht. Achso, ihr habt noch nicht. Ja, dann macht mal in Ruhe, ne? Ähm, Mensch, was willst du denn? Eine warme Brezel. Wir machen für euch Sonderservice, die müsst ihr nicht anstellen. Wir haben mal ein Stück an der Seite hier. Ja, perfekt. Aber dann erzähl mal, Kollege, wie kommen wir denn zu der Ehre, dass hier für Kurt ein Träger Bier verschenkt wird. Naja, das hat eine ganz einfache Sache. Ich mag halt Nikita sehr, ne? Achso. Und, ähm, ihr seid ganz sympathische Leute. Na gut, das ist soweit richtig, ja. Eben. Und, ähm, die Sympathie ist mir wichtig. Deswegen habt ihr immer einen offenen Platz für euch alle, ne? Klare Sache. Ich geb mal lecker was aus, komm sofort, ne? Ja, oder machen wir? Ja, machen wir. Ja, ich hab zu viele Pralinen in meiner Tasche. So. Der Lekrof war nicht eben schlecht, wenn ich auf dem Boden hier warst du. Ich hab Angst zu stehen, wenn man hat einen Tracker in den. Genieße sie den Aufenthalt hier. Ja, und ich war halt nicht klar in der Diskussion. So. Hi. Oder da kommt da, kommt da frei wie hier. So is it. Aber jetzt müssen wir irgendwie eine Linie bilden, weißt du, dass ich das in Ruhe ausgeben kann, weißt du, was soll ich sein? Haha, eine Linie bilden. Weil da ist natürlich auch eine Menge hier jetzt, ne? Das ist richtig. So, dann kommt mal ran, ihr Lieben. Mal schon mal jetzt mal. Alles kühl und frisch, ne? Wir machen mit dir. Eins. Pues, hat. Weiter geht's. Harry. Member, hat. Und weiter. Heftig. Moin, Alex. Moin, Nasisha. Und Hartz, weißt du, ja? Okay, wirklich gut. Jo, wunderbar, dank dir. Hola. Nero. Hallo. Das wird alles später noch, glaube ich, klären, oder? Auf der Hand. Gracias. Nasisha. Hi, Peter. Peter, auch ein Schlecker auf der Hand, ne? Wunderbar, herzlich willkommen bei Eben und Hachis Bestes, ne? Erzählen wir da alle dazu? Krieg ich auch eins? Nasisha Randa. Das ist auch noch dazu. Ihr gehört ja zusammen, oder? Ich weiß nicht, ob ich dazu gehöre. Ja, klar. Ja, wunderbar. Nasisha, gerne doch. Du gehörst auch dazu? Ja, Uwe, der hängt bei uns ein bisschen rum. Echt. Und auf der Hand, ne? Dankeschön. So. Also, unser Kiosch hat am Dienstag geöffnet. Wir sind hier von Sonntag bis Donnerstag immer von 22 bis 2 Uhr offen. Zukünftig länger mit Mitarbeitern. Und wir legen ganz viel Wert darauf, sympathische und nette Leute wie euch her begrüßen zu dürfen. Ja, geil auch. Ja, cool. Ja, das ist doch mal nice. Das ist ne glasklare Ansage. Und wir lieben es, wenn's hier voll wird, wenn so liebe Leute wie ihr da vorbeikommt, ne? Hallöchen! Da ist schon ein kühnes Bier auf Haus sein. Oh ja, gerne. Zack, und da ist halt, weißt du. Und ich will den Korken bis nach Weinmuth fliegen sehen. Verdammt du Scheiß. Ich trink mir das scheiß Bier hier aus. Und zwar schneller, als ich die scheiß Flasche wegwerfen kann. Ach ja. Ach, so muss das. Super, danke dir. Wir wollen das hier beleben. Wir wollen da einen sozialen Punkt für alle machen. Und ja, ihr seht schon, das gemeinsame Mietermann, das steht da im Vordergrund. Es wird immer voller, jeden Tag aufs Neue. Und so muss halt auch. Ja, perfekt. Uns geht's auch um einen sozialen Charakter, da zeige ich euch auch gleich, wie's ist, ne? Wir haben wirklich Kleinstpreise bei uns. Und wir wollen was für die Leute tun, die nicht so viel Geld haben. Ja, das eignet sich hier ja auch, ne? Man liegt zentral hier direkt gegenüber vom Hotel. Da hab ich mal Zeit gewohnt. Ja. Das Laundry Hotel dahinter, ne? Mhm. Das ist auch ne geile Sache. Das ist einfach ne ganz wunderbare Sache. Ne, jetzt guck mal, es gibt so viele Leute, die sich einfach diesen Turbokapitalismus nicht mehr leisten können, in der da gelebt wird. Wir wollen was für die Menschen tun. Wir verzichten dabei auf Großstelle des Gewinns natürlich. Hauptsache. Ja. Ja, das find ich geil. Wie heißt denn dein Geschäft, sag mal? Evan und Harry's Bestes. Mein Schatz? Ja? Wär's für dich okay, wenn ich nachher nochmal was sage? Na klar doch. Soll ich direkt ne Ansage machen? Don't worry, babe. Wenn das für alle hier jetzt okay ist. Das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Das ist immer gut. Dann machen wir eben ne Durchsage. Don't worry, babe, babe. Harry, bitte einmal Liane ankündigen. Die singt jetzt. Und dann gehen wir ins Gespräch mit Alden. Warte nochmal, warte. Ich hab jetzt grad nen Korken jemals. Einmal bitte Liane ankündigen. Die singt jetzt. Und dann gehen wir währenddessen auch mit der CEOs. Ja, sagen die mache ich gerne. Oh, währenddessen würde ich auch gerne weggehen. Was? Das ist nur ein Spaß. Das ist ja auch immer. Das ist ja auch immer. Das Bier 499, ich sag noch 499, der Bier. Nur jetzt. Und nachher. Und nachher. So, wie ist das denn hier bei euch? Hallöchen. Hallo. Kommt mal ran, bis wir zuhören. Dann können wir gleich quatschen. Ja, ja, klar. Jungs. Ja, klar. Kas, klar. Wie ist das immer. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich glücklich. Ja, das weiß ich doch, ich mache das schon. Oh, mein Glück ist. Nein. Oh, Mann. Don't worry, B. Happy, vielen herzlichen Dank für nochmal 500 Kids. Wahnsinn, hör mal, was haust du denn da auf dem Tisch? Ja, mich wollte Lami nicht, ich musste drei Monate warten, bis es mal irgendwas gab. So, ein Bierchen. Na sicher, für dich doch immer. Ist Platz schon angenehm voll? Ja, hast du ja gut gemacht, ne? Ich glaube, man hat alle was ausgehendischt, auch im Sinne der Sympathie. Ich sag mal so, wenn du ganz nett mit den Wolves bist, dann können wir das einfach so machen, dass in circa ein, zwei Wochen ich dann irgendwann sage, Leute, könnt ihr euch noch den Kiosk-Besitz erinnern? Ja, da sind ein paar Probleme mit dem Wannabe-Gangstern. Aha. Stellt euch auch mal ab und zu mal vorbei bei dem. Aha. So Nikita, und darauf gibt Sarah nochmal ne Runde für alle. Weißt du, ne? Ja, das ist ja richtig. Da sag ich so, guck mal, der gibt euch Bier aus, stellt euch einfach hin und guckt, da muss es mal ein bisschen böse. Ja. So. Genauso muss das nämlich laufen, ja. Scheiße Nikita, genauso muss das ja. Und jetzt sind die Leute... Oh, so kenn ich auch mal kenn ich, wer das Ding ist, die sind einfach schneller hier, weil sie hier dran sind. Ja, ja, ich weiß schon. Aber im Notfall ist es gut, wenn ihr auch eingreifen könnt, ne? Ja, deswegen, ne? Die vom Aldentes sind schon da, ne? Ich werd mich jetzt mit denen unterhalten. Der sind nicht. Ähm, siehst du den mit dem karierten Hemd? Der rechts neben mir? Ja, der ist vom Aldentes und der mit dem Hoodie daneben auch. Das ist wohl, glaub ich, der CEO. Wie heißt der? Das ist der, den du kennst. Ach ja, und die Dame ist Cosio, die dann auch noch bei der Spiritosenfabrik da ist, ne? Ah ja, gut, dann kennen die mich ganz genau. Da wissen die ganz genau, wer ich bin. Ja, sehr gut, da freu ich mich schon drauf, ne? Ich fisch mir die mal an der Seite, guck du, dass hier noch ein bisschen was los ist, Nikita, ne? Ja, ja, machen wir. So. So, und jetzt, Harry, bist du bereit für die Gespräch? Er ist bereit. Also... Warte noch. Warte noch. Huh! Hier geht's zur Sache. Das ist doch unfassbar. Oh, klar. Du hast doch grad gesungen gehabt, ey. Hm. Bist du blöd jetzt? Nee. Elien hat doch grad gesungen. Wann? Ach komm. Jetzt grade. Ehrlich? Ja. Und viele, viele andere Leute auch, also... So. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Wir sind bereit. Tajo. Und, äh, äh, Coach Theo kommt nicht? Äh, ne, ne. Die hat doch, der hat leider noch einen Termin, das tut mir leid. Ja, ja, das ist kein Problem mit dir, hab ich heute gefahren mit dem Taxi und du Theo jetzt, ne? Nee. Nee. Nee, okay. Leider nicht. Nee. Dauert es nicht. Ähm, Phil ist ein sehr langjähriger Mitarbeiter und ich bin mittlerweile auch ein relativ langjähriger Mitarbeiter. Okay, und... Und uns wollte das, äh, diese Aufgabe übergeben. Ja wunderbar, dann machen wir das schon mal. Komm mal mit, ne? Na klar. So querlesen, ne? Und wenn... Ja, warte auf. Mach Kopf. Ja, bitte. Ja. Sollte ich gut, ne? So, was spricht man, ne? Ja, können wir mal in Ruhe reden, ne? So. Guter Brot, hi! Ah, und? Lisa. Ja. Hallo, ich bin der Max. Max Nolan von MyLentis und das hier ist mein Kollege Phil Diaz. Ja. Wir kennen uns ja schon. Genau. Ich würde es nochmal so, ähm, vorstellen. Äh, und zwar, wir sind ja vom Alentis und wir hatten uns überlegt, dass man ja vielleicht eventuell so eine Kooperation angehen könnte zwischen dem Kiosk hier und dem, ähm, Alentis. Weil wir es irgendwie sehr schön finden, dass sie mit ihrem Kiosk hier den Stadtplatz so schön beleben. Vielleicht schon bei ihrer Eröffnung, dann hab ich gesagt, dass ich das echt cool finde, was wir hier machen. Und da dachten wir, das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, da könnte man ja auch gerne mal zusammenarbeiten, ne? Ja. Ja, dann frage ich sie mal direkt heraus, was würden sie sich vorstellen, ne? So. Also, willst du wissen oder soll ich? Ähm, das sind jetzt grad schön, ne? Lass dich einfach mal weiterreden. So. Und zwar hatten wir uns da auch drüber Gedanken gemacht, weil es ist natürlich schwierig. Wir sind jetzt ein Restaurant, was, ähm, so quasi fürs Schickessen gegeneignet ist. Ja, die Schwierigkeit sehe ich nämlich auch, ne? Deswegen bin ich gespannt. Genau, und sie sind der Kiosk, wo man einfach nur, wenn man quasi denkt, so, heute, ich hab begonnen, Leute zu gehen, ich möchte auch mal so entspannt am Kiosk eine Runde mit Leuten quatschen und, und, und. Das haben wir uns auch überlegt. Was kann man da machen, dass man zusammenarbeiten könnte? Da haben wir uns was überlegt, da können Sie, wenn Sie auch eine Idee haben, das auch natürlich gerne äußern. Ja, hab ich nicht verstanden, Marcel. Tari. Was war jetzt schon mal dein Angebot? Also, angekommen noch. Also. Aber das wäre erstmal so, ob sie vielleicht schon mal eine Idee hätten, dass man da an Kooperationen angehen könnte. Sie sind ja an uns schon angetreten, ne? Klar, und zwar, ähm, wir hätten uns mehrere Dinge überlebt. Wir hatten ja jetzt überlegt, ob wir quasi ein paar Produkte von uns bei Ihnen anbieten. Natürlich schwierig, weil die Produkte schmecken natürlich besonders gut, wenn sie schön frisch sind. Allerdings hat man uns überlegt, ich weiß nicht, ob Sie unsere Tiramisu kennen. Soweit ich gesehen habe, haben Sie vielleicht auch Kühlmöglichkeiten, dann würden wir unser Tiramisu bei Ihnen anbieten. Die Möglichkeiten haben wir. Ja. Wir könnten uns eine Tiramisu anbieten, weil ich glaube, so leckeres, so ein kleiner Becher voller Tiramisu mit so einem kleinen Plastiklöffel ist doch eigentlich auch was Schönes, oder? Ja, ich bin ja erstmal nicht dagegen, aber ich müsste halt auch klar wissen, was ihr euch preischt nicht vorstellen, ne? Genau. Das wird auch noch kommen. Das nächste, was wir uns überlegt hatten, ist unser Eistee. Ich weiß nicht, ob wir unseren Pfirsicheistee kennen. Ne, ist das ein eigener, oder war die Stadt? Das ist ein eigener, den produzieren wir vor Ort. Den gibt's auch nur bei uns im Restaurant. Ah. Ja. Wir hatten einen hausgemachten italienischen Rezept auch noch angemerkt. Aha. Das wäre auch noch eine Option, wenn man vielleicht ein bisschen kooperieren könnte, dass wir das auch bei Ihnen anbieten. Das hört sich sogar besser als eine Tiramisu an. Unser Punkt ist nämlich, wir denken uns, also was wir uns erhoffen werden aus der Gruppe, ist natürlich, dass Leute zu uns kommen ins Restaurant, die sie vielleicht hergeschickt haben. Ein Beispiel zum Beispiel. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, was ich meine. Ich verstehe. Oder vielleicht auch Gutschänder von uns mitverkaufen oder selbst irgendwie Aktionen machen. Jeder 20. Kunde bekommt ein Gutschänder für das Alventis und und und. Ja. Ja. Oder das Ideale ist es ja eigentlich, wenn Leute zu uns kommen, bei uns schick essen und danach gesellig sich hier hinsetzen, ein Bier trinken und mit Leuten quatschen. Oder andersrum. Leute kommen hier, treffen andere Leute und gehen dann zusammen mit diesen Leuten insolvent ist und dann dort vielleicht nochmal gesellig essen. Das wäre eigentlich unser Wunder. Priest korrekt, ja. Ja. Also, ja, ich hatte eben schon mit ihnen gequatscht. Sie meinten ja, dass sie es quasi, dass sie nicht über das Geld machen, einfach nur machen, weil sie möchten, dass der Stadtpark belebt ist. Oder? Ja, das frage ich Sie mal generell. Was ist denn so der Grundgedanke unseres Konzeptes hinter dem Kiosk? Das haben Sie mir erklärt, dass es nicht ums Geld geht. Es geht darum, den Stadtpark zu leben. Es geht darum, einen Ort zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Was könnte denn ein Grund sein, warum die Preise so günstig sind bei uns? Weil es eben nicht um Profit geht. Ja, da könnte ich ja trotzdem teurer sein dann, ne? Bin ich immer noch billiger. Aber warum sind wir so krass günstig? Denken Sie, was ist der Gedanke dahinter? Könnte ich mir auch vorstellen, was sie für jeden was bieten wollen, weil nicht jeder hat das Geld. Ja, richtig. Volltreffer. Wunderbar. Und das geht's nämlich. Inschuldigung. So ist es. Wir wollen nämlich einen sozialen Korakter mit unserem Kiosk an den Dach legen. Und Sie wissen ja natürlich selber, gerade auch bei Al Dente, bei Ihnen ist es einfach nicht günstig, ne? Ne, das sind halt die normalen Preise, die man halt zahlt für Essen im Restaurant. Es ist aber natürlich schon, das ist der Grund, warum wir das aufgemacht haben. Es ist halt trotzdem noch bei Ihnen allen überall nochmal eine kräftige Spanne obendrauf. Es ist so, dass es halt nicht billig ist. Ich bin ja selber nicht so lange hier und ich habe mir auch gesagt, als frisch eingereist, da hätte ich mir das nicht leisten können, jeden Abend irgendwo essen zu gehen. Haben Sie dafür? Vielen Dank für den Follow. So. Und das haben wir natürlich auch gesehen. Das bringt halt nichts zum Beispiel, unsere Verkaufspreise nur was drauf zu schlagen und das an Sie zu verhören. Das bringt halt nichts. Das ist auch nicht unser Wunsch. Jetzt bin ich gespannt, was Sie uns preislich anbieten können, weil wenn wir Kooperationen eingehen, dann müssen die jeweiligen Unternehmen hinter unserem sozialen Projekt genauso stehen, wie wir es tun. Sonst funktioniert das nicht. Und deshalb bin ich jetzt gespannt. Es ist ja bei uns folgendermaßen, wir produzieren den Eis, es geht ja eigentlich immer um den Eisdiener. Das Tiramisu ist ja vielleicht nicht so Ihrs, aber den Eisdiener. Ich will alles hören. Ich kann leider noch keine genauen Zahlen nennen, weil ich erst mal von Ihnen erfahren wollte, wie Sie allgemein zu der Idee stehen würden, dass wir quasi produzieren das über uns, um zu gucken, was unsere Produktionskosten sind. Die habe ich leider nicht im Kopf. Das sind Informationen, die Sie dann mit der Chefin besprechen würden nochmal. Also nur eine kurze Frage. Wir hatten doch schon darüber gesprochen, dass wir beide an einer Kooperation interessiert sind. Und jetzt können Sie mir aber keine Zahlen nennen, obwohl wir uns jetzt ein Gespräch ausgemacht haben. Erstmal so, ich hätte das als Vorgespräch definiert. Erstmal als Vorgespräch, um zu gucken, ob wir wenigstens theoretisch aufeinander kommen würden. Und da kann man ja enger, also quasi nochmal ein neues Gespräch machen, wo man da wirklich konkret Dinge festhalten würde. Könntest du mir wenigstens ungefähre Preise nennen? Das, Phil, ich glaube, du hast Zugriff darauf, auf den Produktionspreis für deinen Eistee? Äh, ja. Gib mal einen Moment. Das wird nämlich mein Kollege schnell herausfinden. Das Schnittfeld und steht auch nicht mit den Preisen. Den Rest machen wir mit der Persönlichkeit. Aber der Preis ist der soziale Charakter. Verkauf bekommen wir alles. Das ist mir klar. Ja, das ist mir klar. Ich hab von ihm wirklich... Ich hör immer von den netten neuen Taxifahrern. Ich hatte ja auch schon mit ihnen zu tun. Ich fand ihn immer sehr sympathisch. Hab ich ihn nicht mal beleidigt? Wir haben uns damals gegenseitig beleidigt. Das ist schon eine Weile her. Das war aber auch... Das ist natürlich nicht so gut, ne? Ne, tatsächlich. Aber ich stehe da dazu. Ich hab ein bisschen Spaß gemacht. Du hast hier immer ein bisschen Spaß gemacht. Scheiße. Trotzdem war ich immer Respekt vor ihm. Ist dich auch gehört? Jetzt zieht's der Harry am längeren. Dass mit den Einkaufspreis gerade rauszurechnen ist gerade ein bisschen kompliziert. Da wir den mit verschiedenen Zutaten zusammen mischen, die wir unterschiedlich zusammen bekommen. Aber ihr Lieben, ich will jetzt nicht unhöflich sein. Aber warum stehen wir denn hier? Dass wir zusammenarbeiten wollen oder grundsätzlich Interesse daran haben, habe ich ja schon begründet, ne? Das verstehe ich jetzt dann nicht ganz, ne? Wir haben uns einen Termin ausgemacht und ihr könnt mir jetzt keine Zahlen nennen. Da gebe ich ihnen recht. Das ist eigentlich nicht so gut. Ne? Also schau mal, ich sag euch was, ne? Ich verkaufe das Wasser für 1,49. Ja. Und die Cola und die Sprung für 2,99. Und da ist halt die Frage, ob man im Eis steht, ob man da preislich überhaupt in dem Bereich ist. Ja. Aber ich sag, alles über 5 Dollar kann man sowieso vergessen. Ich verkaufe keinen einzigen Soft-Trink. Über 4 Dollar ist das schon frechiert. Mach ich nicht. Ich verkaufe keinen einzigen Soft-Trink für über 3 Dollar. Ja. Wird ich sagen, nicht wirklich so. Mach ich nicht. Und dann musst du noch ein bisschen mehr für die Personalkosten bei uns auch noch rein. Das kauft ja kein Mensch dann. Ist klar. Damit können wir schon mal rechnen. Also über 3 Dollar ist schon mal schwierig bei uns. Wie ist es unmöglich. Und da reden wir bei uns vom VK, ne? Ja, ja, klar. Hm. Richtig schriftlich der VK, der an Cospa ist ja auch nicht so stark unterscheidend. Da ist immer noch auch ein Eis steht und keine Gold-Suppe wahrscheinlich. Das ist ja die Frage. Ja, aber das Problem ist halt, wenn ich in den Supermarkt gehe oder so und ich muss für einen Succo-Riegel 10 Dollar bezahlen, fahre ich mich dann schon, wo ist das Blattgold, wenn ich da teuer ist, ne? Ja, naja, klar. Das müssen wir auch so sehen. Das ist ja von uns, von unseren Mitarbeitern und unseren Kollegen ja händig produziert. alles Produkte aus der Umgebung, von der wildsten Farben, von dort, von dort, von dort. Natürlich auch, da können wir natürlich auch nicht einfach sagen, das ist für einen Dollar. Wissen Sie, was ich meine? Wo ist das Meerschweinchen rum? Das weiß ich schon. Was ist das Meerschweinchen rum? Was ist das Meerschweinchen rum? Ach, deine Frau wieder wahrscheinlich. Ja, ja. Komm. Ey, da ist es ja. Hör mal ruhig sein dahinten, mein Chef. Oh, guck mal, wo es schlägt denn. Bezüglich des Preises würden wir dann auf jeden Fall einen Sonderpreis auch natürlich dafür machen, da wir das soziale Konzept schon immer als Identity schon unterstützt haben und damals auch schon zu ewigen Zeit, also schon immer eigentlich, seit ich beispielsweise dabei bin zur Hurrikan Zeit und wir da auch komplett alles immer auch komplett frei ohne Gewinn unterstützt hatten. Das finde ich gut, ne? Aber ich sag dir, ich muss ja schon auch sagen, bei einer Naturkatastrophe mit anzupacken ist eine wunderbare Sache, die mir auch gut gefällt, ne? Aber im Alltagsgeschäft wird ja der Gewinn gemacht. Nicht, wenn man einmalig eine Sache spendet, ne? Ja klar. Wir machen es halt jeden Tag. Wir haben halt so gut wie kaum einen Gewinn drauf, ne? Das ist halt das Ding. Und das muss halt auch dann von den Lieferanten irgendwo auch so bei den Preisen an uns gelebt werden, weil sonst können wir es nicht machen. Wir können nicht bei euch einkaufen und dann bei uns billiger verkaufen, ne? Das geht halt auch nicht. Nee, natürlich geht das nicht. Das ist uns schon klar. Ich will trotz der Preise sogar noch Arbeitspreise schaffen, ne? Und die müssen ja auch bezahlen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Na klar. Preise, Restaurants müssen halt leider dementsprechend höher sein, weil man immer einen gewissen... Ja, Restaurant ist klar. Da müssen wir nicht immer diskutieren, ne? Deswegen, ja. Genau. Wie gesagt, speziell für das Kiosk würden wir da auf jeden Fall dann mit einem konkreten Angebot nochmal auf euch zukommen. Okay, dann schreibt uns bitte wegen dem Weischtier und dem Tiramisu. Ja. Ich muss kurz wieder nach vorne in den Moment. Ja, klar. Jo, mach mal. Perfekt. Was willst du für ein Käfchen? Espresso, Cappuccino, Latte. Süß, ja süß und blond, wie die Frauen. Machst du ein Cappuccino, geht auf Haus. Zahl ich. Ja. Gut. Aber... Maestro! Bitteschön, Cappuccino. Harald? Ja, ich bin Harald. Maestro, schlaf schön. Gute Nacht. Ja, wir kennen uns. Natürlich, du bist der Retter meiner Seele. Ja, sicher. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Gute Nacht, Maestro. Bedanke mich sehr herzlich. Schlaf schön. Kriegt ihr was von mir? Ne, passt. Super. Ich muss ja mal was hatten. Ja, sicher. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin nicht Gas. Okay. Ja, genau. Also, ich finde es ehrlich gesagt scheitert, wenn nicht mal Preise erfahren, aber schreibt uns bitte, okay? Ja. Also, wir können Folgen verstehen. Das ist, ähm... Wir haben uns auch erst mal gesehen, das ist quasi, das ist wie so ein bisschen anschnuppern. Wir müssen sagen, wir... Aber das haben wir doch schon gemacht und telefoniert haben wir auch und SMS geschrieben. Ich verstehe es nicht. Nein, nein, nein. Wir haben, wir haben, ähm... Ich hab mal gesagt, ob sie prinzipiell Interesse daran hätten. Dann haben wir überlegt, was könnte man theoretisch entbieten und dann würden wir in dieses genauere Gespräch gehen, dass wir das mit den Preisen machen. Okay. Du kannst ja genaue Preise... Genau. Wir stehen noch bis zweierreichbar, ne? Wir freuen uns. Ja. Klar. Dankeschön. Dankeschön, die wir schaffen, aber dann, äh, wenn wir jetzt so nah wie möglich zukommen lassen. Ja, super. Danke vielmals, ne? Erstmal einen schönen Abend noch. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn's klappt, ne? Muss ich auch sagen. Wir uns auch. Ich würde mich freuen. Klar. Super, bis dann. Tschau. 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 Dann kannst du dich auch stinken. Also, was war da denn, bitte? Also, was ist das für ein Auftritt? Mein Schatz? Ja. Ist alles in Ordnung? Ach, da sind ja... Was war da denn? Ach, da sind ja... Die CEOs haben sich nicht mal herbemüht, das waren zwei Mitarbeiter und die hatten keine Ahnung von irgendwelchen Preiskalkulationen. Aber... Also, der ist doch vollkommen inkompetent. Ja. Ähm... Versorgt die da mal mit Freibär, die, äh, beschweren sich schon. Hey. So. Wer kriegt da noch was? Die Herrin in der Lederjacke. Ich muss Bier verteilen. Ja, genau. Darf ich mal kurz ein bisschen ausgeben, oder? Hätte ich gesagt. Machen wir mal so eine nette Linie wie vorhin, da kriegen wir hin, oder? Hier in der Tafel. Damit ich einen Überblick einfach hab, ne? So, kommt ran, kommt ran, kommt ran. So, Männer. Zahnräg! Ja, Niro. Geh ich hin? Schon eins, oder? Na, knapp nicht, glaub ich. Und ich geb, ich geb euch beiden erstmal eins, ne? Das ist total nett von dir. Danke schön. Das ist das Minimum. Jetzt guck ich mal, wer da noch was kriegt. Zahnräg, vielen Dank! Für dich auch eins? Ja, sag ich nicht nur eins. Oh, ein kleines, weißt du? Auf der Hand. Na, siehst du doch. Dankeschön. So, dann geht's viel weiter. Wie sieht's aus? Oh, für mich nicht. Gracias. Okay, für dich? Ein Freibier? Na, siehst du ja. Auf der Hand. Ja, dann sag ich ja. Lecker auf der Hand. Dankeschön. Wie sieht's hier aus? Zwei Stück? Äh, das wär nett, aber ich trinke keinen Alkohol. Alles klar. Vielleicht ein Westerken? Oh, das wär nett, ja. Gut, dann kriegen sie ein Westerken und dann mal ein Bierchen. Komm gleich. Zwei Bier für was? Äh, ich... Ja, komm, ich hol zwei, sag einfach ja. Ja. Es sind drei Bier und ein Wasser, ne? Zahnräg, das Kompliment ist ja unglaublich. Genau, so einen Kaffee nehmen wir noch mal. Einen Käffchen? Ist ja das lieber als ein Bierchen. Machen wir das. Ah, nee, nee, komm, nee, komm. Hast du recht, Junge. Hast du recht? Dann doch ein Bierchen, was? Ja, ja, mach mal zwei Bierchen, ich nehm das für den Kollegen mit. Ein lecker Bierchen, kalt auf der Hand, meine ich. Ja, ja, sicher. So, ihr wart da hinten ja zu zweit, ne? Ja, ja, genau. Kommen sie ja mit dem Käffchen dann, ne? Ja, man muss ja hin und wieder auch mal ein bisschen Energie tanken. Das ist richtig. Wenn du das jetzt aufmachst, das Bierchen. Ich will da der Deckel, dass der mehr bis in den Kiosch reinflischt. Ja. So ein Ding ist das dämlich. Hier wird mit Leidenschaft das Bier hier saufen. Und los. Das hört sich gut an. So ist es. Boah. Aber ich merke ja doch, wir sind doch vor einem Schlag, ne? Wir verstehen uns doch. Weißt du, was ich meine? Ja. Er weiß, was ich meine. Er weiß, was ich meine. Er weiß, was ich meine. Hier wird die Herzlichkeit gelebt. Ich weiß. Ja, ja, sicher. Das ist sicher, oder? Warte, ich bedanke mich gleich. Das ist ein schönes Armband, das ist ja Wahnsinn. Welches meins? Mit der Stacheln da. Moment. Mit der Stacheln da. Und dir linkes. So. Ja, der stand lange da. Hm. Aber die Schranken waren oben. Das Bier schon. Ja, sonst hätte ich es gemerkt. Mach mal eins. Vielen lieben Dank. Kriegst du noch jemand was? Ich krieg noch was, ja. Ja, sicher. Eins? So, Peter, war das jetzt los oder nicht los? Ich versuche ihn grad zu erreichen. Besetzt soll sie die andere Person jetzt machen. Okay. Auf der Hand. Und, äh, da hat der Kollege schon eins noch. Sie kriegen das vom Kollegen. Er hat's grad noch in der Hand genommen, ne? So, wunderbar. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Ist also nochmal an der Stelle schön feiern, schön quatschen. Ihr seid hier immer willkommen. Und, ja. Mit mir schön ist ne klare Angelegenheit. Prost, ne? So ist es. Ich trinke eins mit, komm. Und rein. Prost. 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 So einer scheiß langen Arbeitssach. So einer scheiß langen Arbeitssach ist das schon wat geiles. Was ich mal so ein bisschen wat genehmigen kann, ne? Hm. Wie lang machst du denn heute schon? Jo, seit 19 Uhr, ne? Ach du Scheiß. Jo, bis zwei ham wir auf in der Regel. Da muss das Bier fließen, ne? Eierlikörchen, aufbackbretern, wat die ganze Scheiß halt hergibt, ne? Ja, das ist richtig. Na klar. Was bittet ihr denn allgemein so einer Zimmer? Ja, also ich kann dir sagen, wat wir im Moment haben und wat wir zukünftig haben werden. Also im Moment gibt es Wässerken, Cola Sprung, verschiedenste Kaffeesorten haben wir da, Energydrinks, Zigaretten haben wir, Brezel zum Aufbacken, frische Eierbrötchen, dann viel zum Knabbern und zum Naschen, haben auch aktuell sehr gute Muffins da und zukünftig werden wir auch noch verschiedene Geschenke anbieten, Blumen werden wir anbieten, Gutscheine werden wir anbieten, Lose und Zeitschriften. Zeitschriften, alles was hat verdammte Kiosk-Kerzbedarf und das ganze Konzept baut bei uns auf der soziale Miteinander, wir wollen hier einen Punkt schaffen, wo man sich auch unterhält und nicht einfach nur einkaufen geht, wir wollen, dass hier gequatscht wird, dass sich die Leute treffen, dass sich neue Leute kennenlernen und dass das ganze vor allem friedvoll miteinander ist. Also quasi der Pitstop in der Stadt. So, weißt du, was ich meine? Und dann kommt der Preis ins Spiel, ne? Minimum. Das Wässerken 1,49, das Bierchen 4,99, Aufbackbrezel 2,49. Ihr kriegt auch die Leute, die nicht das Geld haben, noch was für Geld auf der Hand, ne? Und dafür verzichten wir und viele unserer Lieferanten auch gerne auf die großen Gewinne. Ja, sehr gut. Um das geht's ja. Weil nicht jeder hat Geld und kann sich die teuren Preise leisten. Gerade hier im Stadtpark, wo die ganzen Neulinge immer angespült kommen. So wie ist es? Zeig dein Bierchen mit rüberstehen, deine Flasche. Ich sammel dat ab, ich sammel dat ab. Gib mir dat. Achso, okay. Ich nehm dat mit, ich nehm dat mit. Danke schön. Noch jemand ne Flasche für mich? Ja, bitte. Na, sicher. Komm, nehm ich auch noch. Danke schön. Eine geht noch. Hast du noch? Ja, warte, 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 warte. Okay, danke. Ich strehn. Schau mal ran hier. Ran, ran, ran. Lecker an der Bude, an das Bütchen. Herzlich willkommen bei Eben und Herkes Bestes. Wir kennen uns doch. Na klar. Warte, darf ich den beiden Herren auf ein Ticket zaubern, damit das Lächeln bis auf die Augen kommt? Bis auf die Augen, ja. Du wolltest ein Bierchen? Ich nehme ein Bierchen. Ja, ja, ja. Zwei Bierchen, komm, und jetzt nochmal lecker eine Aufbackbräze dazu, jeder. Komm. Ja, freilich. Na klar. Mach ich dazu. Das ist nämlich ein Menü und heißt dann eben das Beste. Eine Aufbackbräze und ein Bierchen. So, Bier ist aus, ich komme kurz aus dem... Scheiße. Scheiße. Ich hab nur mal ein Bier. Ein Bier hab ich noch. Eierlikörchen. Ja, der machte mir Eierlikörchen. Gib meinen Kollegen das Bier. Gut. Und zwei Aufbackbräze. Lecker von mir mit Herzwasser. Ja. Ja, Andersson ist der Laden schon wieder leer gekauft. Bierchen ist jetzt weg, ne? Wir haben heute 40 Bier verkauft, ne? 40 Bier. Na, ist doch gut, oder? Wenn das Geschäft hier läuft. Na, sicher ist das gut. Wir machen das ja mit Liebe und Leidenschaft. Ich hab mich heute Morgen beim Aufstehen, hab ich mich gefreut, hier heute Abend mein Feierabendsbier zu trinken. Ah, geil, das ist halt. Dann kriegst du das auch auf der Hand, ne? Ja, ich danke dir. Sag das mal das Bier schön, das Scheierlikör. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt warten wir noch kurz auf die Brätschen. Machen schon mal die Abrechnung in der Zwischenzeit fertig, ne? Wir machen günstig, günstig, günstig. Ich hab auch nichts gesehen. So. Das sind 14,96 Euro auf der Hand. Ach, das ist ja gescheitert. Ja, verkaufte. Zahnreck! Gleich komme ich dazu, mich zu bedanken. Ja, ich gehe. Ja. Kein Problem. Alles gut. Du. Wie war der Tag? Erzähl doch mal. Ich hab Prüfung heute gehabt und hab's bestanden. Na, du, ich bin ja kurz beim Du-Strehren. Jetzt bin ich Power-Medic. Jetzt kann ich dich richtig verarzten, so ohne dass jemand mir über die Schulter guckt. Ja, aber das ist doch geil. Aber das ist doch geil, zu wissen, dass man so Leute, die auch im Notfall helfen können, hier am Start sind, ne? Genau. So, mein Guter. Ich bin das erste Mal hier. Oh, scheiße, nein! Jawohl. Alle Bier herinnen. Ja, lecker mich. Hallöchen! Ich hab den Eier-Ecker. Hallöchen! Hallöchen! Wir haben gerade sehr großes Trinkgeld bekommen und dafür wollen wir uns auch bedanken. Und wir geben mal ein paar Marshmallows mit dazu. So, jetzt kommt mal ran für die warmen Brötchen. Die sind hier wirklich eingewickelt in eine Serviette, ne? Oh, ich nehm ne doppelte Serviette. Die sind immer sehr heiß. Oh, ja. Oha, nicht hier was, ne? Ja. Angesehen! Nicht, dass meine kleinen chirurgischen Hände... Oha! 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 Das muss nachbrennen in die Magen. Ja? Nee, 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 nee! Ruhig, ruhig, ruhig! Das muss so ein... Beim Schrapp sagt man ja auch immer, das muss zweimal brennen. Einmal der Kiel und einmal im Arsch, ne? So, jetzt machst du noch mal ne Durchsage für ein Eierlikör. Komm! Oh, ge weg, ge weg, das ist laut, ge weg. Ja, wir haben kein Bier mehr. Oh, meine Damen, wir haben das Eierlikör nochmal... Komm dran hier, was schießkunstig und alles, ne? Ich nehm ein Eierlikör, bitte, danke. Oh, ein Eierlikörchen, aber sicher, mein Lieber. Hat den nervig aber hier. Du musst gleich wieder hoch. Hast du ihn? Ein kleiner. Eierlikör, der geht weg, wenn er eins hier. Ja, den nehm ich jetzt oben. Ups, den nehm ich gerne. Den bezahle ich auch für. Ich mach erst mal die Flasche auf, hier. Ah, scheiße, Harry, jetzt sind wir mal kurz hier. Oh, leck auf, war nicht was, ey. Wo ist das denn mit der Lasche hier? Hier ist das mit der Lasche. Muss ich nicht ziehen, was, ey. Ah, jetzt hab ich's. Und dann mit dem Knüppel, meine ich... Das ist das allerletzte. Ja, mit dem Knüppel durch die Lasche. Ich möchte aber keinen selbstgemogen. Ah, du ist das letzte, mein Lieber, Mann. Es geht nur ums Aufmachen, ums Öffnen geht's, ums Öffnen. Die Flasche war noch verschlossen, aber eisgekühlt, ne? Was willst du bezahlen, hast du gesagt, ne? Ja, dann bezahle ich auch für euch. 4,99. Wie ist das? Leiser. Auf ehe Hand, komm. Bitte. Zack, ist drehen, danke dir. Danke dir. Ist drehen. Alles klar, Jungs ist wieder ins Morgenabend, denk ich mal, ne? Na ja, ich freue mich. Komm rum, lieber. Willkommen, ja. Jo. Danke dir. Hallo. Hallo. Hallöchen. Welcher Dreck läuft jetzt auf den Kopfhörern? Warte, läuft für ein Genre? Äh. Zahnrek, vielen Dank für das Kompliment und für 300 Beats und für die Verlängerung deines Abos. Zahnrek, ich, ich freue mich sehr. Ich hab ja noch ein Meierbrötchen. Ja sicher, das schmierst du doch. Lecker auf der Hand. Komm schmier drauf, ne? Ist doch ne klare Sache. Doch was zu trinken dabei, ne? Nur Kleinigkeit. Das muss man auch runterspülen hier auch was, ne? Kleinigkeit. Redwood Gold, komm. So fluchtig, da braucht man nichts mehr. Komm, Redwood Gold zum Runterspülen. Also, Mensch, mach es. Nein, mach dann 4,49, ne? Bei uns wird mit Transparenz zubereitet. Guck mal hier. Vor dir lege ich das hier drauf. Guck hier mit den Eiern drin. Mit den Eiern drin, weißt du? Und den Käse. Weißt du, was ich mein? Ach, das ist nicht, danke, Ratzeugmann. Oh, klasse. Guck, wer das macht hier, weißt du? Auf der Prattelzeitung. So. Ja, das mach ich. Ich mach das mit Herzmesterzeit. Egal, wo das drauf ist, ne? Richtig. Auf Prattel drauf. Ach, so ist es. Und da ist es auch schon, Momentchen. Ich händige es aus. Auf eine Serviette. Äh, ja. Vielen Dank. Und versprich mir eines, dass du beim Reinbeißen diese fluffige Erfüllung von Ei und Brot den Genuss über den Gaumen laufen lässt. Das wäre jetzt ein Teppich der Impressionen. Oh, auf jeden Fall. So, und jetzt genieß das Teifen hier. Das wären wir hier im Himmel. Ja, das mach ich auch jetzt sofort. Aber ich werd mich jetzt verabschieden. Nee. Nee. Und ich werd morgen wieder kommen. Gerne. Morgen haben wir sie hier. Wir machen auf. Sonderaktion. Viel Spaß und Lächeln auf dem Herzen. Viele nette Leute in der Umgebung. Komm ran, 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 ran. Ja, ich hab heute schon zwei nette Leute kennenlernen dürfen. Aha. Und? Ist ein Kontakt entstanden? Ja. Also Nummern wurden ausgetauscht. So, und dafür machen wir das doch hier, weißt du? Das muss es sein. Da ist Kontaktknüpfungen hier. Komm, Harry, leg mich. Ich leg noch einen Staubsauger auf drauf. Komm, und die Waschmaschine. Komm, und rauf. Also, das war ja die Dame. Nee, es ist mir eine große Ehre. Ich wünsche euch noch frohes Schaffen. Ebenso. Bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. 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 Zandrek. Da ist er. Da ist er doch. Der Ringer. Ich wollte es gerade sagen. Ringer. Richtig. Wirklich. Aber wir sollten du Koks schon. Koks? Genau. Mein Kilo? Zwei? Würde ich einfach nehmen. Koks und Queck. Mach es weiter. 1.500? Ah, locker. Ah, locker hab ich. So, jetzt endlich. Zahnreck. Du hast mir gerade eine große Freude gemacht. Da musst du aber was bei essen. Ich hab kein Bier mehr. Ich hab nur mal Eierlikör. Komm, Eierlikör schmeckt besser. Schmeckt besser. Weißt du, was du jetzt nimmst? Ich sag dir was. Du nimmst jetzt Harry's Bestes. Sag, was das ist. Das ist Eierlikör und ein Eierbrötchen. So ist es. Das klingt gut. Das ist Doppeltei. Das ist mit Protein drin. Da wirst du morgen so stark wie ich. Ich kann ruhig sagen. Das klingt sehr, sehr gut. Und ich mach das Eierbrötchen vor deiner Nase. Weißt du, auf der Theke. Ich hab nichts zu verheimlichen. Komm, Harry, gib mir was. Guck drauf jetzt, was das ist. Harry, gib mir das Ei rüber hier. Ich schmeiß es dir auf den Theke. Wo ist denn der Eierschneider jetzt hin? Den hab ich schon auch noch in der Hand gehabt. Ach, scheiße, wo ist er denn jetzt? Da hinter mir bei den Eisdingern ist er drinnen. Ja, wieso hab ich schon denn da reingelegt, du Idiot? Ja, du bist ja rudiment. Ja, da hast du recht. Das bin ich, ne? Danke. So, und durch. So, und jetzt leg ich schon nochmal die Eier, du lecker drauf. Rau, 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 rau. Rau, rau, rau. So. Das ist alles mit Freilandhaltung. So, recht ein Abkommen. Ja, das hoffe ich, dass es Freilandhaltung ist. Ja, weißt du, was das kostet? Jetzt halt dich fest, bevor du mir umkippst und dann weiß der Hut später noch, was da im Meer zu finden ist. So, was denkst du denn? Was kostet das Ganze? KPNL, Hallöchen. Das ist ein bestimmtes Vermögen. So ist es. Aber nicht bei Eventaris Bestes. Wenn ich jetzt in einem 24-7 wäre, würde ich sagen, stimmt. Dann wärst du 300 Dollar los. Das kann ich schon mal sagen. Ja, bestimmt. Also 200 oder so. Also wir sagen es dir jetzt. Wir sagen es dir halt dich fest. Das wird jetzt eine Sache. Jetzt sind es zusammen. Ich halte dich fest. Halte dich jetzt erstmal fest. Ich hoffe, der Wagen kippt nicht um hier. Doch. Jetzt hab ich mich verrechnet. 9,48. Komm. Ja, das ist es. Ne. 9,48. Für das Menü und uns beiden noch mit der Herzlichkeit obendrauf. Und komm, ich leg mal den Maschmisch! Komm, ich leg da oben drauf. Da ist doch der Rechner kaputt, oder? Na, sie schlägt jetzt noch hier das Heftchen da oben drauf. Ich leg den drauf. Komm, grüße mal ein Heftchen obendrauf. Was, weißt du? Ja, tack. Unrein. Und komm, ich muss ganz verrückt sein. Wenn du jetzt nochmal 49 Cent obendrauf legst, auf eine glatte 10, gebe ich dir nochmal ein Marshmallow obendrauf. Ja, leck mich doch! Ja, dann machen sie nur auf. So, mach ich drauf. Mach ich drauf. Marshmallow, klatsch drauf hier. Komm, zack, weißt du, für nach der Speise. Perfekt. Hm? Moment. Eierbrötchen, Brötchen, Brötchen, Marshmallow. Die größeren Snacks kommen noch, ja, wir sind im Aufbau, ist der vierte Tag hier, ne? Alles klar, ja, dann gib mir mal ein paar Muffins und ein paar, was war das, Eierbrötchen? Eierbrötchen mach ich frisch, ne? Eierbrötchen mach ich frisch, ne? Die Muffins sind geliefert und die Brötchen backe ich auf. Ja, dann gib mir mal ein paar von den Muffins und von den Eierbrötchen. Wie viele? Äh, jeweils zwei. Mach ich. So, zurück zu Ihnen, sage ich. Wupp! Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir bei 9,97 und setz hinter sie dran, weißt du, ne? Ja, das ist das Harry's Bestes Plus. So, bitte sehr. Ah, und zwar nicht unrein. Ja, klar. Komm, Harry, Kasse auf. Warte mal. Nein, er ist dement, hieft nicht. Ja, ich bin auch grad hier am Machen hier und tun. So, einmal Harry's Bestes Plus auf der Hand und jetzt mal lecker an der Seite stehen, lecker mit den Leuten quatschen, ich komm nachher rum zu dir. Na, ist er. Und dann werden wir hier nämlich versinken. Ich bin vom Hut, was, ne? Alles klar, vielen Dank. So ist es nämlich. So ist es, was, ne? Mimi, vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Community. Muss er bezahlen, oder nicht? Ja, jetzt schon. Also, ich hab jetzt hier Brezel, zwei Eierbrötchen, zwei Schokomuffin, zwei. Ne, zwei Eierbrötchen, zwei Muffins haben wir. Also, kein Brezel. Ne. Gut, dann hab ich jetzt alles. Dann rechnest du zusammen, ne? Wirst du Muffins? Zitrone? Äh, Schoko. Wollte er das? Das hat er nicht gefragt. Ja, Zitrone ist doch viel, viel angenehmer zu essen. Ach, er legt mir doch die Nüsse, aber Zitrone ist angenehmer. Ich nehm jetzt Zitrone, ich nehm jetzt Zitrone und mach kurz die Brötchen frisch. Sag ihm mal, dass ich die eben frisch mach. So, Eben macht grad frisch gleich fertig. Ich werd's echt. Könnt ihr zugucken? Heißt, dann mach euch auch nicht. Ja, ja. Zwei Brötchen, die zwei Muffins, ne? Ist klar. Soll ich dann schon mal den Preis rechnen? Mach aus, den Preis. Mach aus. Auf die Hand, ne? So, jetzt endlich nochmal. Ich versuch's nochmal. Zandrek. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir für den großzügigen Cheer von 300 Bits und für deine Verlängerung deines Abos bedanken. Du hast mir eine sehr große Freude gemacht, wie du vielleicht sehen konntest und kannst. Und ich fühle mich auch sehr geehrt. Danke für deinen Support und die lieben Worte und schön, dass du hier bei uns in der Community bist. Ich freu mich sehr. Saki, guten Abend. Zwei Brötchen, bitte. Na klar doch. Na klar doch, Saki. So. So, das wären dann insgesamt 1496. Jo, alles klar. So, pass auf. Wenn ich mich hier nicht anstelle, dann kommt man hier. Jetzt zieht hier was Gutes auf und das wollen wir unterstützen. Okay. Ach, Mann! Moment, was passiert hier? Mann! Was passiert hier? Das kannst du nicht machen. Was passiert hier? Das ist ein Braum. 375. 375? Nein! Nein! So, wir höchsten Grüßen aus vom Club. Scheiße. Weckofarni, ich spiel in KDP. Und dann? Ich spiel auch was, ich schreibe auch keinen Schlauch. Aber wenn ich jetzt nicht schnell was zu essen kriege, kipp meine Frau gleich über. Komm, Moment. So, Harry, geh weg. Jetzt bin ich nervös, weißt du? Uns fehlt mir alles außer Hand. Hör mal, die sind mit Liebe und ganz frisch auf den Treschen gepackt. Lasst euch die schmecken wie die fluffige Erfüllung einer Zuckerwolke im Himmel oben. Rein damit. Das war der Plan, sind beide für Madame. Und dicke Stanken, ne? Für die Unterstützung. Ich find das echt geil, dass wir da eine Sprache sprechen, ne? Ja, kein Ding, Mann. Wie gesagt, das ist hier was Großes, was es werden könnte. Jetzt lass sie mal nochmal gehen, ne? Jetzt ist meine Ruhe. Wir sind noch da. Ich komm gleich wieder. Ich fasse es nicht. Ich bin... Da ist das Spiel wieder drin. Schatz, hast du das gerade veranlasst hier? Nein. Ich freu mich auch immer und wieder... Oh, Zahnrek, danke schön. Ich versuch der so gut wie möglich zu machen. Wie gesagt, das ist von der Bevölkerung, für die Bevölkerung, das find ich ganz gut. Genau um dat geht's nämlich. Genug mit dem Turbokapitalismus und den reichen Leuten, die ohne Arbeit viel Geld verdienen, während wir uns nichts mehr leisten können. Schluss, Herr Mächter. Naja, richtig, genau deswegen. Find das geil. Find das echt geil, dass wir uns da so verstehen. Danke, ne? Ihr seid ja immer herzlich willkommen und nicht nur das. Ich freu mich sogar sehr, wenn ihr da seid. Ihr müsst da gar nichts konsumieren. Und ein Bierchen, das ist immer drin. Aber es geht mir einfach um die Gesellschaft. Ja, richtig, richtig. Aber wir müssen gucken, wie und wann wir Zeit haben. Weil normalerweise hätte ich heute... Ich meine, ich habe jetzt drei Leute losgeschickt, einerweise hätte ich selber noch zu tun. Ja, das wurde der Press, ne? Von dem Club. Wir werden gucken, dass wir uns ab und zu mal blicken lassen. Fände ich natürlich mega geil, ne? Muss ich schon sagen, wie es ist. Herzlichen, die Türen sind offen. Wie lange macht ihr das Ganze denn überhaupt schon? Zu unserem vierten Tag jetzt, ne? Vierter Tag, okay. Vierter Tag, ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatten wir offen und jetzt wieder. Ach, und jeden Tag vorher, ne? Und das, obwohl an einem Sonntag bei uns eigentlich bei Vierter Tag schon früher absolut nichts los war, ne? Und jetzt guck dir das mal an, ja. Also die Muffits macht ihr komplett selber, ja? Ne, die Eierbrötchen. Die Eierbrötchen. Die belegen wir frisch. Die Zutaten kaufen wir natürlich zu. Nein, das ist schon klar. Also das wird nur noch fertig gemacht, ja. Ich kriege auch die Eier nicht. Sie müssen was auch. Wir wollen so weit gehen, dass wir alles nur regional beziehen. Das ist unser langfristiges Ziel. Dass das alles nachhaltig ist und billig und dann auch mit unserem Lächeln auf dem Lippen im persönlichen Verkauf ausgegeben wird. Die eierlegende Wollmilchsau zum kleinsten Preis. Wir wollen das möglichst machen, was alle Ökonomen sagen, das nicht geht. Und ich werde euch zeigen, es geht. Naja. Morgen bleibt, ey. Ja. Weil ich meine, Hanni vom Diner oben, die fällt ja das gleiche Motto. Ich meine, die macht ja auch nur Minimalgewinn, ne? Ja, ja, genau, ja. Ich meine, wenn man da mal bedenkt, was da die Zutaten kosten, normalerweise könnten wir da viel, viel höher gehen. Aber deswegen finde ich so weit wie hier auch ganz gut. Gerade auch hier jetzt in der Stadt. Aber gerade wenn man mal so bedenkt, wie teuer die ganze 24-7 sind, dass die Leute sich da quasi nichts mehr leisten können. Bei einer Stütze von, ich weiß gar nicht, wie viel ist da die Stunde? Ein Zehner? Ja, nix, ne? Kannst du ja auch nicht von nix. Ich sag dir mal was. Kennst du das nicht auch, wenn man irgendwo auch mal, und zuerst, wenn man auf Urlaub ist und man ist irgendwo und kennt sich nicht aus und dann läuft man erst mal irgendwo rein in den Supermarkt und zahlt länger mal breiter, wenn man sich nicht auskennt? Ja, richtig, richtig. Ja. Oder eben die Leute, die wenig Geld haben. So, was machen die? Die müssen runterlaufen zu den Yangtang-Stelle und können da erst mal das Maximum bezahlen. Ich sage, nein, an! Sag's nochmal, Harry. An! Nein! Und du kannst dir vorstellen, wie viele Leute, dass ein Dorn im Auge ist. Ja, natürlich, man, natürlich. Wir werden in letzter Zeit beobachtet, wir werden verfolgt und unterschwellig bedroht. Von Wim. Ja, so genau wissen wir da noch nicht. Ja, wir werden in der Zwischen, nein. Wir gucken uns das Ganze erstmal an, wie sich das entwickelt, nein? Aber ich finde das menschlich enttäuschend. Wahnsinnig enttäuschend, dass man so ein Projekt... Wir haben die Vermutung, dass da große Player hinterstecken, die auch hinter den 24-7 teilweise sitzen. Und in der Rest auch ganz und alles, nein? Na, guck mal, du hast hier im Einflussgebiet, das ist ein Gruselfix. Du hast ein Döner, du hast ein Al-Dentis und das ist ein Chicken, nein? Und dann die 24-7 in der Umgebung, die fett davon gelebt haben, dass die einzigen waren, die ausgestiegen sind. Da geht es aber nicht in die Wurstpumpe. Da haben wir doch auch mal was gehabt. Da war auch mal was, ja. Da müssen wir gucken, ob das... Ja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt, nein? Heute wurde einer abgestochen hier vor uns am Platz. Weil der was damit zu tun hatte oder war das einfach eine Meinungsverschiedenheit? Das hatte mit uns gar nichts zu tun. Das war ein persönliches, die weh ist, oder? Ja. Na gut, aber ganz ehrlich, das kann überall passieren, ne? Oh, klar. Ich meine, wie oft wird unten am Lolitas geschossen, weil Leute da private Meinungsverschiedenheiten haben? Svitara! So. Hat ja nichts mit dem Laden. Ja, das Problem ist natürlich, ich habe ja auch permanent irgendwelche Dealer hier stehen, die mir ein Kilo Koks verkaufen wollen. Ich mache denen zwar eine Ansage, aber das Problem ist, ich will hier einen wunderbaren Ort haben, wo in Frieden gelebt werden kann. Und ich will nicht so einen Dealer haben, der da meine ganzen Kunden angrabt, ob die da vielleicht mal so eine Tonne Koks auf der Hand haben wollen, ne? Und da kriege ich erstmal so einen Hals, dass mir die Putschlager ein bisschen nach Weinwut pumpt, ne? Ja. Und dann werden sie ja abgestochen und das ist keine Renommee für unseren Kiosk. Ich will einen sicheren und normalen Ort haben, ne? Wo Menschen, die sich für Menschen einsetzen, sich wohlfühlen können. Das wollen ja irgendwo alle. Wie komme ich zu der großen Erde? Also ich sage es mal so, das ist... Wahnsinn. Ich würde dir da gerne helfen bei den Dealern, aber das hier ist nicht mein Gebiet. Ne, ne, alles gut. Das war jetzt kein Hilferuf, ne? Ja, okay. Also klang jetzt auch nicht so, aber... Ich wollte nur erzählen, damit du weißt, was hier los ist und was wir planen, ne? Wenn mal so ein kleiner Sack um eine Ecke kommt und mir auf den Arsch geht, ne? Dann weiß ich schon, mir zu helfen, ne? Aber es geht eher um die großen Dinge, wo ich ganz froh bin, wenn auch mal jemand vorbeikommt, der ein Auge auf uns hat, ne? Ja, richtig, richtig. Ne, das sollte das kleinere der Probleme sein. Oh, Mimi, welchen Char spielst du denn? Vielen Dank für dein Abo. Also das ist ja wirklich total lieb von dir. Gut. So, Harald. Harald hat auch von ein paar meiner Jungs die Nummer. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall von Harry. Ich glaube, Peter müsstest du auch haben, oder? Äh, ich weiß es gerade gar nicht. Wollen wir die Nummern auch austauschen? Ja, schreibt euch einfach mal meine auf. Ja, ich will besser nehmen. Du bist jetzt sozusagen eine Price, ne? Ja, das ist richtig. 5, 5, 5. 16. 16. 0, 3. 0, 3. 6, 2. 6, 2, ich klingel durch. Jo. Dein Name? Evan Andersson. Evan mit 2 E. Nein. Wie darf ich dich einspeichern? Silas. Silas. Aber ich mach mal hinter das Endes noch ein kleines Kiosk mit, ich weiß wie nicht. Ja, ja, perfekt, wunderbar. Genau. Gut. Gut, dann rufe ich nochmal durch, hier, weißt du, ey? Jo. Gut. Na ja, da kommt nichts. Mimi! Die ist nicht so komisch, er legt mir doch die Finger, weißt du, ey. Ja, du hast schon wieder, du rufst schon wieder den Unicorn an, weißt du? Ach ja, was hab ich jetzt? 1, 6, 0, 3, 6, 2. Das ist aber richtig. Ja, hast du dir vor, Wal? Ja, ich bin nicht blöd. 1, 6. Ich geh kurz gleich, 1, 6, 0, 3, 6, 2. Nein, da kommt nix. So, da muss ich mal kurz an die Seite, nein? Herr Andersson. Ja? Kommen Sie mal in den Wagen. Na, sie schüttet, sie wissen wie es läuft. Ja. Ich komme mal an die große Züge. Komm mal, ihr lecker, was gibt's? Sie haben doch Bonbons, ne? Bonbons hab ich. Ich, was kosten die? Warte mal auf, 49 Cent eins, billiger geht's nicht. 49 Cent, dann nehm ich mal 20 Stück. Pass mal auf, ich sag dir, was ich hab, und du sagst, was du kaufst. Ich hab 38 auf der Hand. 38, 20 nehm ich. 20 nimmst du, perfekt. Gut, mach ich eben fertig, komm vorne hin, ne? Ja, klar. So, die hab ich hier liegen in der Vitrine, ne? Das siehst du ja, nein? Ja. Die haben mich auch so angelächelt. Deswegen, ne? Deswegen hab ich gesagt, die nehm ich jetzt. So. Ja, das sind dann 20 Mal, weißt du? 20 Mal, 49. Genau. In fast 10 Dollar. Fast 10 Dollar, ne? Mehr ist es nicht. Mehr ist es eigentlich, wer nicht? Achso, sie wollen das Geld, ne? Ja, ich brauch mich, ne? Für die Kasse, das ist aber spannend. So. Ah, pass auf. Der Rest ist für die Kinder. Oh! Und da wollen sie nicht alle haben? Bitteschön. Nee, das reicht mir. Der Rest ist für sie. Mein Gott. Ich könnte sie umarmen, weißt du? Also, ich muss ihnen auch mal was sagen. Ich kann ja auch morgen nochmal kommen und kann die anderen 18 noch kaufen. Oh, ja. Und gehen sie nochmal 20. Oh, scheiße. Jetzt mal ohne Witz, ne? Das Leute, wie sie das Ganze unterstützen. Das ist von Menschen für Menschen gemacht, ja? Ja. Das sie das Ganze ja so unterstützen. Das ist uns halt eine große Ehre. Passen Sie auf. Ich könnte natürlich auch, Sie wissen ja, dass ich im MD arbeite. Das weiß ich, ja. Wir verdienen wirklich gutes Geld. Und ich könnte die Bonbons auch im Lunar-Market kaufen oder so, ne? Wäre mir jetzt egal. Für die schenke ich eh nur an Freunde jetzt. Und für meine Freunde ist es mir egal, was es kostet. Und das Geld kann ich auch nicht mit ins Grab nehmen. Ja, aber warum soll ich die dort kaufen, wenn ich sie ja kaufen kann? Sehen Sie? Und dass Menschen so denken wie sie. Das ist uns nicht nur eine Freude, sondern das zeigt uns vor allem auch, dass die Sache, die wir ja umschätzen, Harrys Sache ist, einen sozialen Charakter hat, der angenommen wird. So ist es. Ja, das ist es nämlich. Und er hat gesagt, er kauft die Bonbons nicht bei uns. Also bei uns. Da treffe ich auch niemanden, der sich mit mir unterhält. Ja. Dafür sind wir aber da. Sehen Sie? Da mache ich diese Klappe auf, nehme mir das raus, stecke Geld rein. Ja. Und dann kann ich wieder gehen. Das ist es nämlich. Das ist die Scheiße. Warum würde ich das hier machen? So ist es. Einer, der uns versteht, Harry. Ein Mann unseres Kalibers, weißt du? So ist es. So ist es. Genau so ist es. Und hättest du es jetzt noch Bier, würde ich es jetzt noch trinken. Ja, Eierlikörchen, ne? Nee, ach, Eierlikörchen. Ich muss den anrufen. Probiert, probiert. Ich habe noch mein letztes Mal schon Eierlikör. Und noch mal. Lass mich mal kurz raus, ich muss Bier nachbestellen. Vielleicht liefert er heute noch. Komm. Na, wie läuft's? Ich meine, wir haben keine Eierlikörchen mehr. Ja, ich weiß. Ich habe ja das letzte getrunken. Und deswegen weiß ich das gut. Ja, ich liebe dich. Ich würde jetzt dann gerne, ich dich auch. Ich würde jetzt dann gerne ins Bett. Wett, machen wir gleich. Ich helfe dir noch eben kurz. Und dann kann ich dich gerne nach Hause fahren. Hatten Sie denn viele Kunden heute? Ach. Hier, Factory Spence. Hallö, schön. Anders schon von der Wendantarische Bestes. Ich wünsche Ihnen, dass es so bleibt. Ich bräuchte mal ein Bierchen auf der Hand. Haben wir was? Kurzfristig. Ja, jo. Ist sicherlich. Mengentechnisch. Bisswasser. 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 Unser Preis. Ich nehme, ich nehme. Was war dich da? Was ist da auf der Hand? Miebie. Mehr ist genug. Mehr ist genug. Ja, was nehmen wir da? 60, 80, 80 nehmen wir. 80, komm. 80 geht nicht durch 6, glaube ich. Ah ja, 90, 90. 84 oder sowas. Ja, oder 90 geht auch, genau. 15, ja. Bringst du runter, 90 Bier? Bring ich runter, natürlich. Super, perfekt. Bis gleich, tschüss. Jo, bis gleich, ciao. So, ich fahr dich eben hoch, ne? Ja, so ist es. Ich hab nur eine Bestellung aufgegeben heute. Das muss ich kurz... Heute hat es einen Kollegen von Ihnen getroffen, ja? Ja, ja. Taxi-Kollegen. Moment, nur ein Sekündchen, Schatz, ne? Na ja, wie geht's ihm? Haben Sie was gehört? Mimi, ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich für 200 Bits hier nochmal on top. Das ist ja unglaublich. Ich freu mich sehr. Vielen, vielen Dank, Mimi. Wenn das war bei Reni, so war das. Spezieller Charakter, ne? Milag, wie welches? Kann man sagen. Kann man sagen. Eiger, sprechen Sie die Wahrheit. Wie finden Sie den? Ja, das ist... Hallo. Was, ne? Ja. Ja, kommt zum Interner. Ach, der ist ja eigentlich ganz richtig so wie manchmal ein bisschen anstrengend, ne? Ja, genau. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Das ist auch nicht böse gemeint. So, Zypräsch hat geliefert. Das schlägt manchmal über die Stränge, ne? Ja, ja. Aber der hat halt noch nicht die Weisheit. Reni hat geliefert. Wie das Leben so mit sich bringt. So, dann können wir fahren. Eben, und die haben wir wahrscheinlich. Ich fahr eben leer nach oben, ne? Komm gleich wieder. Ja. Tschüsschen. Gute Fahrt. Danke. Gute Nacht an alle. Ach, ja? Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Harry, gibst du mir deinen Schlüssel nur bitte? Ach, legt mir doch die Flöte was, ne? Legt mir doch die Flöte. Du hier. Danke. Ich sag mal, legt mir nachts. Und du tankst es vor. Du tankst es vor. Hallo. Hallo. Die Brötchen, ähm, habe ich euch die vorhin gegeben? Nö. Da warte ich immer noch drauf. Ich hatte nur die zwei Muffins. Da tut mir wahnsinnig leid. Ich war nämlich der Felsch und Felsch und Überzeugung. Ich hätte es euch in der Hand gedrückt, was? Ja, alles gut. So, da sind sie. Ich komme gleich wieder. Ja. Bis gleich. Weißt du, man hört die ganze Zeit. Gleich, Evin. Das ist aber nicht unsere. Das stimmt. Deswegen fahren wir hin. Meiner steht in der Zentrale. Was willst du machen, ne? Wem gehört der? Harry. Ah. Ich habe halt Auto, ja. Ich bin schon ein Cabriolets. Hast du mitbekommen, was ich mit meinem Papa gemacht habe? Nein. War der da, oder was? Nein, aber Herr Tanaka war da. Aha. Der war da, das stimmt. Ja. Herr Tanaka war so freundlich. Vielen Dank an dich. Und hat eine Beschwerde entgegengenommen von meiner Seite. Über deinen Vater? Ja, ich habe gesagt, ich muss eine Beschwerde aufgeben, weil der seine väterlichen Pflichten verletzt und den nicht nachkommt und der sich nicht meldet. Und Herr Tanaka hat den halt sofort angerufen und meinte, ja, Herr Skinner, da ist eine Beschwerde, liegt da gegen Sie vor. Und hat das halt richtig durchgezogen. Und da meinte er, ja, Sie müssen sich bei Ihrer Ziehtochter melden. Und er hat mich heute tatsächlich angerufen. Weißt du, das funktioniert immer sehr gut? Das mache ich ja nicht zum ersten Mal. Ich denke mir nur, wie steht er zu der Sache eigentlich, ne? Wenn er sich von selber nie meldet. Ich ziehe den da jetzt ein bisschen auf mit... Hi. Äh, ich... Nee, ich bin gerade auf dem Weg ins Bett. Warum? Ist alles okay? Brauchst du mich noch? Ah, okay. Okay, aber dann machen wir die Tage mal was, okay? Okay, gut. Ciao. Yay. Nikita hat gerade angerufen. Wir machen die Tage mal was. Ja, sehr schön. Ja. Ja, das hat ja auch wunderbar geklappt, ne? Ja. Nikita hat ein paar ganz tolle Ideen, was die Firma angeht. Ah, super. Der möchte jetzt das Riesenlager, das wir in Palito oben haben, das möchte der verkleinern lassen und möchte dafür Lager in der Stadt unten haben. Ja, hat er mal gestern gesagt, ja. Und er hat auch die Idee, dass wir vielleicht so kleine Schließfächer mitten in der Stadt bekommen. Ja, das fände ich ja überhaupt mega geil, ne? Mit so einem kleinen Schloss dran, ne? Ja. Also er hat ein paar richtig, richtig coole Ideen und ich bin froh, dass ich nichts mehr machen muss. Ja, und man wünscht, dass es funktioniert, ne? Ja. Ach, Schatz. Ich fand das sehr schön mit dir. Bist du glücklich? Wie kommst du so zurecht mit den Leuten? Bist du glücklich? Ja. Dann bin ich es auch. Ich will mit dir einen Rundflug machen über die Insel. Ja. Das fände ich sehr schön. Ich bin jetzt dabei, dass ich Jo einstelle. Vielleicht kriege ich das heute noch hin. Die ersten Leute ins Unternehmen einstellen. Mhm. Dadurch wird es dann ruhiger. Und ich werde natürlich zu den Kernzeiten nicht weg können vom Kiosk, weil das hängt natürlich letztlich an der Harry und mir. Aber das Drumherum kann ich alles abgeben. Und dann auch Zeit dafür finden, dass wir zum Beispiel so einen Rundflug über die Insel machen. Würde ich sehr gerne mit dir tun. Oh, das wäre wunderschön. Wir setzen uns rein, ich nehme eine Flasche Champagner mit und dann saufen wir das und lassen uns da wunderbar zweimal um die Insel fliegen. Das klingt sehr gut. Nein. Nur für beide. Und vielleicht Herr Skina. Nein. War ein Spaß, war ein Spaß. Er bekommt heute eh seinen besonderen Tag. Wieso das? Ariane und er sind jetzt seit einem Jahr zusammen, was ich jetzt da mitbekommen habe. Und die hat heute für ihn was ganz Besonderes organisiert. Er darf, wenn sie das hin benötigt. Mhm. Verstehe. Freut mich. Schatz, ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Den werden wir uns heute Abend wieder. Gerne. Ich mach's gut. Ich freu mich nicht schon, wenn du dich zu mir ins Bett kuschelst. Ich freu mich auch drauf. Aber ich hab noch ein bisschen was zu arbeiten, ne? Damit wir uns den Flug auch leisten können dann. Was könnten wir das jetzt nicht? Ja, muss ja auch reinkommen. Das ist irgendwann weg, nein. Das Geld. Klar. Schatz, deswegen alles gut. Ich werd morgen ein bisschen später kommen. Ja, du, ich, ich, ich werd morgen nicht vor, was weiß ich. Ich schätze mal, dass ich schon um halb elf erst in Richtung Kiosk mich aufmachen werde, ne? Okay. Passt. Pass auf dich auf, Schatz. Du auch. Ich liebe dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Schatz, 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 schatz. Schatz, schatz, schatz. Was denn? pieces, schatz, 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 schatz. Welke nicht weiß. Und ich find's so furchtbar. weil Evan wird das Fahrzeug nie fahren können niemals, niemals, niemals Evan wird sich niemals dafür entscheiden, Fahrzeug zu fahren was Harry fährt aber Evan überlegt aktuell, ob er sich das Fahrzeug kauft da um die 70.000 dieses Fahrzeug da, dieses traditionelle Cabriolets da weißt du noch, was ich meine Community, wisst ihr, was ich meine, wo wir uns mal vor langer Zeit angeguckt haben, ne die sind Zweisitzer, dieses Cabriolets nee, nicht Winzer, nicht Winzer oh gut, nee, das ist ein furchtbares Ding das würde nicht zu Evan passen nein, Winzer, boah, nee Haa, Nixi erst mal danke fürs danke fürs RP, Punkt 1 erst mal Nixi dann danke fürs Einschalten herzlich willkommen und dann kann man es glauben komm Nixi du bist mittlerweile seit über 8 Monaten hier und jetzt im 9. unfassbar vielen, vielen, vielen Dank Nixi für die lange Treue und für die wunderbare Zeit zusammen ich freue mich sehr an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch zum neuen Abzeichen ja und dankeschön für die Treue Mamba, so ist es Dano, korrekt die Mamba ist es exaktemont nicht das weiße Anderl, genau und Zappel, herzlich willkommen guten Abend ja ich freue mich sehr dass ihr da seid ne ja hallo kann ich euch was Gutes tun ich würde noch ein Bier nehmen ein Bierchen ich auch die Lieferung kommt gerade ich war leer Bier sieht gut aus klingt richtig gut ich hab 90 Bier nachbestellt die kommen jeden Moment ja sobald die da sind kühle ich sie kurz ein dann komme ich nochmal rum äh da vorne stehen sie direkt hinter dir und jetzt sind sie mit dem Kreuz ja wunderbar da sind die Bier ja ja die sind schon lange eingeräumt und Rechnung ist auch schon geschrieben ja geil da kann ich überweisen nachher auch ich freue mich drauf Rechnungen liebe ich immer der Kollege ist schon überweisen so schnell läuft das bei uns weißt du Zahlungspflicht top schönen Abend noch aber ebenso halt Moment stopp ja alle frisch sind Bier schön reingekommen jeder Nummer 1 das ist nicht dein Ernst jeder Nummer 1 für den Heimweg komm na komm los so wenn noch 1 muss aber dann ist Schluss wie viele Bier hier noch war das hier äh wie viel war das hier ich hab für 1 du hast 1 2 und 1 3 ja 4, 5, 6, 7 alles klar ich hol mal für alle ein Bier so wunderbar danke für die prompte Lieferung so sehen wir wie das hier läuft die Bier gehen ja hier weg wie sonst was ne ja das freut mich auch danke für den Einsatz ich muss weiter rechnung ist da wir sehen uns hören uns küsschen jo ciao hör mal mein Lieber gerade frische Bierlieferung da willst du ein kühles auf der Hand ja hab ich gerade noch hast du noch hast du noch ja ich hab direkt eins geholt so erstmal 2 für euch ne lecker aus dem Eis das ist doch klar lecker aus dem Schrank ihr wisst doch wie das bei uns läuft mit dem Bierchen ne so ist es kaum ist es da ist es wieder weg exakt weil es mit Liebe verkauft wird ja ich könnte das Bier aber auch wirklich ich könnte es küssen ne also nicht so wie es meine Freundin küssen könnte das ist ein anderes Kapitel aber ihr wisst Bescheid das sähe auch ein bisschen falsch aus 9,98 auf den Tresen komm zack rein 9,98 das bezahle ich weiter so warte mal dann gibts mal Geld ich hoffe ich gebe das jetzt dem richtigen natürlich nicht so bitteschön ach mein Gott Sie wissen Bescheid ich weiß Bescheid ihr auch habt noch einen wundervollen nach Hause weg und dass ihr das Lächeln auf den Lippen trägt heute Abend will ich euch wiedersehen wenn wir aufmachen heute Abend bin ich komplett gar nicht da ok vielleicht fahr ich mal vorbei mal gucken ihr beide bereichert dieses ganze Leben hier und deswegen will ich euch wieder da haben ich würde meinen am Dienstag wäre ich wieder hier und am Dienstag bin ich auch da komm das hört sich ja gut an ja du faust drauf genießen 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 und dass euch schon mal vor lauter Vorfreude auf heute oder morgen je nachdem wer von euch Wannzeit hat die Suppe im Mund zusammenläuft so ist es äh Süppchen Blasmus fließen äh Süppchen so ist es ne ab'n wundervollen komm gut nach Hause schöne Grüße an Herr Ecker na klar sag ich ihm ne danke danke tschüss tschüss so dann werde ich hier jetzt mal die kühlen aufteilen ne das ist ein Traum ach wie ich das liebe wenn ihr die Leute stehen und das Leben genießen wir alle zusammen weißt du so soll es doch sein oder so ist es doch hast du überwiesen oh ne oh danke 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 Wahnsinn Küsschen ach du mein aber da war doch noch jemand irgendwas war doch der ist pissen kommt gleich wieder du schimmst das Bier oder soll ich ihm geben ich gebe ihm das dann gleich ich gebe ihm das dann gleich mein lieber persönlich ne auf jeden Fall ok dankeschön ich sag danke wenn man überwiesen ist nein warte mal da war das Bierfactory warte mal wir machen kurz wir prüfen mal kurz pass auf so Bierfactory ist geliefert bezahlt Rechnung auch da so Reni ist geliefert aber ich hab noch keine Rechnung Zypress habe ich heute bestellt wurde geliefert aber noch keine Rechnung und LS Taxi wurde geliefert das habt ihr nicht eingetragen ne ne geliefert aber Rechnung ist nicht erstellt und das machen wir jetzt genau dieses Problem nämlich die mache ich jetzt mit dir zusammen jetzt ist das ein Problem das ist wunderbar ich schreibe die Rechnung gut nein E-Mail versenden an LS Taxi betreff Rechnung 001 hallo ihr Lieben anbei die Rechnung mit Bitte um Überweisung hast du Kontonummer für mich? ne die Kontonummer von unseren also warte mal steht die nicht bei uns im erde ja ja die ist drin Zandrek habe eine wundervolle gute Nacht und schlaf schön ja das wäre dann einmal die 808 ja 177 85 808 177 85 ja das ist es so dann sag mir über 20 Sprung ausmachen ja 59 äh und 80 sind 20 Sprung sind 59 und 80 gut dann haben wir natürlich bei 20 den exakt gleichen Preis ja dann haben wir der NRA die Nachtschicht 20 mal das war nochmal der Preis äh 2 29 hallo hallo ich werde nochmal kurz vorbeikommen kurz äh kleines Startupdate geben ähm Moment ich schreib gerade die Rechnung vielleicht könntest du warte gib mir unsere Kündchen ich bin sofort bei dir na klar 45 8 ja so was haben wir noch äh 15 mal die Brezel 37 35 warte warte mal warte mal warte mal warte mal jetzt habe ich ein Problem ja dann leg mir doch die Hüfte ne ok 15 mal Brezel sind 37 35 ja so was hat man Eierbrötchen ne ja 15 äh 67 35 67 35 so ist es und jetzt bitte zusammen sag nochmal Arne ja sag ich dir 9 50 80 ja 9 50 80 da leg mir doch die Hüfte ja 45 80 ja 37 35 ja und 67 35 sind wir bei 270 und 10 sind so und das kriegt Lami nirgendwo sonst doch das ist echt günstig musst du mir überlegen ne liebe Grüße Evan und Harry für die Bestellung 20 Sprung 20 Kohle 20 Energie 15 Brezel 15 Eierbrötchen für 270 stehen wo kriegt er das ist günstig hat und Rechnung ist draußen tragisch jetzt im Rdp direkt ein als Rechnung versendet bei der man hast du den Preis noch für mich die Gesamtsumme 270 10 sind Gesamt 270 und 10 Rechnung erstellt auf Überweisung warten wir noch perfekt und damit ist Rdp auch fertig so wie war das jetzt hier Moment mal Entschuldigung angerufen hatte aber nicht angerufen konnte ach du warst das ja genau ok also zuerst einmal wollte ich mich vorher noch entschuldigen ich wusste jetzt nicht genau was bisher alles abgesprochen war ich sollte bisher nur mitgehen und deswegen tut es mir ein bisschen leid also hätte ich das gewusst dass schon zu viel abgesprochen war wäre ich definitiv mit Preisen reingegangen ist alles gut hier kann man auch nicht böse sein ich wollte bloß schon mal ein status abgegeben es wird jetzt aktuell noch mal ein bisschen durchberechnet um zu schauen was jetzt alles möglich ist das für beide seiten auch komplett so sinn macht und ich weiß nicht habt ihr theoretisch auch interesse an kaffee frisch gebrauten kaffee ja es kommt nur auf den preis an ja genau der kaffee gut sehen wir ja der musik war dir dann im endeffekt verlangt dafür na klar na klar würden wir uns auch berechnen und schauen wie gesagt was möglich ist gerne gerne macht das wir berechnen das alles mal aus und würden dann nochmal mit konkreten ergebnissen nochmal genau was haben für vorspeisen vorspeisen hätten wir ja aber ich glaube preistechnisch ist zu teuer ok pass auf käftchen ist gut ja käftchen ist gut eiste ist interessant tiramisu macht uns preise und dann können wir weiter na klar perfekt super sache ja weil es war jetzt ein bisschen schwierig das alles spontan zu regeln wir lassen es derzeit schauen halt wirklich dass es für beiden Seiten wirklich auch alles sinn macht wie es auch möglich ist es kann auch sein dass vielleicht im nachhinein tiramisu vielleicht doch nicht möglich wird ich weiß es nicht wie gesagt die preise machen die cheffen wir haben dabei dann überhaupt nicht so den ein blick wir wollten halt bloß erst mal den weg suchen überhaupt mit euch zu reden das ist jetzt schon so ich fand es nur schade dass die CEOs einfach keine Lust oder Zeit hatten vorbeizukommen wenn schon ein Termin besteht wahrscheinlich keine Zeit verstehe ich schon aber ist auch schade ja klar kann ich absolut verstehen und wird es nächstes immer besser laufen keine Sorge alles gut alles gut alles gut nee musst dir nicht leid tun alles gut ein Bierchen das wollte ich nicht alles gut ein Bierchen würde ich ein nein sagen ja macht der Kollege nein perfekt musst du nicht alles gut ja ihr gebt uns Bescheid wir können die Preise und alles und dann werden wir wunderbar Entscheidungen treffen okay perfekt kein Stress schau mal wer da drüben steht der hat ein ähnliches Hemd an wie du ja stimmt ist auch charakter wunderbar tolles Hemd immer mal zum Kollegen na klar Felken habt eine wundervolle gute Nacht Zanrek vielen Dank und schlaf gut und ihr Lieben habt einen guten Start in die neue Woche nein habt einen wundervollen schönen und guten Start in die neue Woche ihr Lieben und vielen Dank dass ihr da wart ich freue mich außerdem sehr das ist hier und heute Abend Moonlight begrüßen darf hi wie geht's dir schön dich zu sehen so äh ich sag auch noch mal bei dir äh kurz Nächte wir hören und sehen uns und äh ich komme noch mal genau zurück immer wieder gerne also ich will es ja ganz sehr immer unterstützen Elias du bist ein Träumchen ne Dankeschön du aber auch also wie gesagt ich bin so glücklich dass ihr jetzt alles so zustande bekommen habt und dass man wirklich wenn man hier immer vorbeikommt wirklich auch immer so viele Leute da sind es freut mich einfach zu hören und zu sehen das ist einfach noch schön Dankeschön ich wünsch dir was ne hab mich gefreut danke ebenso danke Tschüssi haben wir das aber ordentlich verkauft dir Muffins Käpfchen Wasser guck mal Ivan oh ne hör auf sammel das wieder auf sammel das wieder auf nein das kommt in die Fritteuse du bist das Letzte sammel das wieder auf ja stimmt das füllen wir auch nicht davon ist doch wirklich verrückt dir also da wäre mir das Geld hier oben ach hier weißt du alles toll hör auf du bist das Letzte wenn er die Leute sehen ist das peinlich weil es das Kiosk mit der Mitte ohne Profit du bist wirklich schon ein Drecksack ist unfassbar ne und was ist jetzt Phase du bist ja stark am du bist ja stark am Verkaufen gewesen hab ich gesehen ja ich war ordentlich am Verkaufen aber der Ranger tut mir ein bisschen leid wer ist das der Ranger mit dem Hut ach so weil halt keiner da ist zum Quatschen guck mal da ist wieder der von der Wurstpumpe der unser Laden als Problem findet ne ja ja 80 Dollar haben wir für 4 Bier bekommen von ihm ja oder ich so irgendwas im Busch ich hol mal von hinten ne große es fehlen ein paar Sachen ich hol mal Brezel und so aber bleib du hier Quatsch mit dem Ranger gib mir mal einen Schlüssel auch ne ja ja aber quatsch du mit dem Ranger ein bisschen ne ich komm gleich wieder Kollege kommt schon zu dir es geht so um dir ja Moonlight mir geht's eigentlich ganz großartig vielen Dank der Nachfrage ich hoffe dass du ja ein angenehmes Wochenende hattest und natürlich darf ich mich sehr herzlich bedanken fürs einschalten es freut mich das gibt's doch gar nicht Leute guckt euch mal an was auf dem Kiosk für Geldeingänge sind 6700 Dollar sind auf dem Konto ich dreh durch mein Gott ich hoffe das geht so weiter oh ne Moonlight naja dann natürlich erstmal ne gute Besserung und viel Kraft das ist halt was ich dir wünschen kann tut mir leid zu hören nur das Beste wünsche ich ja schon klar Moonlight ne oh Dragon Wahnsinn wisst ihr was ich was ich sehr lustig fand ähm dass der Press von den von den Wolves ähm erstmal geguckt hat ob Evan alle einlädt ordnungsgemäß und dann hat er das Geld auf den Tisch gelegt ne und mit den 375 Dollar haben sie ja jetzt wieder die 90 Bier bestellt ne also das fand ich schon übelst korrekt das fand ich schon sehr nice hat erst geguckt ob Evan alle einlädt und dann hat er das Geld auf den Tisch gelegt ne richtiger Ehrenmann wir beide haben ein Date ehrlich wir haben jetzt ein Date ja ja das ist gut jetzt ist endlich ruhig ne ich guck mir jetzt mal an wie du mit dem Typen mit dem weißen Hut ins Gespräch gehst ach mit dem bin ich doch schon 50 Minuten im Gespräch also ok gut na wie ist es wo ist denn der Harry mein Lieber der Harry hat eine Fahrt ah toll dann musst du gerade weg so Mimi ich möchte mich auch an der Stelle nochmal bei dir ganz herzlich bedanken fürs Einschalten fürs Follow fürs Abo für deine Beats die du da gerade gechiert hast der Support natürlich im Mensch ich freue mich sehr und bedanke mich auch ebenso sehr dafür und wünsche dir eine ganz wundervolle gute Nacht schlaf schön und erhol dich gut danke dass du da warst ich danke dir ich danke doch dir ach das ist lieb dass du da vorbeischaust und du so liebe Nachrichten schreibst das ist natürlich eine Ehre nein oh interessant interessant nena schreibt hey seid ihr noch vor Ort ich bräuchte wem zum reden und auch ein paar Informationen über jemanden du bist doch mein Taxifahrer des Vertrauens oh Leute es ist so herrlich weißt du die ganzen RP-Strengen es nimmt nicht ab bitte guckt es euch an wir haben non-stop RP von Anfang bis zum Ende non-stop yes der Kiosk war der Retter ich hab's gehofft mir ist aber nicht gewagt es zu vermuten es ist ein Wahnsinn ich dreh fast durch guck mal da gehen die Brezen schon wieder aus ne das glaubt sie ja nicht da haben wir jetzt den Wagen verlieren lassen die Brezen sind der Ränder so ist es Evan ist es schon zu spät nee gar nichts ist zu spät ich hol grad Nachschub okay das ist so geil die passende Musik dazu und wir haben da Spaß und bauen da alles auf für den Evan ist das geil oder nicht also die Stimmung und die Atmosphäre ist so wirklich auf einem Höhepunkt ihr Lieben oder was sagt ihr hey Evan hi ach du meine Güte was willst du quatschen ja bitte na klar doch ein bisschen trinken ist schon irgendwas auf der Hand grad nicht nein alles klar ich komm rum ne muss mir doch selber noch irgendwas nehmen ne mach das ruhig lecker Brötchen du weißt was ich meine ja hör mal was ist schon los ach weiß nicht irgendwie irgendwie seitdem du weißt schon was na irgendwie fühlt es sich an als ob ein bisschen mein Freundeskreis kleiner geworden ist äh ja versteht das Problem schon ja klar und die Tasche niemanden mehr oder kaum noch jemanden doch 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 ich hab doch Leute keine Sorge ähm nee ich ich weiß nicht seitdem ich von New York wieder da bin ist irgendwie komisch das kenne ich irgendwoher ach keine Ahnung vielleicht bin ich auch einfach zu unsicher weiß nicht ich trau mich auch zur Zeit nicht mit ihm zu reden okay weiß nicht warum kannst du nicht beschreiben die Ex-Freundin von Nikita einfach unsicher I don't know ihr wollt seid aber im Guten auseinander gegangen oder ja klar sind wir im Guten auseinander gegangen äh ja aber I don't know ich ich will ihn halt auch nicht ach ich es ist so schwer zu erklären ja gut ich meine so wie das wirkt ähm ist das ganze noch nicht hier aufgearbeitet ne mh war halt sehr schnell und sehr plötzlich aber ich glaube es ist ich glaube es ist besser so aber mh es tut halt noch weh vielleicht deswegen traue ich mich nicht okay ja ist halt so du hast noch Gefühle willst du sagen nee also natürlich tut das weh es war ja so wie ein Schnippen auf einmal was ja aber es ist gut so wie es ist er hat ja recht mit dass unsere Wege sich sozusagen so ein bisschen gekappt haben okay nicht gekappt aber auseinander begangen sind ich bin zu lieb ich kann ihn verstehen dass er mich schützen will verstehe naja naja aber wenn ich wirklich was von ihm brauche trete ich ihn einfach gegen den Washington ihr habt ja doch eigentlich eine gute Basis immer gehabt ich kann mir gut vorstellen dass ihr das auch langfristig beibehalten könnt ja klar nur ich bin halt trotzdem da ein bisschen feigling ja du willst dass ich dir helfe nein einfach nur damit du damit du es mal hörst weil zurzeit bin ich irgendwie feige sehr feige ja naja egal ich brauche Informationen wenn du mir die begegnen kannst ähm bin gespannt ein ein Kumpel von mir hat Probleme mit einem Bellamy Humphrey sagt dir der Name was na klar wer ist denn das das ist ein Kollege von mir bei Les Taxi okay ähm zumindest habe ich da ein paar Sachen gehört wo ich mir dachte okay ich kann es halt nicht pinpointen spannend was hast du denn gehört ähm irgendwie er hat derjenige Probleme mit dem was weiß ich nicht also du weißt eigentlich gar nichts nein er hat mich aber im Rat gefragt wo ich mir dann gebraucht warum ganz ehrlich also Bellamy ist jeden Tag hier bei unserem Kiosk und verbringt auch so wie viele andere von Les Taxi oft die Zeit hier ist aber natürlich auch oftmals nicht da klar wenn er Taxifahrten hat oder mal was anderes macht mhm und dann endet auch schon mal ein Informationsstatus über ihn weil er ist nämlich erst vor kurzem zu Les Taxi gekommen und ich habe mit ihm im Rahmen unseres Kiosks ein bisschen gequatscht oder meinem Dienst wenn wir die Leitstelle hatten aber mehr war halt nicht ne okay gut dann weiß ich das schon mal dann ja ich habe nämlich kein ich gebe es ehrlich zu derjenige wollte dass ich weiß nicht wie der auf die Idee gekommen ist dass ich irgendwie äh was arrangieren könnte ich bin doch nicht so eine warum denkt das jeder was denn arrangieren ähm du kannst ruhig deutlicher werden der wollte dass ich entweder denjenigen verprügel was ich nicht mache oder irgendwie jemanden anheuer der das macht ich habe gar nicht solch Kontakte what the fuck ja was stellt er sich denn vor weiß ich nicht ich sehe zwar hart aus aber ich bin doch ne Liebe ja aber ich bitte dich Leute für sowas zu bezahlen das macht man immer mit dem kleinen Finger mhm ja I know wenn das wirklich sein muss ne mhm I know Evin Barbara unterhältst du dich gerade mit jemandem ne oh na klar warum steht jemand vor dir ja hallo junge Frau hallo hallo etys Barbara weißt ja etys ne besondere Besündlichkeit mhm ja komm oh wir kriegen Besuch warte mal ich muss kurz ran Moment ja bin es so hallö so ich werde mich jetzt losmachen hallö war nett mit euch zu reden äh wir beiden bräuchten was zu essen und dann schüren haben noch Tschüss ihr seid ja herzlich willkommen hier danke mich sehr euch zu sehen danke danke ich freue mich auch hier zu sein habt ihr schon mal bei uns konsumiert oder ist das erste mal jetzt äh tatsächlich den ersten Mal. Oh, darf ich euch ein bisschen vorstellen, was wir hier machen? Seht ihr, Lieben? Wollt ihr euch mal folgendes vor. Ihr habt nicht viel Geld. Und ihr wollt aber ganz freundlich und herzlich bedient werden und trotzdem alles bekommen. Also im Sinne von Essen und Trinken und Freundlichkeit. Jetzt stellt ihr vor, du gehst einkaufen in den Supermarkt und zahlst da zwei Dollar für ein Wasser. Bei mir 1,49. Oder du gehst ins Restaurant und kaufst dir eine Brezel für 8 Dollar und bei mir zahlst du 2,49. 8 Dollar, mein Gott. Oder ein Donut und du zahlst 8 Dollar im Restaurant bei mir 2,99. Das ist der Sinn des Lagens. Genau. Bei uns gibt's mit Herz und Seele die wunderbarsten Produkte eines Kiosks zum kleinsten Preis und das Leschen auf den Lippen. Löff nochmal mit dabei, David. Dann hätte ich gerne ein Brezel und ein Wasser. Ich sag euch erstmal, was ich hab und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr wollt. Ist alles gekriegt. Entschuldigung. Es gibt ein Wasser, es gibt ein Bierchen, es gibt ein Eierlikörchen. Ich hab verschiedene Kaffeesorten, Energiedrinks, Kohleansprung, Zigaretten, Aufbackbrezel, schön warm, frische Eierbrötchen kann ich euch schmieren und dann viel zu knabbern und zu naschen. Ich bleib bei Brezel und Wasser. Gerne. Mach mal. Ich nehm drei Brezel und ein Wasser. So, jetzt wird hier mal eine Sprache gesprochen, die wir alle verstehen. Drei Brezel und ein Wässer können. Moment, Moment. Drei Brezel und ein Wässer kann. Eine ganze Kanne. Eine ganze Kanne. Gut. Alles klar. Ich mach jetzt mal die Brezel warm. Was? Ich weiß nicht. Alles gut. Nein, ein Wässerchen. Richtig. Ich hab, David, ich hab einen komischen Schlengwasser. Ich sag immer Wässerken. Es ist aber ein Wässerchen oder überhaupt nur ein Wasser. Es ist ja Schleng, David. Es ist ja Schleng. Exakt. Ja, ein Schleng. Ein Schleng, ne? Sie kennen, du wissen, was ich meine, oder? Ja, ja. Ich beschäftige mich viel mit Sprache und Sprechen, deswegen. Barbara, erinnerst du dich? Ich hab dich mal runtergefahren. Ach gut. Oh, ist das schön. Wirklich ein Celebrity hier. Sina Wirtz. Sina Wirtz? Wer ist das denn? Achso, sie sind sie. Entschuldigung. Oh, super. Ich weiß gar nicht, der Gedanke ist woanders. Ich bin kein Celebrity. Nein, ich bin nicht. Der ist eine Schauspielerin und hat schon Leonardo DiCaprio trainiert, Angelina Jolie. Sina Wirtz. Wer ist das denn? Es ist so eine große Ehre, dass ich mit meinem Daumen jetzt schon ein kleines Herz hier imaginär vor uns male. so begeistert bin ich davon, dass ich heute Celebrities ja auch bedienen darf. An diesem kleinen Kiosk hier. Weißt du, so die Brezen sind jetzt, Achtung, sehr, sehr warm. Ich reiche die mal weiter und in eine Serviette eingehüllt. Das Wässerken gibt es nochmal jeweils obendrauf. Wer bezahlt denn jetzt was? Ich mache den. Ich mache beiden. Alles. Danke. Das kriegen wir doch lecker hin. Dann sage ich dir mal completo totalo, ne? Woi, woi. Sind wir bei 12,94 für alles zusammen. David, wo kriegst du denn so was? 12,94 für alles, David, ich muss noch ruhig sein. Ich fliege nochmal eine Waschmaschine obendrauf. So wenig? Ja, so wenig. Das ist wirklich wenig. Ich muss auf deren kommen. Hier, Moment, ich mache 20 daraus. Oh, danke. Das ist aber wirklich lieb von dir. Auch ein Küsschen. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Ja, und das machen wir hier. Dafür stehen wir. Wir unterstützen euch komplett. Also wirklich. Ich bin voll auf euren Seiten. Das ist lieb. Es ist hier von den Menschen für die Menschen. Und wenn ihr ab und zu vorbeikommt und einfach nur ein bisschen hier Zeit verbringt, sind wir doch schon glücklich. Und da merkt man, den kommt von Herzen. Hi. Den hört man gerne. Evan? Ja? Gibt es mal eine Runde Eierlöcke allen auf? Oh, für dich doch sehr sicher doch, mein Lieber. Wie viele? Warte ich eine Runde? Alle, die hier stehen. Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Eierlikör? Ja, leg mich fett in den Tisch, ne? Gerhardt? Ja. Alter, wie hängst du denn aus? Ja, das dauert jetzt ein Sekündchen, ne? Fünfzehn Eierlikör. Ach, du Scheiße, ne? Ich mach dir erstmal vor, die alle frische auf. Die sind eiskalt gekühlt. Das wird euch gleich den Gaumen runterlaufen vom allerfeinsten, Gerhardt. Wie viel kriegst du dafür? Ach, das mach ich dann gleich, ne? Unterhalte euch mal. Alles klar. Dankeschön. Bis gleich. Evan? Ja? Was hast denn du zu trinken und zu essen da? Alles, was der Terz begehrt und das mit Liebe serviert. Das Feinste vom Fein. Hast du eine Cola? Sicher hab ich eine Cola. Ach, die brauch ich jetzt. Na klar, ne? Für den Gaumen runterlaufen. Kennst du die Preise in der Stadt eigentlich schon? Oder bist du auch reich und kaufst einfach nach Gefühlen? Marinho, ich begrüße dich. Blue Fenris, sehr interessant. Zweimal umdrehen, geb ich ganz ehrlich zu. Dann bist du bei uns goldrichtig. Echt? Wenn du... Wir machen... Ach, mein Gott, du weißt gar nicht, was wir hier machen, ne? Mh, mh, nope. Pass mal auf. Dieser Kiosk ist ein soziales Projekt. Von Menschen für Menschen. Wir machen so gut wie keinen Profit. Unsere Lieferanten auch so gut wie keinen. Wir machen das alle zusammen für die Menschen, die nicht so viel Geld haben. Natürlich sind die reichen Menschen auch willkommen. Und wenn die dann großes Trinkgeld geben wollen, dürfen sie das. Wir freuen uns. Aber erst mal geht's um die Menschen natürlich auch, die nicht das Geld haben. Du kriegst bei mir das Weserken für 1,49. Da kriegst du den ganzen Andreas nicht. Heilige Scheiße. Da kriegst du nicht mal bei Bruno, Robert. Und ich weiß, dass der der billigste war. Mh, war. Eine Breze packe ich dir frisch auf für 2,49. What? Okay. Donut für 2,99. Kriegst du nirgendwo. Nur bei mir hier. Okay. Jetzt weißt du, wie das läuft. Und die Leute kommen rum, Bierchen auf der Hand für 4,99. Okay, das ist schon awesome. So ist das. Und eine Cola kostet 2,99. Hast du Bock? Ja, klar. Gibt's auch nirgendwo. Na klar, hab ich Bock. So. Eis gekühlt. Frisch auf der Hand. Ja. Moment, kriegst du. Bitteschön. Sehr lieb von dir. Und wenn du mal vielleicht irgendwie ein bisschen mehr brauchst für zu Hause, Wässer gehen, das ist kein Problem. Da ist ja nicht nur ein Personeneinstück verkauft, sondern... Okay. Letztens kam einer ran, der hatte Angst, dass ich dem Preis hochgehe, der hat 30 Wässer gehen. Gold, nein, das muss ich jetzt nicht machen, aber so gibt das, ne? Nee, das finde ich sehr gut. TV! Hi! Gute Nacht, Mixi! Vielen Dank an dich. Frisch einreisen. Damals hat mir ein guter Freund hier, genau hier, da wo der Trailer jetzt steht, der hat damals mich hier herumgeführt. Ach. Ja. Erster Tag. Wie geht's, TV und Community? Hi! Ich hab mir eine Wohnung gegeben, beziehungsweise gewohnt. Relegant aus Woll. Er hat mir gezeigt, wo ich mich am besten bewerben kann. Ja. Hat mich volle Kanne mit Karacho gegen die Highwaywand gefahren, aber naja. Ach, scheiße! Och, nee. Warte mal, Nina, ich geb eben kurz den Eierlikör rüber, ich komm sofort zum Quatschen, ne? Mach das, mach das, mach das. Alles gut. Ich halte, aber das ist ja nicht schön. Gerald. Das ist echt nicht... Ja, bitte. 15 wandert, ne? Ja, 15. Mein Lieber, ich hab dir da gerade nochmal extra in frische Gläser eingefüllt. Perfekt. Dankeschön. Ja. Gute Idee, nochmal sauber gemacht. Ehrlich? Mhm. Ich weiß nicht. Und Eis gekühlt. Ich hab die Gläser vom Eierlikör nochmal extra kurz ins Eis gehalten. Machen wir einfach nicht. Perfekt. Vielen, vielen Dank. So, 6. 12 kannst du halten und 15. Perfekt. Wie viel kriegst du? Warte, jetzt durchfallen, ne? Dann geh lieber. Dann sag ich dir. Nee, lieber. Lass es raus. 74, 85. Gut, dann nicht, ne? Mach mal so. Danke dir. Küsschen, Geralt. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Kein Problem. Will ich jetzt für dich gehen, oder? Ja. Ja, willst du? Ich stecke dir. Jo, 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 jo. So, Moment, ich komme gleich raus zu dir, ne? Alles gut. Lass dir Zeit. Ja. Heute drei Flaschen. Dreieinhalb Flaschen Eierlikör weg. Also, 40 Spier, dreieinhalb Flaschen Eierlikör. Das ist verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja, erzähl doch weiter. Ja. Ich finde das echt gut, was ich gemacht. Tivi, das klingt aber heftig. Es ist perfekt. Ja, naja, vor allem, es geht uns auch wirklich nicht um Profite oder sowas, sondern es geht uns darum, dass die Menschen zusammenkommen und hier auch einen Treffpunkt, einen Ort haben, wo sie friedlich und mit guter Miene zum bösen Spielen einanders glücklich sind. Da gibt's auch noch ein Eierlikörchen. Oh, guck mal hier. Warte, ich geb den mal weiter, Moment. Ich geb den weiter. Ach nee. Nee, nee, nee. Ach, für mich, ach, Geralt, ach, Küsschen. Ja, ja, alles gut. Ist doch schön. Ach, meine Güte. Danke dir. Du bist wirklich so, ich find das so geil, dass ihr jetzt rumkommt, da um die Uhrzeit und das hier alles. Ja, ist doch voll entspannt. Hm. Ist das nicht toll, dass man auch um die Uhrzeit noch zusammenkommen kann? Ja. Find ich auch richtig gut. Ich hab nur noch. Ich hab noch genau einen Schott, hab ich noch. Eierlikör, du hast alles aufgekauft, scheiße. Ja, das freut mich. Ist doch schön, oder? Ja, ich find's schön. Ich auch. Ari, wir haben noch genau ein Eierlikörchen, ne? Ja, ich hab auch noch einen. Wir haben dreieinhalb Flaschen verkauft. Ja, der geht weg wie ne Hans. 40 Bier. Wie brätst du schon, kannst du wieder bald nachzustellen? Relegator, schlaf schön, gute Nacht. Danke, dass du da warst und Divi, das glaub ich dir natürlich. Das klingt wirklich heftig. Aber ich hoffe, es macht Spaß. Das RP? Naja, ist wohl so, ne? Unglaublich. Ari, wir müssen ja klüger bestellen irgendwie. Mehr. Aber es geht mir ja nur darum. Ich brauch noch von der Bäkerei oben, brauch ich noch Angebote und dann werden wir Großbestellungen aufgeben, ne? Ich hab ja von Cola und Sprung aber schon die 120 nachbestellt, ne? Die sind schon im Lager. Alles klar, ne? Ich werde mir noch den Jodan gleich ranziehen, ne? Ja. Das wäre schon geil, wenn der dann so 18 bis 22 machen könnte. Ich hab ihn gefragt, ne? Der wäre perfekt um 18 Uhr, ne? Na, da haben wir es doch. Tibi, das ist lieb von dir! Ja, aber du weißt, das ist ein großes Problem bei mir. Ich würde so gerne Tibi, aber du weißt, wie es bei mir mit den Seiten ist, ne? Aber ich freu mich sehr, Tibi. Alles gut, alles gut. Ich bin gespannt, wann unsere Klamotten kommen, ne? Hast du jetzt bestellt, oder was? Ja, ich hab gesagt, mach mal, ne? Mach mal, hast du gesagt. Kann ja nicht so lange dauern, ne? Nee, hast du richtig. Dann ist ja schon fertig, alles. Da hast du recht, da hast du recht. Und dann sieht echt gut aus. Ja. Dienstkern kriegen wir nicht ab. Weißt du? Echt? Okay, das ist geil. Mit unseren Frischen drauf. Ja, furchtbar. Müsst ihr ja eigentlich als Venture-Tube-Meister eigentlich in meinem Werbeslogan oder ein Werbevideo für euer Kiosk machen. Das kommt noch, aber wir sind im Moment mit dem Kiosk ganz sicher im Tagesgeschäft schon so ausgelastet, dass wir nicht mehr da noch einschieben sind. Wir kommen zu nix, nein, wir kommen echt zu nix privat, nein. Ja, wobei, ich muss ehrlich sagen, Harry, irgendwie freut es mich im Moment auch, wie die Sache ist, ne? Ja, natürlich. Ich bin lieber aber zu viel, als zu wenig zu tun. Ja, genau. Und wir können uns ja theoretisch mal einen Tag freinehmen, so ist es ja nicht, ne? Ja, vor allem, wenn wir es einmal eingestellt haben, ne? Ja, dann können wir die, können wir die Eingestellten auch mal länger arbeiten lassen in der Nacht, weißt du? Und dann machen wir frei. Vielleicht stellen wir irgendwann so einen Manager ein, der die ganzen Bestellungen und alles macht. Ja, das ist ja die Aufgabe vom Senior-Verkäufer dann, ne? Ja. Das wäre super, weil das ist die meiste Scheiße, finde ich. Ja, aber mich stört das nicht. Ach, das ist ja wunderbar alles, ne? Da kriegt man so ein richtiges Gefühl für die ganzen Sachen. Und wenn man das auch nicht aus der Hand gibt, sondern selber macht, dann hast du auch wenigstens am Ende vom Tag das Wissen, dass du selber alles angepackt hast. Kann ich auch nicht anders. Eben. Was machst du denn aktuell? Äh, Crucial Facts? Äh, weiß aber nicht mehr, wie lange. Oh, das war natürlich in dem Fall sehr ungünstig. Äh, ich weiß es nicht. Also, ich hab damit kein Problem. Das ist sozusagen nur ein Rettungsjob gewesen, nachdem ich sozusagen aus der Firma rausgeekelt wurde, wo ich vorher war. Also, ja. Und der Chef weiß auch Bescheid, dass ich in der Zeit kündigen könnte, sozusagen. Okay. Und das andere, das weißt du ja eigentlich schon, da hast du mich letztens hingefahren. Ja, ja, ja. Natürlich. Ich bin aber zur Zeit sehr, sehr zufrieden damit. Sehr zufrieden. Ja, aber das höre ich doch gerne. Hm. Das ist doch schön. Sag mal, ich hab eine Frage an dich. Ja, klar. Hättest du Lust, mitzumachen? Wir wollen da jemanden einstellen. Wir würden da gerne mal so eine Kundensituation nachspielen. Kundensituation nachspielen? Genau. Wärst du da bereit dazu, die Kundensituation zu spielen? Ja, klar. Wie, Asi, möchtest du mich haben? Gib alles. Okay. Gut, richtig hin. Harry, dann hol ich hin. Gut. Jo? Ich hab tatsächlich gerade von was anderem geredet, aber ja. Werdest du ein paar Minuten für uns? Ja, aber natürlich. Dann komm mal ran. Nein, komm nackt, Peter. Okay, dann. Ich komm mal ran. Läuft richtig gut. Das freut mich, mein Lieber. Ja. So, pass mal auf, du hättest ja Bock bei uns zu arbeiten, Jo. Ja, das hab ich geschrieben in der Bewerbung, ja. Und ich sag mal so. Wenn wir das irgendwie hinbekämen und du unsere Prüfungen bestehst, dann würden wir dich tatsächlich da gerne in Erwägung ziehen. Ehrlich? Ja. Nee. Doch. Das ist doch wirklich... Und jetzt ist natürlich die Frage, ob du bereit wärst, einen kleinen Test zu machen. Jetzt, heute. Jetzt rein. Und rein in den Kiosk rein. Geh rein in den Kiosk. Ich mach dir das Lager auf und du verkaufst jetzt an die Kundin und ich guck mir mal an, wie effizient du bist. Preisend im RDP. Ja, das sieht er ja nicht. Das seh ich doch nicht. Ah ja. Du fragst mich einfach, warum weiß ich. Was kostet denn dir zu? Du hast genug bestellt, du weißt, wie'd kostet. Wie wär dat? 4,90? So is it. Was kostet Wäschocken? Ist unser Schlager? Was für ein Ding? Das Wäschocken? Unser Schlager? 1,49. So. Gut. Was kostet die Kohle? Und das pump? Das weiß ich ja nicht. Gut. So, und durchgefallen. Und raus rum. 2, ja? 2,50. Falsch. Dann wär mal ein Minus, weißt du. Hast du uns kaputt gemacht? Geh rein in den Kiosk, geh rein. Komm rein. Geh jetzt da rein. Scheiße. So, jetzt müssen wir das mal beobachten. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt an den Tag legen wirst hier, ne? Gib Gas, ne? Du bestellst 2 Bier. 2 Bier. 2 Bier, aber mach schon ein bisschen schwierig. Ich will gucken, wie es sich tut, ne? Mach schwierig. So. Gucken wir uns mal vom Namen an. So hieß es. Ja, wunderschönen guten Abend. Bei Evan und Harrys Bestes. Was kann ich für sie Gutes tun? Ich hätte gerne 2 Pisswasser. Oder habt ihr Lager da? Ja, wir haben ein kaltes Bier, haben wir da, ne? Natürlich. Ja, aber habt ihr Lager da? Lager, haben wir Lager da? Ne. Nur Pisswasser. Ne, haben wir leider nicht. Wir haben nur die Pisswasser da, ne? Na gut. Dann gib mir mal 2 davon. 2, aber natürlich für sie doch immer gerne. Na klar, na klar. Ist das auch kalt? Das ist für sie extra kalt, ne? Ich mach das gut, Harry. Ich mach das gut, Harry. So, 2 Stück. Oh, nicht raus aus der Kühltruhe. Ja. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, du machst das gut, ne? Ruhig. So, die Dame, ne? Ja. Wenn wir einmal da, ne? So, bitteschön, ne? Das wären einmal 4,99 mal 2 sind 9,98, ne? Ja, leckt mir ja mal Arsch, ist das teuer? Ruhig? Ruhig? Du schätzt in Falle, Fehler gemacht. Ne, du machst aber gleich einen, bleib dran. Weiter, Martin. Gut, ey. Ja, das wären 9,98, bitte. Damit kann ich mir, damit kann ich leben. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Ne, kannst du nicht. Du bleibst knallhart. Du kannst nicht mit dem Brei schleben. Jetzt noch ein bisschen tiefer. Ne, soll ich dir was sagen? Das ist das billigste Bier, was du hier um rund 5... Das günstigste, nicht billigste. Das günstigste, das günstigste, was du hier in den nächsten Umkreis bekommen kannst, ne? Das günstigste und das beste. Moment, ich ruf mal ganz kurz einen Freund an. Gut. Ja, du merkst schon, du verschiehst dich. Und was war der große Fehler? Du hast hier die Bier ausgehändigt, die ist weg. Immer erst kassieren, weißt du? Ja, Gerhard! Jetzt hat's doch Gerhard. Jetzt haben wir den Likes. Wenn der kommt, dann kommt den Mann hin. Dann bist du nämlich tot, wenn Gerhard jetzt kommt, weißt du? Der hat auch immerhin abgestochen. Der hat ihn abgestochen. Und der wird jetzt das Messer gegen dich schwätzen, weißt du? Jetzt hast du das. Warum sagst du nix mehr? So, ich hab mit meinem Freund Evo gesprochen. Kannst du mir nochmal vier geben? Aber für den Freundschaftspreis. Freundschaftspreis? Gib das nicht. Ne. Wir sind mit dem Preis schon so knapp kalkuliert, dass wir Minus sind. Äh, die Dame. Es tut mir sehr leid, nö, aber das gibt das leider nicht. Es tut mir so leid, nö. So, was haben wir gesagt? Vier, nö? Yep. Genau, machen wir mal, nö. Ich hole das aus der Kühltruhe. Ja, Handgriff in der Kühltruhe passt. Er weiß, wo es aufgeht. Sehr gut. Ja. Und dann macht das einmal zusammen mit den zwei anderen Bierchen, nö. Macht das zusammen. Äh, 39, 92, wenn ich mich nicht irre. Ja gut, wenn es nicht einfacher geht, dann ja, passt schon. Gut. Gut, dann können wir das auch abbrechen an der Stelle. Wunderbar. Ehrlich. Bitte Biere und Geld retournieren. Gut. War eine Vollkatastrophe. Absolut. Absolut. Von allen Seiten aber, muss man sagen. Nee. Nein, war ein Spaß. War, 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 war gut. War sehr gut. War sehr gut. Das Bier rein. Das Bier rein. Wie viel hast du entnommen? Ich hab, äh, ja. Wie, wie viel hab ich entnommen? Und rein. 4 plus 2, nö. Hast nur 2 entnommen, nicht 6. Nee, 4 plus 2 hab ich gesagt. Und sind die wieder drin? Die sind natürlich wieder drin. Nee, da fehlen noch 2, nö. Ja, eben, ich weiß schon. Ich hab die, ich hab dir 2 in die Hand gegründet. Nee, nee, die hab ich rein getan. Die hab ich rein getan, natürlich. Sind die jetzt drin oder was? Natürlich sind die drin. Gut. Weißt du das? Was für dich schon abzuschließen. Also, so schreibe ich schon. Ja, dat. Ruhig, bleib mal dran. So, also, Nina, erst mal, also wunderbare Rolle, die du da eingenommen hast. Muss ich wirklich sagen, das war ja wirklich, das war ja vom Feinsten, sag ich mal. Das war genau mein Kalibar. Nina. Ich hab ja vom Besten gelernt. Oh. Und jetzt machen wir das anders, Nina. Jetzt werden wir dann, jo, pass mal auf, mein Lieber, das war schon sehr, sehr gut, was du da machst, ne? Ja. Freundlich und bestimmt bleiben. Freundlich, ja. Aber die Leute auch mit so ein bisschen proaktivem Humor abholen, weißt du? Proaktiv. Und jetzt wird der Harry eine Rolle spielen. Oh, nee. Und du musst den jetzt wirklich mit deinem Humor proaktiv durch das Gespräch führen, weißt du? Sei nicht passiv. Lass. Sei nicht nur Anlaufstelle für die Kundinnen und Kunden. sondern sei eine proaktive Bank, die den Leuten auch wirklich... Geld gibt. Nee. Die den Leuten auch wirklich Spaß daran gibt, wenn sie hier vorbeikommen. Okay? Extrovertierter. Ich werde es versuchen. So, Harry. Dein Auftritt. So, Nina, komm mal an die Seite. Kannst du beobachten? Aufregend. Ja, schönen guten Abend bei Evan und Harrys Bestes, ne? Ein Bierchen. Ja, wir haben ein schönes, kaltes Bisswasser da. Wollen sie das haben? Du Rasier, ich begrüße dich. Ja, das ist es doch, oder? Genau das. Denke ich mir auch immer. Wenn ich sie angucke, denke ich auch an Bier. So, sehr gut. Wunderbar. Kannst du es mal aufmachen? Ja, sicher. Ein provokanter Witz. Gefällt mir gut. War gut, oder? War gut. Genau das ist es. Weiter machen. Schneller. Ja, ich mache es. Ich mache es, weißt du? Weißt du, zu dir muss ich das passende Bier finden. Du bist ein Biertrinker, der braucht das passende Bier, ne? Wunderbar, sehr gut. Das macht dann einmal bitte 4,99. Und weißt du, jetzt habe ich schon Fehler begangen, ne? Richtig, wieder zuerst das Bier gegeben. Die Leute sind dann weg. Du musst erst kassieren und dann das Bier auswählen. Okay. Darf ich der Harry bitte nochmal das Bier zurückzugeben? Ja. Evan? Ja? Kann ich eine Brezel haben? Sicher das. Geil. Mach ich dir gleich warm, ne? Das spielen wir gleich nach und du machst es dann wirklich, ne? So, jetzt sind wir wieder hier. Und Action. So. Ja, ne? Das Bier für sie muss man auch natürlich auswählen, ne? So. Ruhig jetzt. Du hast den heiß. Haben sie mich gerade beleidigt? Danke für die Frechschule. Gibst du es mir nochmal wieder? So. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Jetzt hast du natürlich verkackt. Ja, weißt du? Ich wollte das eigentlich warten lassen. Das geht gar nicht. Das ist eigentlich hier abgehauen. Das wollte ich das hier abstellen, ne? Alles falsch, ja. Das war nicht so abgehauen. Ja, dann hast du das einfach mitgenommen, ne? Das geht nicht. Jetzt ist doch nicht. Kassieren. Kassieren. Kassieren und erst danach blamieren. Was? Warte? Ruhig jetzt. Ruhig. 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 Du musst mich anmerken. bitte wissen sie das ist das günstigste bier was sie im umkreis bekommen können das ist das beste ja das sagte jeder nicht um die ecke und dann gucken sie da werden sie kein günstigeres bier finden das gespräch abkürzen wenn es sinnlos wird perfekt was ihr merkt das gespräch richtig war perfekt der kunde hat das gespräch vollkommen sinnlos in eine debile richtung geführt was und du hast du hast sofort ein cut gesetzt und das geld verlangt genauso muss es machen wenn der kunde fünfmal die gleiche scheiße wiederholt was wird dann bleibt sie knallhart sagst du geld und wasser jetzt ist die frage was darfst du einem kunden wenn er gekauft hat ja sag ich dann haben sie noch einen schönen abendbild für uns bewähren nee ja was denn normal gut während uns bald und jetzt immer wieder supermarkt also wir sind ja nicht bei einem go hin go weg was so komm mach jetzt hier ich hoffe sie hatten ein schönes erlebnis bei evan und harrys bestes so ich hoffe sie haben warte ich komm rum du machst das gleich mit der brezelne moment gerade eingearbeitet ja es hört sich mehr nach sklaventreibung an wenn ich ehrlich bin ja es war aber was kann ich tun für dich eigentlich wollte ich nur gute nacht sagen aber ich glaube ich glaube ich nehme eine brezelne warte mal ruhig komm mal raus hier komm raus ja ich komm raus ach was ist das denn hier was so jetzt schon mal ruhig hallöschel meine liebe frische brezel sicher du auch mein lieber wein zum schlafen gehen mach ich euch lecker warm und schlafen ich hätte ja noch eine warme milch mit honig dazu kriegst du ich habe geld ja ich habe geld also warme milch mit honig habe ich nicht aber ich kann natürlich noch mal so ein eierlikörchen anbieten den letzten einen habe ich auch ja davon kann ich auch gut schlafen genau einen letzten noch ne so das ist bei barbara eine brezel und ein eierlikörchen und bei der gerald ist ein brezel ne harry machst du fertig ich gebe das aus du brauchst nur abrechnen was soll ich machen rechnen mein gott ich habe doch gesagt eine brezel beim gerald und eine brezel und ein eierlikörchen was für ein wundervolles arbeitsklima ihr zwei doch habt ich bin sehr froh ich bin sehr froh ich bin sehr froh hört auf dass barbara hier jede person bereichert unseren so ein wort noch das würde ich auf jeden fall weiterempfehlen so dann macht 9 27 9 7 2 ja alles zusammen die theke ja ist geschähnt 9 27 das ist aber alles zusammen ich bin mir Stichert mein trinkgeld war ich so liebevoll auch danke Frau Barbar können sie mal nach vorne reichen ja aber natürlich Ja ein gut Ja ich bezahle das Barbara frag bitte was was hast du heute wieder finden also Barbara du bist ein allerletz Barbara du siehst wunderbar aus heute du siehst wunderbar aus ja natürlich sie schön aus eben und das kann man auch sagen dann ja von hier oben ein bisschen den Erdkern gucken was ne Harald geh mal ein Stück zur Seite Ja, ich bin erhöht, was soll ich sagen? Trotzdem musst du nicht auf meinen wunderschönen Busen gucken. Dass du erhöht bist, dich an einer vollen Windel. Ach, meine Borsche. Ja, aber die ist da nicht so hingekommen. Ich verstehe kein Wort, wenn ihr unterhaltet wie kleine Geister, aber gut, okay. Barbara, weißt du was, ich nehme dich die ganze Zeit in Schutz. Du kannst auch mal freundlich zu mir sein. Ich bin freundlich, aber ich bin überzeugt. Du hast ein Hausverbot bei uns. Hausverbot, herzlichen Glückwunsch. Niemand kriegt ihr Hausverbot. Barbara ist hier immer willkommen. Und jetzt bleibst du ruhig. Gibst du, Gerhard, jetzt die Brezel, Barbara? Ja, ich habe noch immer gar nichts bekommen. So, bitteschön, darfst du alles sein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Dankeschön, Herr Evin. Gibst du, Barbara, meinst du? Barbara, nee. So, und jetzt riechst du auch noch was, ne? Pass auf, jetzt hör mal den Jo nochmal rein. Jo, 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 jo. Jetzt darfst du richtig verkaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die ist glücklich, weißt du? Lass ihn doch flirten. Ich brauche Unterstützung, bitte. Okay, er flirtet. So, ich muss jetzt... Gehört auch zu mir ab, ne? So, ich bin drin, ne? Hey, ich muss raus. Harry, wir müssen raus. Er muss rein, weißt du? So, jetzt gehst du rein, dann gehen wir nach dir. So, und die backst du jetzt auch da vorne bei dem kleinen Ofen auf. Die backst du, ich gebe dir die jetzt. Die musst du nicht rausnehmen. Und die musst du jetzt auch bei dem Ofen aufbacken, gleich. So, Harry, gibst du mir die aufrecht? Oh, ich bin frischen Koks, wahrscheinlich. So, warte mal hier. Auch wer hat denn die Hände jetzt wieder voll, wahrscheinlich. Ich lege mir doch frisch auf nichts. Ja. Oh, danke. Leck mich doch hier wirklich. So, komm Glück auf, nein. So, und los. Die Dame, sie hat mir eine Witzel bestellt, ne? Ja, richtig. Und da wir das Beste im Umkreis von fünf Meilen sind, wird das frisch aufgebacken. Oh. Das Beste in fünf Meilen? Ja, hab ich notiert. Sehr ruhig, wir machen das zu Ende. Ich kurz im Strahlen was, ne? Ich drauf, ich drauf. So. Hier fühle ich mich irgendwie zu Hause. Siehst du, deswegen kommen die Leute rum und ich hoffe, du auch zukünftig. Ja, das Arbeitsschlimme ist wunderbar. So. Gleich fliegt dein Toupet, Harry. Der Brezel, teuer war der Brezel noch. 2,41. Hast du aufgepacken? Aufgepacken, ja klar. Guck doch mal, wir brauchen das für mich. Warnen, das, was machst du jetzt? Was mach ich? Gibst du diese Brezels jetzt unhegiert? Wie gibst du es ihr? Wie gibst du es ihr? Ne, das sind 2,50. Ach, ich kurz, ey. Ne, das ist, ne, das müssen wir abbrechen. Jetzt gibt es hier noch und da gibt es hier noch. Jetzt geht das los. Er gibt es ihr auch noch. So, ich kann so mit da warten. Hallo, Frau Barbara, was kann ich gut für Sie tun? Ja, ich geb mal das Geld hier weiter, ne, bitteschön. Wenn man wie auch immer... Dankeschön, ich hab es. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. So, und dann haben sie hier die wunderschöne Brezeln. Und wie gibst du sie weiter, die Brezel? Einfach so, unhegierlich, in der blanke Hand? Wie, ich gib sie weiter, ich schläg sie hier hin. Ja, vielleicht erst mal warnen, Vorsicht, Hals, weiß ich. So ist es. Und dann, Achtung, ich wickele eine warme Serviette da rum. Eine warme Serviette, aber natürlich gib sie noch mal die Brezel her. Ja, Moment. Jetzt fasst er sie wieder an. Er fasst sie wieder an, weiß ich, hä? Harry, er fasst sie wieder mit blanken Händen an. Zum zweiten Mal. Ich bin jetzt aufgeregt. Guck doch mal, wer da steht. Es ist Barbara, du brauchst nicht aufgeregt zu einem. Die Vogelscheuche. In einem Augen, die Vogelscheuche, in einem anderen, eine wunderschöne Prinzessin, würde ich eher sagen. Sie ist eine Prinzessin, eine schöne Königin. Eine Prinzessin, was, ne? Richtig. Vogelscheuche? Nein. Und Achtung, ist es heiß, ne? Frisch aufgebacken. Na, jetzt ist die Alte wieder beleidigt. Ja, Mann, ey. Ja, das gehen wir ja schon. Dankeschön. Oh Gott, ich brauch die jetzt in. Sorry, ich hab so Hunger gehabt. Ist doch alles gut. Kein Problem. Und? Danke. Und? Wie schmeckt es? Sehr gut. Genau das Richtige. Ehrlich? Jetzt bin ich erstmal erleichtert. War gut aufgebacken? Ja, war sehr gut aufgebacken. Freue ich mich. Sag mal, wer hat denn da ein Käfchen bestellt? Keine Ahnung. Wer hat denn da ein Käfchen bestellt? Weil das hier fehlt. Ich kann dir ganz genau sagen, warum das fehlt. Sag es mir. Weil ich sonst fast hier eingesackt wäre, wie ein Schluck in der Kurve. Alles gut, hast du gesagt, ja. Ich kann dir genau sagen, wie ein Schluck in der Kurve. Ach, leck mich, ey, was ist denn ein Sprichwort aus Norwegen? Ja, du bist meine Heimat. Was ist denn nachher nicht so lustig? Du kommst schon immer her. Du kannst ja auch wie ein Paket Kunstton nicht in der Sonne sagen. Aber ey. Nachts in Los Santos geht langsam die Lista. Einer geht's noch auf. Einer geht noch rein. Ach, so ein kleines Eierlikörchen, so ein Schlückelein. Die Dame nimmt bestimmt auch noch einen, ne? Ne, die Dame nimmt nicht noch mal ein Schlückelein, ne? Ne, ich muss noch fahren. Aber dann ein Wässerchen. Das passt gut zu der Brezel. Ah, ich muss noch nicht. Letzte Runde, sag du. Letzte Runde, jetzt. Ich will jetzt, ich komme, ich selber schuhe und kann nicht schlafen und wird heimgesucht von der Barbara der Vogelscheuche. Halt die Fresse, du gemeinnessach. Was ist denn das denn, wirklich? So, hau hin, oder was? Hau hin. Hau hin. Ja, Herr, das will ich nicht, ich muss was kaufen. Und hau doch gegen den Türrahmen, was ey. Halt, ich muss was kaufen. Hör die Arme. Herzlich willkommen, schönen guten Abend bei Evan und Harrys Bestes. Also jetzt muss ich was kaufen, ich will ja nicht von der Vogelscheuche. Ja, was kann ich denn anbieten? Der denkt sich jetzt. Gib mir irgendwas, Hauptsache, ich werde nicht von der heimgesucht. Ja, da musst du erstmal einen ganzen Laden kaufen, weil das ist nämlich nicht so einfach, weißt? Ist ein Spaß, ist ein Spaß, nein, ist ein Spaß. In Wässerken für 1,49 genügt. Nehm ich. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf kurz. Ich muss kurz raus. Jetzt stehe ich dazwischen euch. Nein, du darfst nicht raus, ich stehe in den Betrieb. Ne, das ist aber, ich muss mich doch verabschieden. Ja, ich muss auch kurz raus. Ja, ich muss auch kurz raus. Ich komme sofort zu euch, ich komme sofort zu euch. Bin jetzt Verkäufer. Ja, auch gute Nacht. Barbara. Gute Nacht, Barbara. Barbara. Barbara, schlafen meinen guten Lieben. Ich möchte nur eine Sache festhalten, Barbara. Was denn? Der Jo und ich distanzieren uns vor dem, was da gerade gesagt wurde. Wirklich. Ja, gut, das finde ich schön. In aller Form. Eine so gute Frau habe ich selten gesehen. In aller Form. Die stanzieren wir uns davor. Nur damit das eine klare Sache ist. Okay. Nur Eva steht jetzt dahin. Und ich hoffe, du hast einen Aufenthalt für uns genossen. Sky Kartoffel! Okay, gut, dann bist du jetzt doch glücklich schlafen, ne? Also, ich freue mich. Mach es gut, meine Lieben, ne? Ja, aber ich schlafe heute bei Eva. Hab eine schöne gute Nacht, ne? Sky Kartoffel! Was verschafft mir diese unglaubliche Ehre, die schon deine liebe Community hier begrüßen zu dürfen? Warum ist der Harald mitkommen? Hallo! Ich komme jetzt mit dem Mitsprach. Hallo! Was kriegt ihr jetzt? Er ist nicht mehr Ausbilder? Doch, er ist Ausbilder. Und Seniorfahrer, oder was? Ja, keine Ahnung, das denkt er. Wer lebt noch irgendwann? Ich weiß nicht. Ich wollte zwei Wasser haben, die Harald mir nicht verkaufen wollte. Ja, dann komm. Ja, danke. Ihr Lieben, wie geht's euch? Oh, das ist ja lieb. Liebe Grüße an Andi aus Sky Kartoffel. Warte mal kurz die Cam an, damit ihr mich auch sehen könnt. Momentchen, nein. Ich lege schon mal das Geld an. Ah, nein, du bist doch verrückt. Also, wenn du nicht verrückt bist, weiß ich jetzt nicht mehr, weißt du? Ich danke dir. Naja, irgendwann habe ich halt kein Geld mehr, aber das ist auch okay. Ach, mein Lieber. Da ist jetzt besser gehen. Dankeschön. Ich genehmige mir einen Schluck. Oh, mach es. Gönn dir mal einen kleinen Schlückchen. Na klar. Oh, schmeckt das Wasser hier gut. Ich würde gleich zehn Flaschen kaufen, wenn ich sie wäre. Schon kleine Schlückelein, was ich meine, Nina. Ja, klar. Sky Kartoffel Andi, ich grüße euch. Schön, euch zu sehen. Vielleicht, was ihr Azubi sozusagen lernen könnt. Freibier, danke dir für den Fond. Habt ihr eine Leitstelle? Wir haben eine Leitstelle, das ist klar. Kann er auch die Leitstelle übernehmen? Kann er. Wie wäre es mit einem Testanruf? Das machen wir. Nein, nach sieben, sechs, fünf, vier. Nur es geht jetzt nicht, weil jetzt kann er gar nichts übernehmen, weil er noch nicht eingestellt ist. Das ist erstmal so ein Mobile-Auf, was. Ja, klar. Herzlich willkommen zu GTA IP. Da kann man ja mal mit der Stimme anrufen und schauen, was passiert. Ach du Scheiße. Du machst das aber gut. Hör mal, die andere, was du da gerade gespielt hast, kannst du das auch nochmal? Ja, wie meinst du was da? Das mein ich, das ist genau mein Ja-Lieber-Was. Mach es nochmal, komm rein ein bisschen. Bestell jetzt, ne? Oh Gott. Wenn ich könnte, würde ich Nikita nachmachen, aber ich kann das nicht. Ja, schau doch mal, wie das jetzt läuft. Misaira, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen in der Community. Hi. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ey, ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen, vor allem um diese Uhrzeit. Hallo. Ich hätte gern zweihalbe. Guten Tag. Bei uns ist das Bier nur abgepackt, ne? Ich weiß nicht, was sie sich vorstellen sind hier am Toren, ne? Ja, ist so aureal. Ob Pulle oder etwas anderes. Ich kann Ihnen lecker bisschen Wasser aus dem Meistern und der ist abgepackt auf den Haaren. Weißt du, was ich meine? Ja, der gibt mir ja den Lachs. Ja, siehst du, mach ich lecker fertig, ne? Mal lecker anhalten hier an der Träse und ich komme eben rum mit der Kiste, ne? Wie viel waren denn jetzt? Zwei. Zwei mach ich fertig. So, neun acht und neunzig hier auf den Tisch. Ja, kriegste. Lich mal rum, komm. So. Danke, da ist es. Oh. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Oh. Fand ich super. Bofti, vielen Dank auch für deinen Follow. Natürlich geht es auf eine Stimme, aber das ist auch etwas Besonderes, ne? Ja, eben. Was gab es bei euch zu sehen, ihr Lieben? Was habt ihr gestreamt? Aber ich mache mich jetzt auch langsam auf die gestopften Dinger. Ja, das verstehe ich doch. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, immer gern. Komm rum, wir haben jeden Tag, Sonntag bis Donnerstag, haben wir von 22.30 Uhr bis 2 Uhr offen. Und wenn du rumkommst, nur zum Quatschen, ist das genauso okay. Ja, klar. Kann ich immer mal vorbeikommen. Mach mal. Gerne. Dann sehen wir uns bestimmt wieder. Und wenn was ist, ich weiß ja, wen ich anrufen kann. Du hast meine Nummer klingelt durch, wenn du was irgendwie in der Mee wissen willst. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Du weißt ja genau, was ich meine. Nina, weißt du, was ich meine? Ja, klar, weiß ich, was du meinst. So, dann hau rein. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Du auch, mach's gut. Wir sehen uns. Jo, wir sehen uns. Und gib mir ein Küsschen. Die werde ich heute auf jeden Fall noch küssen, wenn ich nach Hause komme. Da kannst du mal von ausgehen. Sehr gut. Gut. Dann sage ich auch dir mal Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Einen wunderschönen guten Erbungen. Gute Nacht, Leute. Nacht, die Gerald. Danke vielmals. Gutes Nächtle. Bis morgen oder so. Gerne, mein Lieber. Bis, Gerald. Tschüss, Atkins. Ja. Wir haben uns heute 40 Bier. 40 Bier. 40, 50 Brezel. Und dreieinhalb Flaschen Eierlikör. Und das waren nur die drei Produkte. Von den anderen ging es auch ordentlich zur Sache. Komplett verrückt. Wow. War ganz schlimm. Guck mal, das kommt wirklich von Herzen. Da hast du recht. Und wie gefällt es dir? Wow. Diese Leute, die man kennenlernt. Dass du heute Abend da warst. Und eine wundervolle gute Nacht darf ich dir wünschen. Das hast du nirgendwo anders. Das ist so. Und wir machen diesen Kiosk am Stadtpark aus vollster Überzeugung mit Herzen. Wir sind für die Menschen da. Und beim zweiten Versuch hat es mir gut gefallen, wie du auf die Leute zugegangen bist. Auch mit deiner charmanten Art und alles. Ehrlich. Ja, es tut mir leid. Da war dann auf einmal Frau Barbara gekommen da. Ja, ist doch jetzt egal. Das ist Geschichte. Oh Gott, da bin ich beruhigt. Pass mal auf, mein Lieber. Mal tacheleschir. War die schon 18 Uhr bis 22.30 Uhr. Ist das deine Zeit? Könntest du dir vorstellen? Das ist immer meine Zeit. Das finde ich gut. Gutschnechtle. Dankeschön. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Weißt du, man ruft den Leuten auch nochmal so handfest was zu, bevor sie gehen. Das bleibt am Tränen im Hörn. So ist es. Weißt du, beim Restaurant gehst du raus, die sagen Tschüss. Und du musst dir sagen, komm, komm, gut nach Hause, ihr Lecker und alles. Da musst du anpacken, musst du hier am Kiosk. Genau, so ist es nämlich. Menschlich anpacken. Ja. Da hast du recht. Also von den Zeiten her wäre das okay, sagst du. Von den Zeiten 18 bis 22? Ja, finde ich gut. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema. Jo. Du weißt schon, dass du bei uns nicht viel verdienen kannst, ne? Soll ich dir was sagen? Ja. Ich mache das von Herzen. Und zwar genau, die Menschen näher kennenzulernen, weißt du. Du kriegst bei uns in der Stunde 15 Dollar plus Sozial- und Transferleistungen. Und darfst das Trinkgeld behalten. Und das Ding ist halt, wenn du das mit dem Trinkgeld gut machst, kannst du da reich werden. Ne. Wirklich. Oder halt nix bekommen. Oder halt nix. Genau, so ist es. Das hängt an dir. Das hängt an mir, genau. Wir zahlen das Trinkgeld hundertprozentig in die Firma ein. Das verlangen wir aber natürlich von niemandem, der bei uns arbeitet. Das ist klar. Ne, aber ich sage es dir doch. Also, ich glaube, man muss da auf der Firma Unterstützung, ne? Ne. Ich verlange es nicht. Ne. Absolut nicht. Du darfst es behalten. Und das ist mir auch wichtig, mein Lieber. Weil du arbeitest ja auch für das. Wir reden über das Trinkgeld und so weiter, ne? Natürlich. Ich habe ihm gerade gesagt, dass er das nicht einschalten muss. Nein, das ist nur eben meine Aufgabe, dass, äh... Ehrlich. Ja. Das ist so, ne? Aber klar, wenn 10.000 Trinkgeld gegeben werden, würde ich uns freuen. Dann kann es auch 9.900. Äh! Gut. Ist ein Spaß. Ist ein Spaß, ne? Na klar. Vielleicht kommt ja jemals einer vorbei, ne? Ihr Lieben, wenn ihr Fragen zum RP habt oder so, schreibt es gerne in den Chat. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Ich mache nur wieder die Kamera aus, weil es schon sehr spät und sehr hell. Ja. Soll nur tief daran glauben, ne? Also gucken wir mal, mein Lieber. Der Haar, also der, er hat gesagt, Harry, er hat gesagt, 18 bis 22 wäre perfekt. Ja, aber ich sage jedes nicht. Eben. 15 Dollar die Stunde sind okay für ihn. Wir werden auch niemals mittags aufmachen. Niemals. Eben verspricht es mir. Ähm, ja. Der macht mein Minusgeschäft. Ich verspreche es dir. Wir würden es nur dann machen, wenn wir eine Person haben, die uns nachweislich sehr viele Kunden bringt und sich damit auch selber bezahlt. Aber mittags ist immer noch mittags, ne? Mhm. Und ob sich das rentiert, dann, ne? Nee, nee, hör mir zu. Da müssen Garantien oder Sicherheiten kommen. Ja, und das gibt es nicht. Ja, oder die Person kann sich das eben einfallen lassen. Außer wir beide machen mittags nötig, weil wir die CEOs sind. Ja, wir haben ja kein Gehalt, das ist ja egal. Eben. Und das ist ja die Sache, ey. Gut. Gut, dann ist das geklärt, ne? Genau, äh, ja. Ich sag mal so. Als, äh, junior Verkäufer kannst du dich auch bei uns hocharbeiten zum Senior Verkäufer. So. Ne. Ist das steile? Aber ich bin doch schon Senior. Ja, aber nicht im Beruf, ne? Da bist du Frischling. Alles klar. Stimmt, da hast du recht. Da bist du Frischling, ne? Stimmt, da hast du recht, ja. Bin ja auch neu im Verkaufen, ne? Aber. Man lernt ja nie auch schnell. Das ist korrekt, ne? Ja. Jetzt ist ja auch keiner mehr. Ja, wir machen auch gleich zu, nein bringt ja nichts. Ja. Aber, wir haben ja wieder viel verkauft, nein? Ja, stimmt. Und ich geh da auch nochmal einschalen. Ich hab noch was. Hast du noch was auf der Däsch, Harry? Gib mir drüber. Ja. Ich weiß noch nicht, ob du das vom Taxifahren noch hieß, aber ich geb's dir einfach auch. Au! Au! So, egal. So. Danke. Na, jo. Blue Fenris, aber klar doch, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für's Mitdabeisein und für den Support. Oh, das war jetzt natürlich super in den G4 und lange. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Trotzdem will ich mich schon mal dafür bedanken, dass das heute mit euch zusammen so ein toller Abend ist. Vielleicht ist es keine Selbstverständlichkeit, ne? Wann wollen wir ihn dann einstellen? Ja, also unser Anwalt schiebt mir noch die Arbeitsverträge. Hallo. Du kommst mal 14 Tage auf Probe rein und wenn das alles passt, wirst du dann direkt fix übernommen, ne? Finde ich gut. Bist du das sagen, ne? Eigentlich, dort ist ja auch ein starker Konkurrent. Ja, da ist ja ein Problem. Ehrlich? Ja, das war MJ. MJ? Ach. Und warum habt ihr den nicht genommen? Ja, der wurde halt abgestochen, ne? Das war qualifiziert. Ja, das habt ihr mit mir nicht, ne? Sora Mola! Vielen Dank für den Rate! Herzlich willkommen an dich und an deine liebe Community. Schönen guten Abend. Ich grüße euch herzlich. Du auch, Jone. Sitzulein, vielen Dank für dein Follow. Ja, ist klar, ne? Da müssen wir aufpassen. Schön, dass ihr da seid. Wondrin, Randibam, David, Spektraling, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Follow, Leidibier und Spektraling. Mir wurde mal gesagt, die Biene stecht immer von hinten, ne? So, Sora Mola, ich freu mich sehr. Herzlich willkommen. Danke für den Rate an dich und deine liebe Community. Freue ich mich. Gut. Es ist schön, dass ihr hier seid. Gut, dann machen wir dann morgen fertig, Alice, oder so. Wir machen morgen fertig. Du fängst bei uns morgen an, da ist eine glasklare Angelegenheit und dann werden wir da wunderbar mit dir zusammenarbeiten. Und du kriegst die Grafiken von uns, du kriegst eine genaue Einweisung, Ablauf und alles. Wir machen nochmal ein paar Praxisbeispiele mit dir. Wir zeigen den Lager, das Büro. Du kriegst deinen eigenen Spind und alles, was dazugehört, ne? Äh, wirklich. Doch, ich so. Ich so, mein Lieber. All right, ich so, ich so, ich so. Aber Mann, Harry, sag ihm, wie die Schließe. Mann, 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 das ist doch ja auch. Was ist die Wahrheit? Harald, wie ist dein Lieb? Ich sitze locker heute. Du bist das Letzte, was? Ich sitze mit einer Arzt. Ja. Ah, fleißig, hilf dir, warte! Hast du ein Tastentuch? Jo. Ich hab jetzt meine linke Hand in der Fresse von ihm, ne? Nee, ich schwere dich nicht auf meinem Toupet. Ich habe kein Toupet, hör auf. Nee, ich hab gar nichts mehr. Gut, dann muss ich das Toupet wieder nehmen. Hör auf, dass du deine Hand auf meinem Toupet abwischen willst. Es kommt, ich habe kein Toupet übrigens. Hör auf. Hör auf. Nimm meine Mütze, komm. Ja, komm. Oh, ein bisschen waschen, Alter. Danke, reich, jetzt schmeiß ich sie weg. Herzlich willkommen in Inchi. Soramola. Nur als Jerman. Das fackeln wir das Ding hier ab, was, ne? Ich bringe da auch nichts rein. Hey, schön, dass ihr da seid. Jaskex, vielen Dank für deinen Follow. Pamigo, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Follows, ihr Lieben. Willkommen in der... Sieht doch nicht schön aus, wenn du eine Bombe legst oder sowas. Soramola. Gerne auch bei Soramola ein Follow lassen, ihr Lieben. Ich bleibe mal hier auf dem Konto, die sieben. Äh, 7000 sind drauf. So. Gerne ein Follow bei Soramola lassen. Und vielen Dank, Sorra, für das wirklich großartige AP mit dir. Kann ich ja Chef sagen, ne? Ja, ich werde mich jetzt ausstempeln. Ja. Dann werde ich Pause fahren. Ist genehmigt. Ja. Ist aber nur nicht 2, weißt du, ne? Achso, ja, stimmt. Ja. Ich will noch sinnlos gehalt sein bis um 2, das ist klar. Ach, du kannst mir im Arsch liegen. Ja, ruhig bleiben nach hinten. Lass auf schwierige Plätze. Ja, da hinten, dachte ich, da hinten. Was ist denn hinten? Bei dem Arbeitsspäßchen ohne, mein Lieber. Du hast in den letzten Tagen zu viel konsumiert. Ich frage gerade, wie du das wieder reinarbeiten willst. So. Na, nicht du, Hagen. Du Gott. Ich dachte, weil ich das Lager leer gefristen habe. Okay. Aber warte. Das machst du doch immer so, ne? Na eben. Na jo, wie machst du das? Wie mache ich das? Wer macht denn das? Ach, da kommen sie wieder. Sie kommen wieder. Dann machst du ja abgestoßen. Danke. Inchi, ich finde es auch, ne? Ich habe mich so gefreut damals, als das durchging. Und wo jetzt letzte Woche, also die Woche am Dienstag, nee, schon letzte Woche am Dienstag die Lizenz dann kam, ne? Das ist einfach so ein mega geiles Ding hier. Das ist zum verrückt werden. Das ist schön. Was wir Spaß haben hier. Und wie viel RP da auch entsteht, das ist unglaublich. Das ist schon da wie so ein Vollidiot. Aber wir versuchen halt auch den Leuten, die herkommen, in der RP zu bieten, ne? Ach, jetzt wird er wieder rum. Nein. Entschuldigung, ich habe geschlagerguckt. Ja, du hast einen Schlaganfall vom Kühlschrank bekommen. Du wirst was, ey. Harald, ich kriege höchstens einen Schlaganfall, wenn ich dir in die Fräse gucke. Weißt du? Ja, kriege ich einen Herzinfarkt. So, und jetzt bist du dran. Ich kriege einen epileptischen, wenn ich dir in die Fräse gucke. Warum das? Weil ich so auf dem Blinzle, oder was? Ne, weil dein Toupet flimmert. Mein Toupet ist, also... Mit deinen Pferdehaaren, weißt du, ey? Es ist wunderbares Naturhaar, ich habe vollen Schopf, weißt du, ey? Ach, komm, komm, komm. Ja, Ariane hat mir zweimal die Haare gefärbt. Und die sehen nach wie vor wunderbar aus. Ja, weißt du, ey? So ein großes Prägo hast du... Oh, ein großes Prägo. Ich habe wenigstens im Gegensatz zu dir noch echtes Haar. Ja, oh Gott. Was habe ich denn auf dem Prägo? Ja, folg dich mal nach vorne, dann werden wir so... Oh, ich bin... Ah! Sag mal, bist du verrückt? Bist du verrückt? Ah! 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 So! Jetzt! So! Harald, jetzt komm her! Du schlägst dich unseren Chef, du alter Mann! Jetzt komm her da! Ah! Ah! Ja, hoff! Lame zu schlagen! Ah! Lame zu schlagen! Ah! Ich will dich jetzt nicht... Ah! Oh Gott, wie der Mausrat. Nee, ja. Der typische Athletste. Nee, der hat mich vorhin schon geschlagen, deswegen habe ich ihm jetzt mal... Ja, komm, komm. Ach, komm, hau doch ab, mein Gott. Und weg. Und weg. Komm, flieter Wochen. Komm, war auf dem Flughafen, ich will für immer weg. Ah! 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 Also, das war ja gar nicht so ein Blau-Glaue. Ja, bitte, ich sage, du hast mir eine Wange gepoliert. Du hast mir die Wange gepoliert. Aber wir gehen im Knast, wir müssen uns ja selber anzeigen. Komm, fahr zum Bidi. Wir werden uns wegen Körperverletzungen anzeigen. Komm, fahr hin. Scheiße! Ich habe so eine Beule auf der Wange, weißt du? Ich habe so... Du hast mir fast meine echten Zähne rausge... Waff, waff, waff. Ich habe die Beule auf der Wange. Ja, das spielt an von dir, weil du mich auf der Wange getroffen hast, ne? Na, scheiße. Ich bin gleich ein. Nikolus, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Hi. Ja. Spektralink und Raniweiß ist so, es ist ein Chaos gerade, ne? Hast du eine Energie dabei? Natürlich. Soll ich dir noch einen grünen Tee dazu servieren? So. Vielleicht kriegst du die nächste... Komm her. Komm her! Hast du noch immer nicht genug? Ich habe so nichts mehr auf, wenn du mir nur einmal... Oh. Oh. Dann kippt er um, der feine Herr, weißt du, he? Der feine Herr legt sich hin, weißt du, he? Was machen wir eigentlich? Und ich will nicht zu denen, Spädie und... Nein, gut. Nein, 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 nein. Dann halte ich dich aus, ne? Ich stünde Aussage. Ja, Akte, Aussage. In einem Monat drei Vorladungen, dann Strafgeld, wenn ich ausgesagt wurde. Oh! Und zurück zum Stadtpark. Gut, ich gehe zu Fuß. Nein, doch auf! Du bist so irre. Du bist so irre. Du bist... Ich meine, du kommst nicht aus der Irre lang, also. Also, ich meine... Du bist irre, nicht irre. Meine Vorfahren, weißt du, he? Weißt du, was ich meine? Meine, meine, also... Meine? Ich muss bleiben jetzt, was ich meine. Letztens hat mir einer gesagt, dass meine Haare von hinten im Taxi, hat er das gesagt, die würden aussehen wie eine Matte, die über dem Sitz hängt, weißt du? Kannst du gar nicht sehen. Nein, da kannst du gar nicht sehen. Was haben wir hier? Wie du bei harter Daumen? Wie kann ich bei harter Daumen? Hör auf jetzt. Hör auf. Fahr doch jetzt schon mal. Was ist so normal? Nein! Nein! Du bist doch verrückt! Was machst du mit dem Auto? Ich lasse mich raus. Du irrer Kranker. Lass mich hier weg. Lass mich weg! Könntest du ihn bitte umknüppeln? Ja, wenn es ist passiert. Warte denn. Warte denn. Er ist raus. Wer? Nee. Du hast es nicht gemacht. 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 Er ist raus. Er ist noch nicht im RDP, aber... Ja, nee. Doch, kann ich schon machen, wenn ich... Dann glaube ich es nicht. Dann glaube ich es nicht. Er hat es im RDP. Marino! Vielen Dank für den Abos! Das machte ich gerade nicht. Worüber sprechen wir denn, Marino? Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen, aber... Auf jeden Fall ist er gleich draußen. Und zwölf Vertragstrafe. Der Diebstahl, bla bla bla. Fahren zu privaten Zwecken. Ah, es tut schon ein bisschen, wer ist raus. Nee. Nee. Er ist raus. Nee. Du verarschst mich gerade. Was wolltest du noch dazu? Ja, was wolltest du noch dazu, Lamy? Als Wunsch? Wer ist jetzt raus? Elvin, guck doch einfach. Melvin? Ja. Du hast nicht wirklich Melvin gekündigt? Doch. Ich muss... Ach du Scheiße! War die Stimme passiert? Zu viele Beschwerden. Ja. Und andere Dinge. Nee, jetzt erzähl doch mal. Ach du Scheiße. Lamy stirbt, wenn er weiter hier bleibt. Okay, so. Und ich möchte keine Todesangst mehr. Gut, jetzt hat sich erledigt. Lamy, was für ein Grund war das nochmal? Welcher jetzt? Der Dritte. Herzlichen Dank für die... Also das war jetzt Unwohlstiftung innerhalb des Unternehmens. Mitnehmen von Dritten während der Dienstfahrten. Und noch irgendwas hast du gesagt? Herausgeben von Interna oder so. Du musst halt suchen oder... Warte, ich guck mit... Ah, je. Weißt du, was er gerade poschiert? Mit der MIE? Ja. Ja, der soll weg. Um. Vielen herzlichen Dank. Ja, natürlich. Ich bin überrascht, was da für ein neuer, wunderbarer Stil her spielt. Ah, das war klar. Wer ist denn Astlan, der K? Ja, Kaukos. Der kommt mit der Nächste schon wieder drinnen. Ja, aber der ist schon... Kaum ist einer rausgeflogen, die ist der Nächste schon drinnen. Wir bekommen das gar nicht mehr mit. Wer ist da denn? Also Lamy, langsam reicht das auch mal. Das ist nicht so fies, sag ich es. Der ist ja jetzt wohl schon zwei Wochen oder so. Nein. Der hat peri-siegelten mit was, ne? Ja, eine. Und Samantha ist auch noch nie gefahren, oder? Ja. Das finde ich enttäuschend. Und die Riener ins Ganze auch mal schön auf der Bank sitzen, was? So, jetzt komme ich nochmal dazu. Marinho, großes Danke an dich für die fünf verschenkten Abos. Kuss von Herzen. Wo steht denn das mit dem Interna? Ich weiß nicht, ich gucke jetzt rein. Was ist denn da los, mein Lieber? Was ist denn da los? Ich gucke rein. Diese Anwaltssprache auch, ne? Ich habe eine Kindergartensprache. Ich verstehe sowas nicht. Ja, ich brauche mal einen Kleinen. Wollt ihr einen Kleinen auf Haus? Gib mir einen Kleinen. Nein, wir machen nichts auf Haus eben. Muss auch einer an den Kunden denken. Ach komm, wie viel Geld ich jetzt? Nein, ruhig bleib. Das ist alles in dieser Situation. So, Lamy, der ist dein Ausbilder hier, weißt du? Ja, komm, ich gebe einmal einen Kleinen. Danke. So, hol was raus. Du bist wirklich das letzte Arme, dass du dir noch in den Spiegel gucken kannst. Ach, in der Ernste. Harald. Lamy, was hast du gegeben? Wundert. Komm, schlag ihm in die Fresse, ich schläge ihn drauf, Lamy. Du schlägst mir nicht in die Fresse, was, ey? Ich stück mir, du hast es verdient. Du brauchst nicht mehr, ich bin eine Flunder. Ja, vielleicht brauchst du dann wieder mal was. Ja, das stimmt. Ich brauche wieder. Dann lass uns über Gott reden. Du musst leider über M.J. reden. Also vier Bier waren das oder was? Ja. Gut. 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 Was da, also wir haben wirklich non-stop-RP, was da permanent entsteht, ist unfassbar. Eben, wie schießt du denn zu ihm, ey? Ist das jetzt eine ernsthafte Frage, oder? Ja, eine ernsthafte. Ist es ein Nicht-Mögen oder ist es ein Hassen? Nee, ist es ein Nicht-Mögen, weil er für die Firma nicht gut ist. Und privat? Privat habe ich keinen Kontakt zu ihm. Nee, öffentlich. Nee, privat, ja. Also ich mag ihn so, ne? Nee, Lamy, pass auf. Ich mag ihn. Er ist nett hier im Kiosk. Er ist freundlich. Das stimmt. Er bringt Leute her und er gibt hier auch Geld aus, was er gar nicht darf. Er gibt sich Mühe, auch beim Arbeiten. Er gibt sich Mühe. Natürlich, ja. Aber das Problem ist halt, Lamy, der hat Kontakte zu irgendwelchen Leuten. Natürlich. Der schleppt mir hier die Leute auf den Stadtpark zum Kiosk. Ja, uns auch. Eben, und die sind hier abstechen. Die sind Missersticher unterwegs. Guck mal, Lamy, da kann er noch so freundlich sein. Wenn er solche Kontakte reinschleppt, hier zu mir im Kiosk oder zu LS Taxi, dann ist das halt ein No-Go. Ja. Und darauf erstmal ein Bierchen. So. Und rein. Wie schreibt man das? Oh, Glück auf, nein. Was heißt dieses i.v.m? Wenchen? Ich war mehr oder mich. Ist in Vertretung. I.v.m. ist in Vertretung. Und M. das am Ende? Also das ist halt... Guck mal, das ist so... Sehr geehrter Herr Möllwinder, nicht Stadt Jackson. Wie verkündigen wir Sie fristlos aufgrund eines Verstoßes gegen... Bei Miguel jetzt Paragraph 11 und dann I.v.m. Paragraph 12. In Verbindung mit. In Verbindung, okay. I.v.m. hast du in Verbindung mit. Okay, aber da müssen jetzt drei Paragrafe kommen. Hat er denn noch irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Paragraph 10. Hat er dich mal geschlagen? Ja, Unfälle. Muss da jetzt nochmal das hin oder... Ich verstehe das nicht. Was heißt in Verbindung mit? Ist das ein Verb... Was? Marinho, das freut mich echt sehr, dass du das so schreibst. Ich kann sowas nicht sein. Warum schreibe ich sowas? Das ist ganz, ganz lieb von dir. Du weißt ja, wie sehr ich mich über den Support freue. Aber vor allem, Marinho, und das wird immer so bleiben, freue ich mich darüber, wenn ihr hier seid, ihr Lieben. Ja, ich würde einfach nur wissen, was ich durch den Paragraph schreibe. Und wenn es euch Spaß macht. Das ist für mich erstmal das Allerschönste. Und dafür natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch. David, es geht mir super. Wie geht es dir denn? Schön, dass du da bist. Hi. Alles gut bei dir? Wenn man das mit dem Kiosk läuft, sowas von kandiosen. Ach, dann macht der Emil dann wohl. Nein, jetzt nicht mit dem Job an. Wir können so viele RP-Stränge aufmachen, bekommen, heben. Und erstmal hat er doch schon mit so Kukurins. Das ist echt schön, David. Es ist echt schön mit dem Kiosk hier. Kündigung. David. Das ist zu spät für mich. Wenn das schmeckt. Wenn das schmeckt. Und jetzt zwischen den Paragraphen. Wischen den Paragraphen. Sag mal, Beer Factory hast du über Visionary? Ich bin so ständig. Also die Chars hier wissen es noch nicht. Also ich meine, also Avan weiß es nicht. Ihr liest doch mal zwischen den Paragraphen. Was ist das? Wie, was ist das? Achso. War schon großes Drama, David. Ja, das steht anscheinend, wie er gesagt hat, in Verbindung mit, ne? Ja. Muss ich das hier zweimal hinschreiben, weil da drei Paragraphen rein müssen? Boah. Gute Frage. Weil es klingt komisch, Verstoßes gegen Paragraphen 10 in Verbindung mit Paragraphen 11 in Verbindung mit Paragraphen 12. Kann man das schreiben? Oder ist das zu viel in Verbindung mit? Ja, sicher. Natürlich kannst du das schreiben. Echt? Du kannst zweimal in Verbindung mit schreiben, sicher. Verstehe. Ja, das klingt so komisch, deswegen. Dann schreib einfach und, weißt du, ne? Ähm. Also ich habe auch nicht jetzt ein Problem. Also Avan und MJ hatten sich schlecht verstanden, bis Avan den Kiosk drauf gemacht hat. Dann hat sich MJ plötzlich ins Zeug gelischt und die Leute hier hingebracht und Werbung gemacht und so weiter. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Naja. Aber nachdem diese Messerstecherei heute wieder vor Avan's Kiosk war, muss man Avan so verstehen, der will das ja nicht, dass vor seinem Kiosk sowas passiert. Und der sieht jetzt so, dass das quasi irgendwie da hingebracht wurde, hat er gerade gesagt, zu Lamine. Und, ähm. Ja. Also, eigentlich haben sie sich zuletzt wieder verstanden. Guck mal, ich habe einen Führerschein. Nee, das wundert mich. Schön, dass ich den jetzt mal sehe. Also, eigentlich haben sie sich zum Schluss wieder verstanden, David, ne? Schön, dass ich das sehe. Interessanterweise haben sie sich wieder sehr gut verstanden, eigentlich. Ja, aber so sind die Dinge, ne? Das ist ein wunderbarer Führerschein, mein Lieber. Ach, du hast Ecke. Ecke, wie oft du noch? Ja, eben, ne? Dachte ich jetzt nicht. Eige. Hä? Erelt Eige. Ach, was so? Aha, guck an, guck an, Yin-Yang-Tankstelle, reduziert die Preise. Aha, komm, können wir direkt runterschreiben, legt mir am Arsch. Schau mal, was hier ist. ACE-Trink von 4 auf 3. Nein. Beef-Basket von 15 auf 12. Aha. Und der Cinnamon-Rolls von 5 auf 4. 25. Ah! Das siehst du mal. Das siehst du, was wir bewirken. Guck es dir mal von nah an. Vorbei sind die fetten Jahre, wo ihr alle verdient habt, ohne irgendwas dafür tun zu können. Ach, nein. Aber ist das nicht unfassbar? Das ist Reaktion und Wirkung, weißt du. Aktion und Wirkung. Das waren wir. David, ein großer Wunsch wäre eine kleine Kasse für den Harry an der Theke. Mehr Tische, weil es zu wenig ist und ein bisschen Grünzeug zwecks der Optik. Aber am Ende des Tages brauchen wir den Trailer, die zwei Tische und den Rest machen wir mit R.P. Aber wenn du so fragst, David, wäre das natürlich geil, wenn man da noch so ein bisschen ausprobiert zu einer Diskussion, du weißt, wie es läuft, mit Bornein, gibt es die überhaupt noch? Mir wurde gesagt, das wurde gelöscht. Wirklich? Und adein. Das, David, haben sie tatsächlich schon vor. Das steht sogar im RDP ganz oben McGill anrufen, David. Das ist sogar, ich sehe, schon besprochen worden. Cool. Ich freue mich generell auf das, was da alles entsteht. Weil es war heute der vierte Tag in Folge und es war sowas von dermaßen gut besucht alles. Okay, ich habe jetzt was geschrieben. David, das wäre es. Mit Live-Propping. Die Tische aufstellen, je nachdem, wie viel los ist. Tisch raustragen, hinten. Ich schicke das jetzt MJ, ne? Das wäre der Knaller. Ja. Gut, warum gibt es zwei MJs? Nein. Ah, ja. Siehste? Das ist komisch. Siehste? Wunderbar. Da kommt nur mal vorbeigucken. Siehste, Harry, ich sag für unseren Schutz. Ich schreibe uns ab. Ich schreibe Kündigung hin, ne? Kündigung. Fristlose Kündigung. Ach, jetzt fährt er. Schade. Super. Und tschüss. Kündigung? Nee, Harry, du musst das verstehen. Da geht es um unser Leben. Oh, ja. Was war denn da mit dem Stich? Ey, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er abgestochen wurde. Ich würde es gar nicht wissen, muss ich sagen. Ja, was ist das? Ich will mich einfach nur fernhalten davon. Eben, ich auch. Und ich habe so eine Scheiße hier im Stadtpark, das brauche ich nicht. Genau. Ja, aber vor allen Leuten, oder wie? Also das nächste Mal, ich war so kurz davor, mein Messer zu zücken und den abzustechen, aber ich mache es nicht. Man weiß ja nie, ob die Knarren haben oder sowas, ne? Und solange ich nicht bedroht werde, muss ich mich nicht für jemanden einsetzen, ne? Ja. Ja, das dachte ich mir halt auch, als er mitgenommen wurde. Dann dachte ich mir so, okay, das ist nicht mein Problem. David, ja. Das ist so... Also IC ist schon besprochen, das machen die beiden auch, ne? Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Aber es floriert wirklich gut. Es macht zum Beispiel viel Spaß mit dem Kiosk. Ja, das hat er aber auch so gesagt. Ja, gut, trotzdem, ne? Das ist nicht unser Problem, also. David, du siehst ja, was los ist, ne? Oh, danke, David. Sehr lieb von dir. Weil wir die ganze Zeit mussten. Wir wollten eigentlich rüber und dann kommt die. Okay, ich habe jetzt das Schöpfe. Gibt es mir das Geld, ich gehe nochmal einstrahlen rüber. Lär mich in diese Form? Ja. Da komm mal mit. Lär mich, hörst du zu? Ja. Ich komm mal mit, was weiß ich. Sehr geehrter Herr Melke. So, ein weiterer Huhn hat Dukat. So. Harry, soll ich dir weiter sagen? Hm? Komm mal mit. Du dachtest, dass das dein Nachname ist. Weiß so. Wir haben jetzt 7 eins auf dem Konto. Na klar. Die Baukosten sind damit auch schon wieder erinnert. Ja, die ist wieder drin. Jetzt haben wir schon die großen Cypress-Dinger. Ja. Oh. Warte mal, ich zahle ein. So, pass auf. Ich sag dir mal nur Bestellungen, ne? Eierlikör ist weg. Wir haben keinen mehr. Meinst du, geht ja noch ran? Und jetzt tropfen? Mach es morgen, oder? Ja, dann vergesse ich wieder. Ich versuche es wenigstens. Dann ruft er mich zurück. Dann kannst du auch eine To-Do-List ja machen. Lust dro... Warte mal, wir müssen B2B-Kunden gewinnen, ne? Okay. Hast du Kontakte zu irgendwelchen CEOs? Wie viele nehmen wir wieder? Fünf Eierlikörer? Oder mehr? Ja, fünf reichen erstmal, oder? Aber die wurden uns schon weggekauft. In zwei Tagen ist verrückt, ne? Ja. Die haben auch gut Werbung gemacht dafür, ne? Ja, na, heute hat Gerald dreieinhalb Flaschen gekauft. Darf man nicht vergessen, ne? Das passiert ja auch nicht jeden Tag, ne? Eben, eben. Ich glaube, fünf ist ganz okay. Na ja. Nee, nee, fünf ist okay. So, ich sag dir, was noch offen ist, ne? Ja, Rheni und Cypress. Rheni und Cypress ist offen. Wobei Cypress war ja doch relativ heftig, da kommt was zusammen. Das wird schon so 2000... Und Rheni ist auch heftig, ne? Ja, wohl 1500. Rächen wir durch, ich sag dir mal was an. Rächen durch, dann wissen wir was genau. Ja. Hast du? Ja. 120 mal 2,68. Ja. Plus 78 mal 2,20. Ja. Plus 30 mal 4 Dollar. Ja. Plus 30 mal 1,70. Ja. Plus 16 mal 1,70. Ja. Plus 48 mal 2,20. Äh. Plus 40 mal 0,25. 807. Alles zusammen? Ja. Das haben wir noch Ausstand. Das ist nix. 807. Das ist dem aktuellen Plus von 6,3 und die gesamte Ware, die wir noch nicht verkauft haben, ebenfalls schon. Das ist nix. Wir haben ja sowas von Profit hier. Und die Rechnung von LS Taxi wurde noch nicht bezahlt. Da kommen nochmal 270 dazu. Also effektiv haben wir Ausstand 500. Das ist dem gerade ein Plus von 6.600. Ja. So kann man anfangen. Ohne die Leute über den Tisch zu ziehen. Wir haben niemanden verarscht. Wir haben jeden den billigsten Preis gemacht. Und die Leute danken es mit so viel Geld. Und da kannst du überlegen, was jetzt die anderen, die Supermärkte verdienen. Ja. Die müssen sich ja du demnisch verdienen. Das ist unfassbar. Guck mal, was die für Karren fahren. Aber das will ich auch gar nicht. Ich will mir irgendwann dieses Cabriolets kaufen, wo ich dir, wo du mir, dieses Mambo Nummer 5. Oh, ich war Ritter. Ja. Und dann will ich mit Erika durch den Stadt fahren. Oh, und mit Sandra. Ja, nicht zu vergessen, es setzt sich dann hinter. Oh, und mit Rita werde ich eh schon gehen mit dem Auto. Oh, ja, das ist der letzte Arsch, ne? Ja, so wie ist es, ne? Ja, wir sind in Millionenunternehmen, ist das schon mal klar. Ach, der Harry, ne? Der Harry, der Harry. Macht so viel Spaß. Das Lustige ist, dass eben überhaupt... Aber mein Privatkonto ist nicht fröhlich. Wie viel hast du drauf? 29, aber die ist schon irgendwie seit drei Wochen 29, oder? Wir können uns, wenn wir noch ein bisschen Plus gemacht haben, können wir uns erstmal die Baukosten auszahlen lassen, ne? Die 6,2. Ja? Wie können wir dann wieder aufs Privatkonto packen? Wir sterben ja nicht, wenn wir uns das nicht auszahlen. Ne, das stimmt. Ist unnötig, finde ich. Ja. Weißt du, was mir lustig ist? Uns beiden ist es nie ums Geld gegangen. Na, ja. Uns wird's auch nie ums Geld gehen. Und jetzt haben wir so ein Unternehmer... Ach, das ist auch nicht gut im Geld, ne? Stell dir mal vor, wir haben in vier Tagen... Wenn wir jetzt noch den Warenwert dazurechnen, den wir da drin haben, wir haben in vier Tagen mindestens ein Plus von 7.000 erwirtschaftet. In sieben Tagen. Wenn du alle Investitionskosten abrechnest und alle Rechnungen abrechnest, haben wir sogar einen Plus von ein paar hundert Dollar. Wenn du jetzt Invest noch abziehst von dem, Baukosten, Lizenzgebühren, alles abziehst, haben wir noch einen Plus von 300 Dollar und das nach vier Tagen. Das Geschäft hat sich nach vier Tagen amortisiert. Und dabei ist es uns nie ums Geld gegangen und das wird's auch nie sein. Wir werden das immer für die Menschlichkeit machen und den Leuten einfach eine nette Atmosphäre bieten. Und das, was Nena heute gesagt hat, das ist doch der Grund, warum wir's machen. Sie kam hier hin und hat gesagt, ich fühl mich plötzlich einfach wohl hier. Aber siehst du auch, wie die Leute das auch annehmen irgendwo, ne? Weil die kommen alle her. Man muss schon sagen, Harry, wenn wir das Geschäft hier nicht machen, dann wird das nicht so laufen, ne? Das muss auch klar sein. Weil unsere Mitarbeitenden werden das Trinkgeld nicht einzahlen. Und dann bleiben uns die Centbeträge über, die verkauft werden. Und die werden das auch nicht so verkaufen wie wir beide. Die werden dann eher passiver dastehen, vielleicht mal nachfragen. Aber die muss auch klar sein, dass wenn andere Leute hier für uns arbeiten, ist das eher Nee, aber ich seh den Mitarbeiter eher als ein bisschen... Vor allem wird es interessant, die Mitarbeiter, wenn die Drecksarbeiter ledigen später. Ehrlich gesagt, ich mach das aber gerne. Ja gut, das sagst du noch, ne? Aber wer weiß, was du jetzt in... Das machst du jetzt auch nicht lange. Ja gut, das hast du recht, ne? Ich glaub, irgendwann ist das lästig. Ja, noch macht Spaß, ne? Auf jeden Fall, nein. Guck mal, das Ding ist ja nur, die Mitarbeiter müssen keinen Gewinner wirtschaften. Die dürfen das Trinkgeld behalten und wenn sie damit reich werden, freue ich mich für die. Mir geht es schon darum, dass wir wenigstens in der Zeit so ein bisschen was verdienen, damit die ihren eigenen Arbeitsplatz damit erwirtschaften, weißt du? Und dann haben wir zu diesem sozialen Unternehmen auch noch Arbeitsplätze geschaffen und genau das will ich damit mit dem Unternehmen. So wie gesagt, wir können zwar keine hunderte Arbeitsplätze schaffen, aber so kleine. So kleine, so bis zu fünf kann ich mir gut vorstellen, dass wir es schaffen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir irgendwann einen eigenen Mitarbeiter haben, der sich ausschließlich um die B2B-Belieferungen kümmert. Das haben wir eben ins Konzept auch geschrieben, ne? Ja, ja, ja. Sag mal, wir haben jetzt LS Taxi. Preislich könnte es sogar sein, dass wir einen Motorradclub in Palito oben als Kunden kriegen. Die könnten wir dann regelmäßig mit viel Bier beliefern. Und so will ich Stück für Stück da die Firmen dazu gewinnen. Und dass wir dann irgendwann einen eigenen Mitarbeiter dafür einstellen können, der nur das macht. Dann haben wir extra dafür einen Arbeitsplatz geschaffen. Das wär's doch. Ach Harry, wir haben vieles vor. Der Wind ist günstig und die Leute stehen hinter uns. Wir können eine Revolution schaffen, die allen Leuten gefällt. Und die allen Leuten etwas bietet. So wie ist es? Denkt mal drüber nach. Was wir hier machen, ist eine andere Ära. Das kann viele Dinge verändern. Hör auf! Das Geld! Ach, du bist das Letzte. Was ist denn mit dir? Ja, aber nicht auf der offenen Straße, vor der Bank, die Geld... Achso, du bist ja wirklich... Der Wind, der Wind, der Wind auf die Straße, auf die Straße! Du bist das Letzte, wirklich. Ich wollte nur mal gucken, ich fühlen, was... Wie war ich da? Komm von der Straße runter. Du kannst dich halt Geld verteilen. Weißt du, ne? Wenn wir noch mehr Werbung machen für die... Äh, Lieferrei, ne? Dann kommen da auch noch mal einige Kunden. Ich glaube, das müssen wir im Direktvertrieb machen. Aber guck mal, wenn die erstmal... Wie viel ist es heutzutage auch schon gekommen sind mit dem Wasser in den Massenkauf, ne? Das Wasser kriegt es doch nicht günstiger. Eben, das ist der Punkt. Deswegen wundert es mich, dass die nicht öfter vorbeikommen, ne? Weil ich wissen, die denken nicht so kleine Mengen, weißt du, ne? Ja, wir sollten natürlich schon gucken, ja. Der eine, der letztens 30 Wasser gekauft hat, das war schon toll, ne? Guck mal, machen wir jetzt aber auch Schluss, ja. Ja, ja, komm. Mach zu. Geh erst nämlich nach Hause. Na klar, übernachte ich aber auch bei dir, ne? Ja, ja, ist gut. Ihr Lieben. Gut. Ich wollte mich herzlich bedanken. Für was denn? Naja, für deine Großzügigkeit. Wir haben ja nicht viel Zeit zusammen immer. Grüßi. Und jetzt? Willst du ausreißen, oder? Wir gehen jetzt zum Flughafen. Das klingt so ein bisschen, ja. Nee, 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 das war einfach ein intensiver Tag. Achso. Weißt du, wie du... Herr Apple, es ist doch an der Zeit. Du hast doch jetzt einen Ahnen. Ja, stimmt. Nee, er hätte ja davor dann schon machen müssen, bevor er den hat. Achso, ja, stimmt. War die seiner Zeit. Ausreißen? Nee. Nee, pass mal auf. Dass ihr auch von Alice Taxi und so weiter uns da unterstützt, um privat, und dass ihr die Leute anhaltet, zu uns zu kommen, das stützt uns wahnsinnig. Auch wenn die Leute nur herumstehen hier. Du kannst sie ja nicht tun, aber auch wenn sie nur herumstünden. Jede Person hilft uns, die hier ist. Sehr gerne. Ihr hilft uns auch. Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist eine Kooperation. So. Schlaf gut. Schlaf dir gut. Eben schläft im Kiosk. Äh. Ich hab Hunger. Ja, komm bei mir im Kühlschrank. Gott. Ich geh viermal leer futtern, ne? Komm direkt vor der Gasrichtung, links, hast du? Und wieder. Und wieder haben wir nach getaner Arbeit ein geiles Schlachtfeld hinterlassen. Aber es hat richtig viel gemacht. Könnt ihr ein Hebschen mitnehmen, bitte? Ja, mach ich. Ja, okay, danke. Aber schön zu sehen, dass die anderen Spieler das so schön unterstützen, dass sie sogar etwas Gewinn macht. Das finde ich auch, Marinho, ne? Das ist halt dann so dieses feine Etwas. Das ist ein feiner Unterschied. Der halt dann nochmal die zusätzliche Motivation darstellt, ne? Und dabei ist das vollkommen okay, wenn die Leute auch kein Trinkgeld geben. Weil dafür haben sie es ja eigentlich nicht gemacht, ne? Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Der Eben freut sich natürlich dann trotzdem, auch wenn es ihm nicht um das geht. Das ist ja klar. Das ist natürlich eine klare Sache, ne? Und wer weiß, vielleicht, 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 vielleicht rückt irgendwann mal die Expansion dieser Unternehmensidee in greifbare Nähe. Und sie können vielleicht irgendwann ihren Kiosk sogar mit diesem sozialen Konzept natürlich für eine andere Sache erweitern. Ich habe mir oft vorgestellt, dass vielleicht so ein 24-7, der zu Eben und Haris Bestes gehört. Aber mit sehr, 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 sehr günstigen Preisen dieses Konzept vertritt. Dafür nicht mit einem großen Angebot. Danke euch. Gute Nacht. Ja, dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis heute. Ja. Bis später. Wisst ihr, was ich meine, ne? So ein 24-7, Eben und Haris Bestes. Ach so, warte mal. Ja, das ist ja ein Cabriolets hier stehen. Habe ich ganz vergessen. Ach komm, egal. Oder mit der Harimit, ne? Wie? Aber was machst du denn, wenn dich jemand sieht? Ach Quatsch. Das ist eine Skihaube, was ich hier schief war. Ja, endlich eine vielbefahrene Skihaube. Gute Nacht. Ist jetzt schon fast abkassiert, ne? Ja, es war knapp. Kaschieren oder? Blamieren. Aber wir müssen aber auch sicher sein, bei dem ganzen Profit ist natürlich auch die Hälfte Lamy zu verschwunden, ne? Ich weiß das. Man kann das nicht allgemein nach Hand ziehen, ne? Und dann noch den Bikers? Ja. Die haben da mal richtig draufgegeben. Und auch der Tanaka war heute am Start mit 600, ne? Also ohne so Riesenspinnen, den wären wahrscheinlich 1000 im Plus oder so, ne? Ich weiß das alles, mein Lieber. Weil er von Leben war, ne? Exakt. Ich hab halt meine Lunge, mein ich. Ja, so muss es sein. Gott, ich guck lieber nach vorne, ne? Bei dem Fahrstil. Ja, guck, weiß ich. Das sieht so komisch aus, ne? Das sieht so komisch aus. Das ist so ein kleiner Unfall, weiß ich, ne? Grease, siehst du das? Es sieht so komisch aus. Ein kleiner Unfall, noch ein paar Stündchen ins MD, weiß ich, ne? Also drei Stunden, weiß ich, jetzt ins MD. Kurzes MRC, meine ich. Ja, danach ein kurzes CT, danach ein kurzes Röntgen, weiß ich. Danach ein paar Spritzen, dann ein bisschen ausruhen. Ach, herrlich. Oh, komm. Wenn du überhaupt überlebst, ne? Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Unfall und plötzlich fällt dir der Kopf ab, ne? Na, dann ist es vorbei, weiß ich, ne? Stell dir vor, du würdest jetzt gegen den Baum fahren und deinen Kopf plötzlich verlieren. Was wäre dann? Warum soll ich den Kopf verlieren, wenn ich den Baum fahre? Ich weiß auch nicht, warum ich auf diesen Gedanken gerade komme. Es ist geistet mir irgendwie im Kopf herum, ne? Aber jetzt komme ich nur mehr auf den Kopf die ganze Zeit. Merkst du, Ed? Ja. Ja. Marino, ne? Weißt du, was ich meine? Greased, ne? Du musst aber auch ihr Winz jetzt bald mal anpacken. Das so recht. Du musst das Problem mit der Wurzlut packen. Das wird der Nils da was aufziehen lassen, aber der kassiert wieder 4.000, 5.000, ne? Für sowas. Boah. Ja, nicht so richtig der Frechheit, nein. Naja, in die Stadt, verstehe ich schon, aber ist halt nicht im Rahmen im Moment noch, ne? 5.000 ist schon, ja gut, das würden wir sowieso aus der privaten Tasche dann zahlen. Naja, aber das macht es ja nicht weniger. Das tut mir jetzt auch nicht weh, ehrlich gesagt. Vielen Dank fürs Zugucken bei Kapitel 109. Wir gehen klar auf der 110 zu. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wird mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald.